Außer ein Anti-Kater-Ding wäre schon nicht schlecht. Mhm. Karls noch im Hotel gesehen? Nö, keine Ahnung. Wer weiß, wo der wieder rumschleift? Tja, aber in der Nähe würdest du ihn hören. Würde ich sagen. Ja. Ist hier irgendwo eine Schleifspur zu sein? Ich seh nichts. Ich hab jetzt nicht geguckt, ehrlich gesagt. Ja, wenn, dann müsste hier ein riesengroßer Fettstreifen sein. Oh, du bist so wieder... Ihhh, komm mal, Alter. Das im Sand kann ich ja noch verstehen, aber das... Oh, ne. Alter. Krieg ich ja Bröckchen im Hals, ne, wenn ich das höre. Einfach abpusten. Der zappelt noch. Boah. Immer noch so'n Whisky-Geschmack im Hals, ey. Das ist doch geil. Ja, geht. Fünfmal Zähne geputzt. War doch da. Hilft Wodka. Hm. Dann schmeckt's nicht mal ein bisschen. Ich hab' Kopfschmerzen. Ein Kapuza, vielen lieben Dank von Herrn Ost. Was geht, Alter? Dass die Leute ihren Müll hier immer hinschmeißen, was das ätzend ist. Ah, das ganze Stadt ist ein Müllhaufen. Willst du fahren, oder? Ja. Ne, ich bin, glaube ich, nicht so ganz fahrtauglich gerade. Ja. Aber wirklich besser geht's mir auch nicht. Hm. Guck mal, was passiert. Ja. Alkohol halt nicht, aber halt einfach nur... Ja. Fertig. Keine Ahnung. Hm. Ich hoffe, der Tag wird heute nicht so ganz anstrengend. Ja, ne. Das ist die Frage. Aber bis jetzt, ich weiß nicht gar nicht. Boah, steht ja noch nichts an, ne? Ne. Müssen wir halt mal schauen. Ah, shit. 24. Tankstelle. Ja, ist halt, ne? Erinnerung. So. Was hier schon? Ne, eine Weite, oder? Ach, keine Ahnung. Irgendwo kommen wir schon hin. Hier war's doch jetzt rechts. Jo, jo. Achso, recht. Weißt du noch, hier links, rechts? Hehe. Wen wir hier aufgefangen haben? Achso. Jaja. Ah, schon lustig. Für uns ja. Ja, für uns ja. Jetzt sind wir wieder in der Stadt. Na ja. Schauen wir mal. Abend. Abend. Katerfrühstück. Ja. Einmal Kaffee. Kaffee. Genau. Ich nehm das, was er nimmt. Ja. Oh, Saft. Ei. Und Chilis. Viele Chilis. Viele Chilis, ja. Wofür? Wie gesagt, ne? Antikaterfrühstück. Mhm. Ja, ist unser Ernst. Das wollen wir uns so reinziehen. Haben sie einen Mixer da? Ne? Ach, scheiße. Ne, schade. So, gucken. Dann müssen wir halt gucken. Also, das nehmen wir einmal und davon ordentlich. Haben sie denn hier so Plastikbehälter, so Shaker nennt man das glaube ich. Wo man das dann abfüllen könnte. Gläser würden sie auch tun, oder? Ja. 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 Krieg ich schon hin. Ja. Passt so. Rest ist für sie. Ja. Schönen Abend noch. Tschüss. Hatt ich keinen Mixer, ne? Was ist da los? Okay, ist jetzt eher wenig Grundausstattung von sowas, ne? Aber... Ja. Ist die Frage, wo kriegen wir den scheiß Mixer her? Ähm... Gute Frage. Ähm... Hm. Ich frag mal Carlson. Ich frag mal. Ich hab keine Ahnung, was wir aus dem Laden haben. Versuch mal. Hm. Warum mal umziehen, meinst du? Guten Abend. Oh ja, umziehen ist ne gute Idee. Ähm... Hör mal, Paul. Wo kriegen wir nen Mixer her? Wir brauchen einen Mixer. Regenend. Ich würd sein Gesicht gern sehen. Hangover. Genau. Wir haben grad ein bisschen eingekauft und brauchen jetzt nen Mixer. Ne Infusion. Ne Infusion. Er sagt, wir sollen uns ne Infusion... Ja, aber Ei und Speck und Kaffee... Infusion. Und Chili, Alter. Ist der bekloppt? Was ist das für ein Arzt? Also er sagt, wir sollen uns ne Infusion von ihm setzen lassen. Das wär besser. Von dem lass ich mir gar nix setzen aktuell. Dafür ist er... Weiß nicht, ich schätze immer noch zu sauer. Lieber nicht. Hm. Außen ist das ein altbewährtes Rezept, das funktioniert. Ne, wir bleiben bei den altbewährten Rezept, sagt Ego. Jo. Wir brauchen nen Mixer. Auf jeden Fall. Haben wir sowas im Laden? Nein. Nein. Wir sind gerade aufgestanden. Hast du die Frage, wo wir's kaufen können? Baumarkt, meinst du? Ja, Hangover. Ist einer... steht einer im Laden rum? Meinst du, da ist einer irgendwo nach hinten? Bist du am telefonieren, oder? Ja, ich telefoniere. Ah. Hm. Wo bist du denn jetzt? Am Laden? Ja. Wir gucken, ob wir nen Mixer kriegen und denken, wir kommen gleich da auch mal hin. Ja. Ja. Aber das sollte nicht so lange dauern, wir sind ja grad am Winkel und Messie. Okay. Hm. Ja, dann können wir gleich machen. Alles klar, bis gleich. Ciao. Ach, der sitzt im Auto vorm Laden. Okay. Mhm. Wir warten. Schönes Bike. Brauch gar nichts zu sehen. Das nennst du ein Bike? Warte, hab ich mal genug Kohle noch? Ja, hab ich. Abend. Abend. Konnte Frage, äh, fragen sie nicht warum, aber haben sie zufällig ein Mixer im Angebot oder noch einen da? Ne? Ach, verdammt nochmal. Scheiß. Na gut, dann schauen wir mal, was es sonst gibt. Ach, gucken wir mal ein bisschen durch die Regale. Ich glaub das gar nicht mehr mal. Ist ja warm genug wieder jetzt. Mhm. Sagt denn die? Steht ja auch. Ach, danke. Jetzt haben sie in die Hosen da. Oh ja. Total. Naja. Das soll Tarn sein irgendwie, oder? Das sieht scheiße aus. Oder? Was meinste? Ah, ich weiß nicht. Okay, wie es aussieht, meint er gar nichts, sondern ruht sich mal kurz aus. Jo, genau. Mit kurzer Hose. Dass es nicht ein bisschen Tarnkram gibt, oder so. Nur so ein bisschen so. Ah. Ist die gleiche Hose. Wir müssen was anderes anziehen, ne? Das ist halt auch wieder langweilig. Mhm. Alter, ist das Schlafanzug Hosen, oder was ist das denn scheiße? Das geht halt auch nicht. Vor allem, warum geht ja auch solche Hosen, Alter? Ja. Grausam. Hässlicher geht's wohl kaum noch. Die Ausfall ist auf jeden Fall ergreifend. Das geht, glaub ich, sogar irgendwie, aber... Bisschen mehr Farbe, wenn ich halt so grell, dass einem die Augen ausfallen. Wär schon ganz cool. Aber ich glaub, da haben wir grad einfach keine Auswahl. Ich hab keine Bock auf dieselbe Hose nochmal. Komm, wir nehmen einfach diese Gammel. Fake-Tarn. Oh ja, so eine Lederhose. Sieht das... Scheiße, sieht das behindert aus. Ah, da ist er ja wieder. Ah, nehm mir die, komm. Welt ist schön. So, scheiß drauf. Boah, das tat gut, ey. Hm? Was meinst du? Ach, der Klogang tat gut. Ach, das meinst du? War so dringend? Ja. Ja. Stift hat schon gemalt. So viel wollte ich gar nicht wissen, Mann. Ja. Hab ich nur noch ein paar Socken hier. Ist ja grad im Angebot. Ah, nimm mir die grauen. Ich hab meine Schuhe gebraucht. Ah, bei mir passt schon so. Obwohl, die sind... Nee, die sind zu... Zu glänzend irgendwie, keine Ahnung. Ja, zu viel Glanz ist immer, Alter. Ja, geht, ne. Kommt ganz drauf an. Bitte, da haben ein paar ordentliche Sneaker könnte ich... ...brauchen. Haben sie da was? Okay, da unten. Ich seh schon. Mir sollte schon ein bisschen bequemer sein. Wenn mir noch Möglichkeit. Schuhgröße 43. Ach, ich glaub ich nun die mal. Ach doch. Ach, die fühlen sich gut an, glaub ich. Ja? Ah, perfekt. Die nehm ich. Bitte schön. Oh, die sind super. Oh ja. Na dann? Ich zahl mit Karte. Alles klar, den Equipment brauch ich nicht, danke. Schönen Abend noch. Hör mich auch nicht. Ciao. Ah, fertig. Also Karlsson ist am Laden, ja? Ja, der sitzt vor dem Laden im Auto. Okay. Schauen wir mal, ne? Nur. Wir fahren jetzt am besten lang. Ja, der ist ein Mixer. Ah, der ist ein Mixer. Ja, der ist ein Mixer. Das ist ein Nehmann. Das ist ein Nehmann. Boah. Der hat sich ein Anruf. Der hat sich ein Anruf. Hat sich ein Anruf. Herr Esteban, hallo? Ja, guten Tag. Ich wollte mich nur erkundigen, ob gerade jemand im Ammunition ist. Hm, ich gerade nicht. Mein Kollege, möglicherweise. Haben die eine Nummer von Herrn Karlsson? Ja, habe ich. Dankeschön. Fragen Sie ihn mal bitte. Okay, alles klar, was ich bescheide. Danke. Gerne. Ciao. Ciao. Peace. So. Äh, meinst du? Da wollen wir... Ja, gut. Ja, warum nicht? Komm, gucken wir mal. Sonst ist ein Pürierstab, sollte auch reichen, ne? Ja, ein Restaurant wäre halt besser, ne? Aber, kennst du ein gutes? Ich würde sagen, da unten ist der Chinamann, aber... Ich weiß nicht, was die schon alles püriert haben mit dem Pürier. Ja. Willst du mal fragen? Ich tank mal an der Zeit dann. Ja, alles klar. So. Oh, mach voll das Ding hier, ne? So. Das ist auch ein richtiger Zeitpunkt, erstmal zu rauchen hier. Hier, um ein bisschen was zu entspannen. Auch wenn's noch Nikotin ist. Und? Die haben einen, aber der ist ein bisschen schmantig. Haben wir eine andere Wahl? Meinst du? Ja. Die Chili brennt das schon weg. Das wird schon gehen. Entscheide du, ich hab's nicht gesehen. Mir ist das egal. Meinst du? Ja, ja. Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Mir ist es relativ egal, Mann. Das ist ein komischer brauner Rand ist, da unten am Boden. So. Ja. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's einfach nicht gesehen. Ich will's auch gar nicht wissen. Ja, alles klar. Also die würden die uns tatsächlich auch schenken. Ja, können wir ja ausspielen dann, ne? Wenn die den uns mitgeben sogar. Ja gut, dann nehm ich den. Ja, bevor wir jetzt durch die Stadt abklappern am verkackten Mixer, nimm den mit. Ja, alles klar. Hol' ich den eben. Welcher Zapfe bist du? In der 2 oder in der 3? Ich glaub das ist die 4. Hier hast du mal, ja 100 Dollar. Ne, 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 ne. Ich übernehme das nicht. Ja gut, dann eben so. Behalt' mal, behalt' mal. Gut. Dann sind wir soweit dann durch. Alles klar, dann geh' ich mal eben bezahlen und hol' das Ding ab. So. Ach ja, ich hasse es, wenn ich das vergesse. Voice zu aktivieren, Alter. In-Game. Aber das ist halt so. Ich hab' keinen Bock bei Push-to-Talk im Game die ganze Zeit. Das würde ich auch vergessen. Das ist halt beides scheiße. Bis gleich. Deine Tonlage hat mir gerade nicht gefallen. Hä? Deine Tonlage klang' gerade ein bisschen doof. Alles gut? Ja, alles gut, alles gut. Ach so. Das war Karzen. Das hörte sich halt an, als ob der irgendwie was brennendes hätte. Nee. Ich hatte was brennendes. Nämlich nur ne Hand frei. Ach so. Er hat nur gefragt, wie die Lage ist. Na gut. Ich glaub' der hat Angst alleine. Naja. Mal ziehen uns erstmal Katerfrühstück gleich rein. Oh ja. Ich guck' ob das... Meinst du, sollen wir den Bacon auch in den Mixer packen? Na klar. Ja, aber alles da rein, Mann. Flüssig. Alles rein. Flüssig regelt. Ich weiß, soll das Glas noch gehen? Ich versuch' mal da unten ein bisschen rauszukratzen aus der Scheiße. Mach das. Alter. Zu gut, Alter. Du saust mir jetzt aber nicht mein Auto ein, ne? Nein, nein, nein. Keine Sorgen. Gib die Kacke hier nicht aus. Ne, ne, ne. Mal im Laden. Vorm Laden. Alter, da ist's da drin! Boah! So schlimm hast du's nicht beschrieben. Ne, so schlimm sah's auch ehrlich gesagt nicht aus. Na egal, kannst du auch im Klo kriegst das schon gespürt werden und irgendwo ein Schwamm noch im Laden. Das löst sich zum Glück. Ich will nicht wissen, was das war. Boah! 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 Na ja, sieht einigermaßen okay aus. Boah! Wo ist der? Wo ist der? Hä? Egal, packen wir jetzt mal nach vorne. Ach, hinten auf dem Mitarbeiterparkplatz. Ja. Da steht er da, oder? Wir sind vorm Laden. Okay. Er wollte was von mir, ich hab' einfach aufgelegt. Ja, sicher ist sicher. Er kommt jetzt nach vorne. Da ist er doch. Na, mal hin. Hi. Habt ihr schon die Breaking News gelesen? Ne, wieso? Was gibt's? Was war denn? Äh, gestern Nacht kam es vermehrt zu Schusswechseln und Übergriffen in der Stadt. Was? Hi Andre, na wie geht's? Wie gesagt, schaut mal. Ah, warte kurz erstmal anrufen. Esteban, hallo? Hallo, hier Esteban. Hier ist, äh... Hier ist der Brody. Äh, haben sie heute geöffnet? Wir haben heute offen, ja. Gerade zumindest. Okay. Okay, dann kommen wir gleich mal vorbei. Shit, man. Kein Problem. Bis dann. Bis gleich, ciao. Ciao. Verflucht erschossen. Drei Täter, ey. Was? Wer oder was ist das? Wer oder was ist dieses IAA? Äh, ich glaub das sind die... Ich glaub das sind die... Okay. Das ist so der... Ja, das Beste was du tun kannst. Ähm, ich hab grad gesehen, es ist jetzt ne Party im Gange, von daher können wir den Laden auch gleich zulassen. Ja, hier kommt grad aber gleich ein Kunde hat angerufen, also von da. Also, äh, ich hab eben grad auch einen Anruf gehabt. Ja, ja, klar. Hast du nach dem Namen gefragt, wer da jetzt kommt? Ah, ich geh mal eben das Ding hier ausspülen, ne? Was meinst du? Also Brody kommt jetzt, O'Brien oder wie der heißt. O'Brien, O'Brien, O'Brien. Ich glaub Brody heißt er auf jeden Fall. Ja, ja, äh... Wo hast du denn mit dem Einkauf ist? Die ist im Kofferraum, ja, ja. Ich mach mal Kata Frühstück. Jo, danke. Ich weiß, du bist grad am Pissen. O'Brien Brody, ja. Ja, genau. Und? Den hatte ich auch eigentlich ihn grad gelesen? Hab ich den gelesen? Ich hab eh grad die, die Liste abgecheckt. Und da war der, äh, O'Brien auch drin. Ja, okay. Hab ich, da hab ich das jetzt falsch eingetragen? Wir werden sehen, ist egal. Ich hab das falsch eingetragen. Ja, André. Oder ist Okana auch wieder Bock? Und jetzt geht auch wieder immer mehr und so. Und, ja. Vor allem Bock ist hauptsächlich der Ausschlaggebung. Okana, Jamie ist ihm auch freigegeben. Ja, okay. Ingrad hat nämlich die Auri, äh, Kuro angerufen. Das ist nämlich einer der... Sagt mir jetzt gar nix. Ist eine Freundin von der, oder... Ist irgendwie mit einem von den OGs von, 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 von dieser Gang zusammen, äh, die uns überfallen hat. Ach was? Die hatte angefragt, ob wir offen haben, ob sie mit einem Freund vorbeikommen kann. Eher nicht. Da hab ich nein gesagt. Ja. Schöne Schuhe. Danke. Ist ja auch umgezogen. Ja, heute... Ist ein Blau heute gleich. Ist irgendwie jetzt Autoblau, du Blau, was ist los? Das ist... Das ist... Also unten ist hellgrau, Schuhe sind... Ja, wie ist das zu Blau, Alter? Oh mein Frühstück... Ich meine... Das ist weg. Das war mein... Boah, riecht wie immer. Wunderschön. Rein damit. Nase zu. Ihr seid eklig. Ich kotze... Warte, warte, warte. Warte, warte. 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 Ist weg. Warte, ich hab noch was. Ja, das ist ja rohes Ei. Roß Ei, Bacon, Kaffee, Ursaft und Chili. Aber die ganzen Bohnen direkt reingeschmissen, ne? Natürlich. Mixer. Zack. Uuuuh. Das... Chili war ne gute Idee. Das macht wach, Alter. Habt ihr genug Salz reingemacht? Boah, Salz... Ne, warum? Weil das ist das, was eurem Körper unter anderem sehr viel fehlt. Warte mal. Was gibt's Salziges, was wir gleich fressen könnten? Äh, zum Beispiel Salzstangen. Säpfeln. Was geileres? Boah, Alter, das geht so langsam im Hals runter. Warte mal. Lass mal gleich irgendwas Salziges mal noch besorgen. Oma hat immer gesagt, alles, wie man sich schüttelt, hell hilft. Ja. Was? Hätte ich doch mal lieber die Infusion genommen. Äh. Ja, meine Rede. Ne, Mann. Ich schwöre da auf altbewährtes. So. Ui. Ja. Äh, nicht gut. Boah, das liegt ganz schnell im Wagen. Ja, wie ein Stein, ne? Ja. 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 Schönen guten Tag, Carlsen am Apparat, Immunation Süd. Wollen Sie Ihre Waffe abholen und Ihren Waffenschein? Das musst du dann nächstes Mal anders machen. Sie kommen jetzt gefällst hier hin und holen Ihre Waffe und Ihren Waffenstein ab. Ja, kommen Sie vorbei. Welche wollen Sie denn, ist die Frage. Also, wir haben eine kleine 45er, die würde 3.000 kosten. Wir haben eine größere 45er, die würde 4.200 kosten. Und wir haben eine sehr gute 9 mm, die auch ein Polymerrahmen hat und dadurch gut anzupassen ist auf den jeweiligen Nutzer für 6.500. Und der Schein selber kostet dann auch nochmal 1.000. Also, sofort wäre am besten natürlich. Kurze Rückmeldung vom Chat. Hört ihr gerade auch die Hintergrundgeräusche vom Game? Ja, wenn das geht, dann natürlich kommen wir sofort. Weil gestern war es wahrscheinlich wegen Noise Gate so komplett weggeschnitten. Bis gleich. Nicht oft, wenn jemand aufkommt, da zu reden. Aber dürft ihr eigentlich jetzt alles hören. Im Motorrausch und so weiter. Wie lange haben Sie denn offen? Kleine Rückmeldung. Ja, mhm, mhm, äh, äh, äh. Ah, das ist Hikas Philosophie. So lange, wie wir auf dem Hof stehen. Ja, ich habe gesagt, nee, kommen Sie jetzt vorbei. Fertig, Salak. Möchte ich so. Ich hätte noch gesagt, kommen Sie gefaxt hier und holen Sie es ab. Und ich. Sie könnten. Das ist keine Option, weißt du? Das ist wie bei Chuck Norris. Er geht nicht jagen, er geht töten. Weißt du? Das ist das Prinzip. Richtig. Wusstet ihr, wenn Chuck Norris ins Wasser geht, er nicht nass wird, sondern das Wasser Chuck Norris? Ja, den kenne ich. So, der, 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 äh, 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 Colin O'Dryan? Nee, wen hast du jetzt guckt? Irgendein, oh, oh, oh. O'Brien. Ja, O'Brien war das. Brodie O'Brien war das. Ach Gott, jetzt habe ich hier, glaube ich, auch missgemacht. Ja, hab ich. Paul, wie war dein Date? Ach, ja, ganz gut. Bloß nicht zu viel erzählen. Hä? Ja, du bist doch sonst der Erste, der immer rumjammert, äh, neff mich nicht, äh, 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 egal. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Informationsquelle, möchte ich mal behaupten. Bist du auch eine ganz nette Sohn, ne? Also von daher ist es gut. Ja, 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 ja. Aber, meinst du ernst oder willst du das nur ein bisschen ausquetschen? Pfff, mal schauen, was geht. Okay. Also die erste Prämisse war so, ich will mal schauen, was geht und mal gucken, was für Informationen ich kriege. Mhm. Und, ähm, boah, ne? Naja. Alles Weitere wird sich entwickeln. Natürlich. Hört ihr das? Ja. Falls irgendjemand maskiert kommt, ne, direkt zur Waffe greifen. Lass mal gucken gehen. Lass mal nachgucken. Lass mal nachgucken. Bei dir was? Da fährt hinten ein Motorradfahrer rum. Motorrad ist da hinten gefahren. Ist dann nach rechts abgehauen. Okay. Ne, ist keiner. Motorrad. Hast du noch gesehen? Ja, ja, ein einzelnes Motorrad ist nach dahin abgehauen. Ja, eine Enduro, ne? Ja. Relativ dunkle Farbe. Das konnte ich nicht mehr sehen. Doch, doch, ich auf jeden Fall. Ich hab's gesehen. Okay, muss halt nichts heißen, ne? Ja. Polizei anrufen, spaßeshalber, dass die mal auf den Hof kommen sollen. Ja, oder einfach mal, vielleicht können die mal kontrollieren, wer hier mit dem Motorrad einfach mal so über unser Gelände hier hinten rumfährt und so. Ich rufe dann mal die Polizei, ja? Ja, ja. Gut. Scheinbar fällt er immer noch hier umkreis, ich weiß quietschen. Schönen guten Tag, Carlsen am Apparat. Okay, ja. Es wird uns das perfekt. Der Ammunation Süd. Super. Und zwar umkreist uns hier jetzt gerade so ein Enduro die ganze Zeit. Und wir wissen noch nicht so genau, wie wir das einschätzen sollen. Könnten sie vielleicht da mal, äh, wobei kommen. Da wir ja letztens überfallen wurden, sind wir da ein bisschen empfindlich, ja. Beziehungsweise versucht er überfallen, ne? Guten Tag. Abend. Wie kann man weiterhelfen? Äh, der Carlsen hat mich angerufen. Da mein Waffenschein fertig ist. Okay. Dann soll er auch. Entsprechend dann. Sonst können wir das auch machen. Mir ist das egal. Du könntest auch gerne machen. Ich wusste nicht. Carlsen? Gut. Möchtest du das machen mit ihm, oder? Mach mal. Hä? Mach mal, ich hab grad die Streife geholt. Ja gut, dann. Oh, mal rein. Was genau wollen sie jetzt? Waffenschein und, äh, Pistole direkt, oder? Genau. Ah, okay. So. Schauen wir doch mal. Dann brauche ich einmal den Ausweis. Ja. Bitte schön. Danke. Und bitte schön. So, bitte schön zurück einmal. Mö? Erwart. Genau. Richtig. Da ist alles soweit durch. Korrekt. Haben Sie sich schon für eine Waffe entschieden? beziehungsweise Herr Carlsen da entsprechend drüber geredet? Äh, ne, tatsächlich noch nicht. Okay. So. Da wollte ich mich halt gerne beraten lassen. Also schon billig soll sie sein. So, ich habe schon, die billigste ist ja 3500, glaube ich. Die billigste wäre genau 3000 glatt. Nochmal bitte. Genau 3000 glatt wäre die günstigste. Ah, okay. Wie sieht die aus? Bekunde, das wäre einmal diese hier. Ja. Klein, fein, in Stiefel oder für die Handtasche je nachdem. Ne? Okay. 45er Kaliber. Hat ordentlich Bums. Allerdings ein sehr kleines Magazin von nur 6 Schuss. Mhm. Die nächste wäre dann die große 540er. Wie teuer wäre die? Die wäre bei 4200. Die hat halt ein doppelt so großes Magazin, also 12 Schuss. Gleiches Kaliber. Äh. Ja, hat nicht ganz so viel, äh. Mannstopp-Wirkung wie die kleinste, aber dafür, äh. Ist die Reichweite dadurch natürlich deutlich genauer auf Reichweite. Die kleine verzieht halt viel schneller. Mhm. Und dann hätten wir nochmal die, den großen Jungen. Der ist auch da ein bisschen moderner, ist das Modell, was dieses PD auch aktuell benutzt. 9 Millimeter. Hohe Mannstopp-Wirkung. Genau, also, ja, etwa auf dem Niveau wie die kleine auch. Aber durch den längeren Lauf halt auch deutlich genauer nochmal. Ich würde tatsächlich die, äh, kleine nehmen. Die kleine. Die 4000. Okay. Dann wären wir mit der Lizenz zusammen bei 4000 Dollar. Ja. Bitteschön. Danke sehr. So, dann einmal die kleine, bitteschön. Danke. So, ich trage es nochmal kurz entsprechend ein. Lass die Kollegen aus dem PD auch Bescheid wissen. Wollen ja keine Schwierigkeiten, ne? Mhm. So, mal hier. So. Gut, dann ist es soweit eingetragen. Okay, dankeschön. Gerne, gerne. Kann ich noch was zu tun? Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Okay, wenn Sie noch keine Fragen haben, dann noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, natürlich noch. Ja, tschüss. Was ich gerade nicht gehört habe? Hm, keine Ahnung. So, erst mal wieder hier. Schön eingetragen. Das ist ein bisschen knifflig mit dem Management. Mit den ganzen Tabs auf nur zwei Bildschirmen. Ich muss unbedingt den dritten reaktivieren, damit das auch funktionieren. So, bei euch alles gut? Ja, ja. Ja, ja. Die Streife war da, oder? Ja, die Streife fährt jetzt Kreise und ein anderer verschennt sich gerade auf dem Dach, um sich ein bisschen mehr Überblick zu verschaffen. Bei uns wo, oder? Ja, ja. Hier. Vor uns, oder? Ja, hier irgendwo rechts auf dem Dach. Okay. Der will sich mal rauf bewegen. Warum nicht, ne? So, und die Streife dreht hier gerade so seine Kreise. So, eine Viertelstunde lang wollen sie das machen. Oh, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. So, da können wir ja mal weitere Kunden ranholen. Würde ich auch sagen. Was meinst du, holen wir uns jetzt mal die Aurich ran? Oh ja, oh ja, auf jeden Fall. Die Stress machen, Alter. Gibt's hier richtig Party. Äh, da, 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 da. 63, 67, äh, 42. Hallöchen, Carlsen hier. Oh, diese Freundlichkeit. Bist du übernette, ne? Du kannst gerne mit deinem Kumpel Erik, ne? Erik? Kenny. Ah, fast. Fast. Ähm, Eriksen. Ah, gut. Verdammt. Er könnte einfach mal vorbeikommen. Krista, oben steht er. Bis gleich, tschüss. Sehr unauffällig, aber hey. Was denn? Der stand gerade da oben, der kommt und guckt hier runter. Ja, ist ja okay. Ja, ja. Mir ist es nicht aufgefallen, ich habe gerade telefoniert. Und die kommen jetzt, ja? Äh, ja, die wollen jetzt irgendwie vorbeikommen. Okay. Der möchte einen, äh, einen A-Schein beantragen. Okay. So, dann gehe ich mal die... Ist sich von mir alles rumgesprochen, oder? Jetzt bist du dran. Ich wollte gerade noch ein paar Kunden ranschaffen. Von mir aus mache ich das. Mir ist das egal. Mach mal. Habend. 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 Hallo, Eva. Hi. Eriksen. Wer ist der? Ich habe hier eine Person, die einmal ausgestattet werden muss mit einem Baseballschläger und einem Messer. Da, einmal mit dem Herrn. Einmal mir folgen. Alles klar. Einer. Einer. Genau, eine. Einer nach dem anderen. Ah, okay. Haben Sie denn schon einen Waffenschein der Klasse B? Ähm, nee. Hab ich, glaub ich, noch beantragt. Ähm, Klasse B brauchen Sie nicht beantragen. Die können Sie gleich bei uns kaufen. Achso. Einen A-Schein beantragt, ja? Achso, ja gut. Okay. Fürs Messer benötigen Sie halt Klasse B. Achso. Genau. Das wäre halt dann für den Schein 500 Dollar. Okay. Wollen wir das jetzt schon mal geben? Machen wir am besten dann zusammen im Paket dann direkt. Okay. Für das Messer sind das 550 Dollar. Okay. Und für das Baseballschläger war das noch, ne? Genau. Genau, ne? Bei 180. Alles klar. Das heißt, wir wären roundabout bei 1250. Ja. Kriegen wir hin. Beziehungsweise, ne, oder? Bin ich grad durcheinander, ne? 1230 war das. Genau. Kein Problem. Geld haben Sie dabei oder müssen Sie noch holen? Ne, hab ich dabei. Okay. Dann einmal. Jupp. Moment. Wie viel hast du noch mal? 1240? 30. 30. 30. Bitte sehr. Danke sehr. Ich trage es dann direkt mal ein. Ohne Waffen, ohne Klasse B Schein kann das recht teuer werden. Haben Sie einmal Ihren Ausweis für mich? Ja, kann ich Ihnen einmal geben. Herr Miller. Okay. Okay. Der ist dann auch damit aktiv. Dann einmal den Base-Vorschläger. Hier, bitteschön. Und dazu das gute alte Messer. Bitteschön. Ich verstehe Sie gerade nicht. Können Sie ein bisschen lauter reden? So, alles klar. So, wunderbar. Genau, so. Dann wären wir ja durch, soweit, richtig? Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall. Noch irgendwelche Fragen? Nö. Das kriegen wir schon alles hin. Okay, Waffenschein für Schusswaffen haben Sie beantragt, sagen Sie, ja? Genau. Ich war gestern bei den Medics war keiner und beim PD war wohl der Einsatz. Okay, ich schaue mal, ob ich was finden kann. Da ist auf jeden Fall nichts hinterlegt, genau. So. Haben Sie Kollegen schon mal ihre Nummer mitgeteilt? Von mir? Genau, haben wir schon. Ja gut, ne? Da habe ich auf die Listen geguckt und nicht gesehen, dass er entweder schon weggegangen ist oder entsprechend, ja, weg, keine Ahnung. Guten Abend. Abend. Eine Sekunde, ich muss noch mal kurz was eintragen. Ja. So. So, was kann ich für Sie tun? Ja, ich, ähm, habe mich mal erkundigt, wie man so einen Waffenschein beantragen soll und da soll ich mich wohl hier erst mal einschreiben lassen? Ganz genau. Dafür bräuchte ich einmal den Personalausweis. Ja. Dann, genau. Die gehe ich einfach mal hier hin. Ja. Das ist soweit schon mal. Genau, Herr Müller, wir sind ja soweit durch, richtig? Genau, alles klar. Wunderbar, dann wünsche ich uns schönen Abend. Ebenso. Jo, danke. So, hätten Sie noch mal die Telefonnummer für mich? Ah, das wäre die 788. Ja. 1, 2, 7. 1, 2, 7. Vielen Dank. Und dann rufen wir Sie auch an, wenn alle Scheine soweit bestätigt wurden. Und dass Sie sie auch abholen können, dann müssen Sie nicht ständig nachfragen. Weil je nachdem, wenn Sie bei den entsprechenden Stellen waren, die brauchen immer ein bisschen Bearbeitungszeit. Genug, aber da muss ich mich jetzt mal einzeln melden. Also jeweils jetzt mal bei der Polizei und beim Medical Center melden. Genau, und bei der Justiz. Und dann komme ich wieder zu Ihnen. Und wir rufen Sie dann an, wenn die entsprechenden Einträge von den Stellen gekommen sind, dass es korrekt ist und alles soweit erlaubt wurde. Dann rufen wir Sie an und werden Ihnen mitteilen, dass Sie den Waffenschein bei uns erwerben können. Der würde dann 1000 Dollar kosten. Gut, wunderbar. Aber erst, wenn alles bestätigt ist. Genau. Gut, dann war es das auch schon. Wunderbar. Und die Dame? Obwohl... Ne, für mich nichts. Okay. Und zwar hätte ich eine Frage. Gibt es denn irgendein kleines Messer, was man denn noch so bei sich tragen könnte? Ja, Sekunde. Das wäre einmal dieses schöne Stück hier. Wie? Das wäre bei 550 Dollar. Aber dafür benötigen Sie einen Waffenschein der Klasse B noch. Den könnten Sie direkt bei mir kaufen. Da müssen Sie nirgendwo vorher hin. Der würde ebenfalls 500 Dollar kosten. Der ist noch für Hieb- und Stichwaffen, heißt Messer, Macheten, Akne. Na gut, so viel Bargeld trage ich gerade eh nicht bei mir bei. Wenn Sie Interesse haben, können Sie auch noch was holen gehen. Oder kommen andermal, wie Sie möchten. Wo ist denn eigentlich der nächste ATM? Der nächste ATM wäre... Der nächste sichere würde ich empfehlen, so Richtung Mirror Park zu fahren. Wie lange sind Sie denn heute noch da? Wissen Sie das? Das kann ich noch nicht sagen. Das kommt immer ganz drauf an, wie die Nachfrage auch ist am Tag. Ach, dann machen wir es schnell. Dann fahre ich es schneller hin. Genau. Vielleicht auch Interesse noch an einer Taschendampe? Ah, da habe ich schon eine. Haben Sie schon. Okay, dann sind wir da auf jeden Fall schon versorgt. Was kostet denn das Messer und B zusammen? Das wären 1050 Dollar. Okay. Dann auf, auf. Alles klar, bis gleich. Dankeschön. Bis gleich. Bis gleich. Immer schön nett sein zu den Kunden, ne? Wir wollen ja das Geld aus der Tasche ziehen. Schrecklich sowas. So, alles sauber. Reicht für heute? Machen wir einen Ablog. Die beiden kommen gleich wieder. Die kaufen noch einen B-Schein und ein Messer. Achso. Die haben sie gerade erst mal nur eingetragen für die A-Lizenz. Beide? Äh, die A. Ne, nur R. Aber ihm habe ich dann nochmal ein Messer und ein B-Schein. wegkaufen können. Warum wolltest du schon zumachen? Ja. Keiner reicht? Da hat sich jetzt auch verkrümelt schon. Kurze Viertelstunde. So viel zu 15 Minuten, okay? Ja. Ich meine, das haben sie uns nicht mitgeteilt. Das haben sie ihrer Leitstelle so gesagt. Penner. Fressen die bestimmt Donuts irgendwo. Und machen sich einen Lenz. Was steht denn an? Irgendwas Wichtiges? Man kann es mal bei der Party vorbeischauen. Ja. Vielleicht will der Jäger uns ja noch irgendwas sagen, wenn er nicht gerade empführt wird oder die Hosen voll hat. Boah, auf die Jäger haben wir mal null Lust. Nö, der soll sich selber melden. Der will ja was von uns. Meinst du, der hat eine mobile Glasscheibe? Eine was? Eine mobile Glasscheibe. Keine Ahnung. Glas Kokon. So ein kugelsicherer Käfig hat er einfach im Kofferraum was Schreien legt. Das Jäger-Mobil. Das ist ein Glaskuppel auf eine Pick-Up. Irgendwie beim Papst, Alter. Das ist ein Papa-Mobil. Ja. Das sollten wir ihm mal sagen. Das Jäger-Mobil. Das Jäger-Mobil. Kann er auch schön winken dann. Heu. Da kommt einer der Kaliber 50 Sniper und jagt ihn da raus. So ein Ding würde ich gerne mal Cren schießen gehen. Danach hast du halt Konfetti, ne? Da ist halt nicht mehr viel Krier. Da brauchst du nicht mal einen 50er-Führmann. Ja, aber es ist lustiger, wenn es einfach andere Kaliber im Konfetti ist. Es ist aber viel lustiger, wenn du siehst, Vogel, puh, Staub. Ja, einfach nur das Feder so. So Blutwolke. Ich habe da mal so ein Video gesehen, da war in Frankreich auf so einer alten Burg, haben die so eine Kanone zum Salud abgeschossen. Also so eine richtige Kanone. Ja, ja. Und im selben Augenblick, wo der Wachmann die Kanone gefeuert hat, ist halt ein Vogel vorbeigefogen. Ja, das sah ähnlich so aus, wie er es gerade beschrieben hat. Geil. Vogel, Federwerk. Du hast nur noch Quallemgesen und ein paar Federn. Das würde ich richtig gerne sehen. Ja, das ist gar kein Problem. Sehr gut. Oh, fuck. Ja, das nennt ich mal Pech, ne? Ja, Natur. Naja. Vor der Kanone erschossen zu werden, fasst sie in der Natur jetzt doch eher selten. Beziehungsweise, sie wurde ja zerfetzt, nicht erschossen, ne? Wer hat den Carlsen noch erreicht, weißt du das? Äh, keine Ahnung. Okay. I don't know. I don't know. Cause I'm Chris Butterfeld. Warum fängst du wieder an zu singen, Alter? Butterfeld. Ha? Der Drink hat dich viel zu wach gemacht. Locker gemacht. Und viel zu gesund. Viel zu locker bin ich geworden, ha? Soll ich einfach wieder so ver... Warte mal, soll ich mal fragen, ob er mir seinen Stock leitet, oder? Den würde ich ja nicht nochmal benutzen, ne? Wo der war... Aber der taucht auch langsam auf. Ja. Ich sag, wir müssen alle zum richtigen Entspannen bringen. Bruder, du weißt noch, wie ich ganz früher war, wo ich ganz neu gewesen bin. Ja, du hast auch was gebraucht. Ja. Ja. Was ich aber bekommen hab, waren... ...gute und loyale Freunde. Mhm. Und Rückendeckung. Und das... ...alles in allem... ...bricht so viel Eis, dass ich mich nicht in irgendeiner Form zurückziehen muss. Das stimmt schon. Oder maskieren. Also maskieren im Sinne von charakteristisch. Ja, ja. Und einfach so sein kann, wie ich bin. Ja, ist auch wichtig, ne? Ja. Bisschen trottelig. Manchmal ein bisschen verpeilt. Aber loyale. Wenn du das sagst, muss das wohl stimmen. Mit dem trottelig. Also über das bisschen verpeilt und so, da müssen wir nicht drüber reden. Du sagst mir, fahr links, ich fahr rechts. Also. Ja. Ja. Oder andersrum. Ja. Aber hey, zu seinen Fehlern muss man auch stehen. Sonst kann man nicht dran arbeiten. Gut, dran arbeiten ist die Frage, ne? Ich bin ein Arschloch und denk mir, hey. Kann ich mit leben? Kann auch damit leben. Hallo nochmal. Hallo. Das Opi, das am Telefon zu mir meinte, aus Spaß. Bang hat das mitbekommen und Bang hat es gar erzählt. Oh wow. Ja, und dadurch kommen wir jetzt nicht mehr raus. Richtig dumm. Na, ich geh mal zur Seite. Oh, genau. Wär besser. Wär besser, sehr gut. Also, einmal B-Lizenz und das Messer. Sehr sehr. Danke sehr. So, kurz mal die Eintragung. So. Jetzt nochmal kurz einen Ausweis für mich. Achso, ja klar. Wir gehen nochmal hier hin. Genau. Genau. So. Genau. So. so dann noch mal die ware bitte einmal die ware habe ich gesagt nur hier bitte schön also das danke sehr schön ist soweit eingetragen bekommen sie auch restlichen daten per post wunderbar gut ja dann vielen dank und dann warte ich mal auf den anruf genau ja gut muss auch erst mal das abklappern was meinen sie genau das was ich meine ja gut ja 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 bei der staatsanwaltschaft was muss man da genau machen die justiz prüft quasi noch mal ihr führungszeugnis und ob die polizei so korrekt gearbeitet hat wenn ich mich wurde mir auf jeden fall gesagt also bei den melden das waffenschein schauen sie sich ja bitte mal an ok genau gut schaffe ich auch noch wunderbar ja schön abend noch ebenso ja fertig ich gesehen das letzte mal vor drei jahren ja seitdem halt nicht mehr seit seitdem den los santos quasi rumhängst ja jetzt aber richtig schönen abend noch tschüss tschüss ein jahr bevor ich nach santos gekommen bin da habe ich das letzte mal gesehen ein marquis läuft noch nicht so lange vielleicht eine halbe stunde ist noch nichts groß passiert also alles cool jetzt dürfte auch das bin ich ja die fehlende sound wenn ich wenn mir keiner spricht weg sein ja gibt es ja da habe ich da ein bisschen und das war wirklich das neues geld warum auch immer vorher hat es immer geklappt keine ahnung es heißt doch vorübergehend oder was 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 peri für heißt nicht vorübergehend ist der beinock geht am arsch vorbei eigentlich so ja da sind wir wieder beim trottel ich die go sie ist da wieso es gibt dinge die muss man ja nicht wissen also peripherie kennst du das vielleicht ist das eine krankheit es ist also peripher bedeutet am rande ok ok geht mir am arsch vorbei meint die ade go es tangiert mich peripher soll das bedeuten ok ich verstehe ich verstehe also beleidigt die oberschicht dann weißt du steht noch was an kommt noch eine oder nö würde ich sagen party oder party 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 mit ey ein auto party ein auto party wer fährt du immer der frau warum immer ich weil das kannst ich fahr den wagen mal rum ne ok hey taxi sowieso also eigentlich kommt mir klassiker nur wieder vor die garage genau leute klingen jetzt auch wieder recht gut beim letzten mal war das ein problem dass beim casino das sound level vom teamspeak zu laut plötzlich war hat auch vorher funktioniert und seitdem war das auch zerrissen aber das habe ich auch wieder gelöst aber keine ahnung sollte mal lichter machen was auch noch 235 dollar ja ich habe genug ja ich habe gerade auch genug einzahlen wäre gut wie viel denn 63 das alte leid ich kann mir schlimmere dinge vorstellen ich bin eigentlich zufrieden so das alte leid zahl das geld ein denn das portmann ist viel zu breit ich halte die schnauze ja bitte du bist auch zu breit ja nee das ist ja das problem der plan wird umgesetzt das plan man wem redest du war so besprochen ach ja das war Kiara ich hab gesagt dass ich vielleicht zur Party hinfahre ach so na dann musst dich doch nicht für schämen oder so mach ich doch nicht ich hab doch alles gesagt ich mein ist doch auch ein lecker Mädchen also schnappst du dir Tiger ja 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 mal schauen Tiger uff bremst was hätt ich sonst sagen sollen das kam so ja los schnappst du dir Stimme Stille Tiger ich musste überlegen nicht mehr Schweinchen sagen oder Frettchen ja nicht schlecht Frettchen finde ich gut schmeiß mal ein bisschen was aufs Konto das ist doch was gleich erleichtert ok und was hat das Frettchen gesagt weißt du was witzig wär nein wenn ich ihn Propellermütze nennen würde wir müssen den mal so eine kaufen eine Geburtserkarte oder so ja und dann aufm Dach stellen ganz oben wir wollten noch was anderes mit dem machen oder genau der Sackwärme der auch noch kennst du noch diese Serie was Carlsen vom Dach boah ne da bin ich raus oh die Hodentasche ja na gut können wir sag mal kennst du eigentlich Utensilien zum Röntgen wenn man sich Röntgen lässt im unteren Bereich des Körpers die halt schützen vor den Strahlung ja welche genau gibt es da ja der klassische die Bleischürze klassisch und außer der Bleischürze ähm keine Ahnung kannst du zum Beispiel Wasser ein Wasserbecken da vorstellen mhm ok er kennt es nicht also wird es lustig bitte weiß ja ja also es gibt es gibt auch so Wände die man da so da vorstellen kann ist aber auch Blei oder halt Wasser mhm willst du mir erzählen was dir immer vorgefallen ist bei dir? kennst du auch Schutzmethoden für ganz empfindliche Stellen im unteren Körperbereich? was? so Taschen oh Gott ich glaub er weiß was ich mein weiß ich nicht ganz und er denkt mir wir spielen doch was an weißt du was genau er meinte? kein Suspensorium oder aus Blei äh ne Hodentasche tatsächlich nennt sich Suspensorium ja das schützt ja alles vielleicht hat man immer was um was ein Eierbecher zu Deutsch er meint aber nur um Sack glaub ich ja ja genau ja gut und Suspension hast ja komplett auch ne ja guck mal ich ich wurde mal geröntgt und kennst du so alte Brieftaschen von so Ömerkiss die du zusammendrücken musst mit zwei so Metallklammern damit das aufgeht jetzt wirds eklig ja sowas musst dich mal über den Hoden stilfen ich weiß gar nicht dass sowas mal umgeht das ist schon ne Weile her muss kalt gewesen sein Junge 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 hab ich mir auch gedacht wenn er noch nicht gehört hab ne dann heißt das wahrscheinlich was also ich hab tatsächlich so ein paar Röntgendurchgänge in meinem Leben durch äh Standard ist äh Schürze ja ja die hat bei mir auch umgehalten die kenn ich halt auch aber das andere das nicht ne auch noch glaub hier sind wir richtig ja das sieht gut aus ja das sieht nach dem Party aus fag am besten irgendwo außen obwohl bei dem Wagen ist es auch egal wenn die Katze reinkommen ja ja ach äh ich geh davon aus dass wir unsere Waffen abgeben müssen wollen wir ihn direkt im Auto lassen wollen wir ihn rein nehmen dürfen lass den Kofferraum kommen fertig ja 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 so eins warte auf was sind aus dem Schuhn die zwei Messerchen ich hab nur eine ach ja das Messer komm die Taschenlampe fang ich auch da rein dann passt das boah scheiße Messer das Briefchen leg ich auch da andere Stiefel zack so boah die Taschenlampe so fertig ich bin mir nicht sicher ja ich glaub der Server ist gerippt ja hat er gut ich hab mich schon gefragt warum alle im TS plötzlich so viele rumgeswifed sind tja blöd ne ohne Tuningwerter gibt es leider noch nicht aber wird bald kommen in der V2 da freue ich mich schon richtig drauf schöne geile Karren anstatt diese ehemaligen Gebrauchtwagen Dinger will doch keiner sowas und da kommt noch eine ganze Menge mehr Features das wird schon verdammt geil also könnt ihr euch auch schon mal drauf holen setzen joa aber das weggepackt ja Drogen auch weg ja warte mal hm fast vergessen so die Hecke passt drauf auf ok gut passt die Hecke auf die Hecke auf ja ich hab noch so ne Pappe dabei oder sowas für den Fall hatte ich die ja ich auch die liegt aber jetzt bei dir im Kofferraum freut er sich bestimmt und der Kofferraum der ist eh geil voller Waffen und Drogen alter scheiße das ist mein Kofferraum ja genau das war's was wir da angespielt haben ja und erst auf ein Spiel richtiger Kartell Kofferraum aber ja aber auf jeden Fall obwohl dafür ist noch ein bisschen zu wenig Waffen drin ne Leiche fehlt noch stimmt stimmt und Schnee ach so den Schnee meinste ja stimmt auch wieder oh Gott jetzt enttäuscht du mich aber Schneemann ja wow ich dränke halt nicht die ganze Zeit nur an Drogen ne so wie du da lachst du ja irgendwie kommt mir das falsch vor oder was sind wir hier gab es nicht auch medizinisches Kokain was ich glaub das gibt es nicht medizinisch was haben das nicht mal Zahnärzte früher irgendwie benutzt oder so ach so das war war das Kokain ne ich glaube nicht war nicht auch mein in in diesem E-Coka Zeug da in diesem E-Cola Zeug auch früher nicht ja doch stimmt da war ja aber Kokablatt Zeug ne also nicht das verarbeitete Kokain ne ist schon noch ein Unterschied ja du kriegst halt da schon so ne Wirkung wenn du das kaufst das Zeug aber verarbeiten ist das nochmal eine ganz andere Nummer okay ich hab da nicht so die Ahnung von klar einfach mal schön Kokain rein pudern perfekt ja die Kokablätter werden ja auch noch da gekaut ne in den entsprechenden Ländern ja wegen um Höhenausgleich zu schaffen hab ich mal gehört ach Blödsinn Höhenausgleich zu schaffen ja die man man sagt ja um um die Höhenkrankheit abzumindern genau das ist einfach nur betäuben wenn nicht mhm okay aber ich kenn das ja auch wenn man Druck auf äh hab ich mich erschrocken äh äh ja ja wie geht's Ihnen ne ganz gut Lachen Sie nicht ich hab mich eh grad so gewundert hä wo kommt die Stimme her kenn ich doch mhm ja notwendig und wie geht's Ihnen ganz gut ja wir wollten grad mal gucken wo hier die Party geht ja sind wir auch grad unterwegs wir waren grad an ihrem Ammonation aber war leider nicht bis jetzt weil der Herr möchte beim besten Ammonation ähm ne Waffe erwerben ah ja bis grad eben hatten wir tatsächlich noch offen ja ja schade ne dumm gelaufen wer sind Sie denn äh Reynolds mein Name waren Sie schon Kunde bei uns äh ja ich hab mich schon eintragen lassen bei Ihnen äh ich glaube ich hab Sie versucht anzurufen uh oder Moment weiß ich nicht ich guck kurz mal nach ich hab mir das ja markiert ja äh Sie waren äh 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 genau genau ich bin der Mann ich hab versucht Sie anzurufen weil äh äh jetzt lassen Sie mich nicht lügen weil Ihr Schein schon durch ist oder wie war das? okay ähm ähm die Herren von der Polizei mussten eigentlich erst noch was unterschreiben ähm das hatte Herr Colton äh vor zehn Minuten gemacht gehabt genau und das hatte ich glaube ich sogar mitbekommen als er das gemacht hatte oh okay ja dann haben wir uns wahrscheinlich gerade so verpasst ja klassisch ja aber das kriegen wir schon hin eben morgen ist auch noch ein Tag genau man läuft ja nicht weg genau genau gut dann geht's ab auf die Party ja erstmal finden wir ich dachten wir eher hier ein bisschen vorne beim Konferen äh da drüben durch die Zorn durch und dann sind wir da okay dann schauen wir nochmal glaub ich also zumindest in der Person so Sie haben ja bestimmt ihre ihre Waffnung Betty dabei was dabei? ich hab Betty immer dabei Party ne ist die Frage also wenn wir von der Security kontrolliert werden dann dann muss ich sie abgeben ich weiß ja aber dann müssen wir wahrscheinlich auch so rumlaufen ne okay ja ist recht zu aber Herr Karlsson wie gefällt Ihnen dann der Name den ich meiner Waffe gegeben habe ich bin da jetzt nicht so ein Freund von Waffen einen Namen zu geben ist auch ebenso ist eher ein Werkzeug als was ja was man am Herzen liegt ach ein Werkzeug natürlich was würden Sie denn dazu sagen Waffe mittel zum Zweck ist ja gut also die Waffe allein ist halt ungefährlich sag ich mal ne der hinter steht ist das Problem am meisten deswegen ist die Waffe meiner Meinung nach nur ein Werkzeug mittel zum Werkzeug ja und mit dem Schraubendreher kann man auch Menschen töten also die Waffe macht nicht die Gefahr aus auf jeden Fall fragen Sie mal einen Polizisten der das ist für den sein Werkzeug was er täglich benutzt die Sache ist ja die die Waffe tötet nicht sondern der Mensch tötet immer ja ganz genau okay der Server ist wieder ja gut ne sind wir ja weit gekommen aber egal Karre ist ja eh weg der schmeißt dann zum Glück ja nicht ganz raus alles machbar wir lassen uns da durch den Spaß nicht versauen ja André das ist gerade nicht so wirklich stabil da noch die gerade mehr an der V2 Version programmiert wird und an der hier gerade gar nicht mehr weil da hier sind zwei Programmiersprachen die zusammen mehr Probleme machen als alles andere und die V2 ist komplett aufs C-Sharp geschrieben und deswegen läuft das dann halt ohne diese ganze Scheiße und auch mit deutlich mehr Features jetzt schon aber die wird halt noch aktuell getestet ne ja würde ich mich nicht ganz irren muss man einen Eintritt bezahlen oder irgendwie sowas keine Ahnung ich glaube nicht keine Ahnung sehen wir dann schauen wir mal schauen wir fangen wir einfach mal nach das müsste jetzt irgendwann links von uns sein im Inneren der Pferderennbahn ah das wird nice da wird ne ganze Menge kommen das Wichtigste das Team was dahinter steht ist halt absolut das Richtige was bei jetzt bei allen Projekten das Problem war wo ich gespielt hatte Mia! Hallo! Guten Tag! Hi! Entschuldigen Sie ich habe Sie verwechselt ja ich habe es auch gerade gesehen Hallo! Wo ist denn da die Party? auf oder in der Pferderennbahn wurde mir erzählt habt ihr die auch noch nicht gefunden? ne nicht wirklich ok ja gut soll aber vielleicht hier einfach mal rum gehen ne das müsst ihr sehen ich schau mal oder auch nicht weil das ja einfach wieder Rap ist ja geil was ist denn jetzt los heute normal ist das nicht so hart vielfing der Party weil zu viele Leute auf einem Fleck stehen naja egal lockt sich doch gerne häufig ein ok ok wenn du das auch nicht wirst hm da müssen wir alle gucken ich würde jetzt einmal hier außen rum gehen ne ich schätze mal wenn wir da schon hinkommen ok da irgendwie lang gehen da schauen wir mal die Brille ist denn nicht verrutscht bei mir das nervt wenn man das auch nicht sinkt ist wo man zeigt das ist auch ein bisschen scheiße was wissen sie auch nicht was mit deiner Brille ja ich muss die die rutscht mir ständig von der Nase also für neue habe ich ja dem Herrn Esteban gut Trinkgeld gestern gegeben ja war ja auch eine freie Hauslieferung ne also war ja auch das Mindeste ne würde ich mal sagen ja also bin ich wirklich sehr dankbar ich hätte bis jetzt nicht die Zeit gehabt um ehrlich zu sein also Trinkgeld fand ich auch nicht schlecht da ich ja ein Date unterbrochen habe das Trinkgeld war mehr an den Herrn Esteban gerichtet weil er die Waffe gebracht hat ja jetzt fängt die sie wieder an auch schön und das Date hätten sie ja fortführen können oder haben sie ja wahrscheinlich in der Form fortgeführt ja aber alleine zum Ammunation das ist halt nicht cool ach ja ja da ah gucken sie mal links hau das sieht gut aus ja gut ja ne ich glaube wir müssen andersrum um zu haus gehen oder da hinten vielleicht oder wir gehen einfach mal hier mitten drüber ne da bei dem Pylonen ist das ganze hallo hallo Diego mein Freund ich hoffe jetzt ich hoffe jetzt nicht dass wir über eine auch hör mal zu ich bring dir ein bisschen Geld in den Laden rein na wir haben gerade geschlossen aktuell ach du scheiße kannst du ja nichts machen aber ich höre gerne wenn man Geld sagt also erzähl mal ein bisschen naja ich habe ich habe hier einen Mitarbeiter von mir von Security der hat jetzt alles auf ok dann musst du nur noch Waffenschein von dir kaufen und ein Waffe ja äh ich bin gerade auf dem Weg zu einer Party direkt deswegen gerade schlecht aber ich kann jetzt auf jeden Fall zurückrufen meinst du das von Federnbahn ja genau ja ich bin da auch also komm dann einfach hier hin und wenn du hast keinen Bock mehr dann kommen wir einfach mit gut machen wir das so ok da hat es mein Spiel gerade gereckt gut warum nicht ne wenn der Server uns nicht rausschmeißt dann ja da sagt Rage halt eben ne tschüss cool also ich läd den Rage deutlich schneller nochmal als GTMP Gott sei Dank das war schon immer ziemlich nervig ja heute läuft richtig Maki das gebe ich dir recht ein Träumchen ist das aber man ist Schlimmeres gewohnt sag ich mal von Anfängen Alternate so oder auch teilweise True Life aber Alternate war noch schlimmer wo alle Aktionen im Menü tausend Jahre gebraucht haben deswegen absolut nichts möglich war und das war noch viel behinderter so dann können wir uns auch gleich einloggen wieder ich würde sagen das geht von der Zeit auch mal klar so Hi Hugo vielen Dank für deinen Host ach komm schon alter jetzt kann ich die scheiße nochmal neu starten alter weil er den Skin nicht korrekt geladen hat meine Fresse ach kurz den schönen Rage Cache Resources löschen vom Server weil das irgendwie dadurch verursacht wird so und Rage nochmal starten na komm schon ja heute ist äh ja ne weißt schon was ich sagen will ist toll das Gute ist dann sind die nächsten Tage besser und kacken einen nicht so an Außenkont eh immer das auf einmal weiß man doch ja genau so toll wie die Kreissägen in Limbo ja genau so toll wie die Kreissägen in Limbo das war auch lustig und falls ihr euch fragt warum ich jetzt äh wenig Musik oder bis gar keine Musik im Hintergrund durchspielen lasse ist ähm ich will die ganzen Sachen auf Dauer erhalten und dann auf YouTube stellen und äh ja die blocken das halt dann komplett weg wenn da irgende nicht Gamer freie Musik kommt deswegen wart mir weniger Musik aber dafür mehr RP sagen wir mal ich könnte es natürlich auch dann 15 Minuten Videos unterteilen lassen dann sind halt nur diese 15 Minuten wo dann mal Musik war entsprechend im Arsch jetzt sind es auf YouTube aber ist auch nicht so optimal schauen wir mal wegen sieht Dirk jetzt wieder so aus wie er soll also die Limbo muss ich auch nochmal wieder spielen schön aufregertitel das ist schon verdammt lustig eigentlich mit euren euren Bossen los ich hab keine Ahnung ich hab Mo auch schon lange nicht mehr erreicht also ich versuche es jeden Tag ein zweimal Otis habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen also ich versuche es ständig anzurufen aber irgendwie die naja lass uns mal reingehen würde ich auch sagen wisst ihr wo diese Party ist? immer der Eingang ja ja ich bin vorne und dann durch holy crap schon umhergelaufen hast du ja richtig gelohnt oh hi hat sich ja richtig gelohnt um mal rumzumachen aber was ist da auf der Party? brauch ich da Geld? keine Ahnung keine Ahnung 50 Dollar wurde mir gesagt ich hab 54 cool kann ich was trinken? das ist voll rüber man ohne Scheiß wie das ist es denn keine 50 Dollar wert hä allein bei mir kostet die Kasse Kasse des Vertrauens und so ich verkauf zwei Bier dann hab ich das schon wieder drin ja auf boll dein Hut ist jetzt bisschen schief ich hab den ja auch nicht dabei ach das ist es ich hab dich noch nie ich hab nicht ohne Hund gesehen deswegen dachte ich aber es stimmt ja nicht das ist fett wer weiß nein das ist besser so okay hier muss man vorsichtig sein da hin oder da wir gehen dann auf die Fahrtseite ja was unser Gehen komplett ich hab ihm mal den Hut ne manchmal zeigt er halt nicht korrekt an dachte er sich auch ausmesehen deswegen ich geh ganz hinten hin dann fangen sie die ab die von hinten kommen auch kein Problem ja wir sehen zum Glück die die von vorne kommen und können den ausweichen ja hoffentlich hast du uns was mitzuteilen? ja es ist Stress um hierher zu kommen man ja es sollte vielleicht ein bisschen besser beschrieben werden oder wäre ganz gut gewesen da stand Innenhof Casino mehr nicht ja das ist ja wie ja Innenhof Rennen waren würde ich sagen nicht Casino ja vielleicht klingt Casino besser wie ein Flyer deswegen bin ich auch erstmal Richtung Casino gegangen ja ja gut hier laufen wir direkt aufs Wasser zu ja dann einmal rum so vorne laufen wir dann wieder zusammen oder was? warte mal kurz dass die anderen aufschließen könnten ja dann sagen wir dem lieber mal wer da rumkriecht ne? das ist nicht irgendein Scheiß drum mit grünem Hut Käppi ist der Oberstaatsanwalt ne deswegen hab ich das in grad das Gespräch komplett abgebrochen gehabt als wir da standen und der andere ist auch irgendwie Staatsanwalt oder so deswegen an Sicherheitsheimer ne? wenn ihr irgendein Quatsch redet am besten gucken das ne? und so ja dann ganz kurz die Frage wer bist denn du? das ist Chris ich bin Chris achso das ist Chris hallo Chris sehr 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 guter Freund von mir also voll vertrauenswürdig auf jeden Fall okay äh Simon Tyler und pfff hallo? Sina Sina ja Sina ich hatte irgendwie äh ne Kiwi ja doch richtig Kiwi? Kiwi ja Mooskopf ja Mooskopf ne so nennt mich keiner naja gut der der hier ja haut ihn einfach ein bisschen ist schon in Ordnung ey 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 keine Gewalt das war doch nicht der Jäger oder? darf ich den Horn gehen? nein ach der hat schon genug gefressen in letzter Zeit der ist verkommen der ist verkommen die letzten Tage irgendwie zwei, dreimal einmal ein Piekse mit Messer mach das aber wenn du nicht grad in der Nähe bist ja ja lass uns da jetzt erstmal hingehen zur Hölle ja jawohl jawohl meinst du sind Fische drin? also ich noch was wie das Gewässer riecht ob ich es schon zehnmal umgekippt ja schon auch wieder sind da noch Fische drin? oh Gott ja vielleicht Goldfisch oder Felste Alter was interessieren mich die Fische an einem Teich man? von ner Bratwasserfische weiß nicht hast du nen Fisch im Kopf oder was? ich kann ja gleich nen Fisch ins Gesicht malen was hältst du davon? nicht viel ja dann Schnauze halten du hast gefragt also bleib mal ganz flockig und du gehst nochmal antworten also ne? Telefon ich bin fast da Ausrede ich hätt's auch gesagt äh ne ne es schleimt da gleich wieder pass auf ciao auch gleich geplanen können oh oooohh Zaun ach man ich kann's so einen heute nicht mehr sehen Mensch ja aber geht doch da geht doch vorbei ja ja endlich na dann naja komm lass mal ja komm abend ich mach Ausweise und 50 Dollar guten Abend hallo wie kommen wir rein in dem sie mir zuerst einmal bitte ihren personalausweis zeigen ja sind der Herr ich bin der Herr Schwarzer Herr Schwarzer genau geht im Endeffekt nur darum dass wir ihren Namen auf die Gästeliste bekommen bitteschön wunderbar bitteschön wunderbar und dann bitte noch einmal die 50 Dollar ja wunderbar krieg ich den Ausweis wieder den brauche ich wieder danke bitte sehr dann noch einen schönen Tag ebenfalls und einmal bin ich heute zu meinem Kollegen hallo guten Abend nabend an sie einmal die 50 Dollar eintritt einmal hier den Ausweis äh eigentlich warte ja Moment was ich sollte noch 50 Dollar bezahlen ja gut ok er meinte soll ich zu ihnen dann werden die nächsten wahrscheinlich auch kommen hm wahrscheinlich na gut dann mach ich das jetzt bitteschön bitteschön haben sie irgendwelche Waffen dabei nein alles im Auto gelassen sehr schön dürfte ich sie trotzdem einmal kurz durchsuchen selbstverständlich dann bitte der einmal da rum ja dankeschön und jetzt äh Johnny erzähl was was machst du hier was äh tust du hier was äh selbstverständlich ja was ich mache das sieht ja schon ganz cool aus was die hier hin gebaut haben ne hat doch was so ein Air Race mit diesen Dingern da ne das wäre auch Porno so ein Air Race mal veranstalten lassen wäre mal eine Idee für eine coole Veranstaltung hm behalten wir mal im Hinterkopf ich hoffe mal dass diesmal keiner die Party springt weil er blöd rum ballert wie ein Idiot aber das werden wir halt dann sehen ne hm hoffen wir einfach mal das dauert halt wieder ewig bis alle durchkommen ne durch die Kontrolle 50 Dollar kann man mal machen ist auf jeden Fall träglich geiles Gefressbuden Diego geht erst mal was ordentliches zu beißen holen mit viel Salz brauchen wir ja noch um den Kater auszukurieren ja das ist dann wohl ein bisschen gesoffen und dann noch mehr da bist du ja auch wieder ja klar warum auch nicht ja eben oh die müssen ja nicht von unten von mir kommen ne die Waffen Maki da gab es ja noch einen anderen Waffenhändler erstmal boah der pass auf wir holen bei der Fressbude ich lasse mich aufgrund von Paul kommt nicht rein ja aber wir wissen die Gesichtskontrolle nicht durchgelassen zu hässlich wir wissen wir können gleich wieder was zu fressen holen mit möglichst viel Salz oh ja so ein Burger wäre geil alter boah so ein so ein ob die Rollenmobs da haben boah ne ii ne die zusammen einfach auf dem Burger ein bisschen mehr Salz drauf machen die Welt ist gut Burger mit mehr Salz das finde ich gut ja genau das meine ich boah ich da ui blenden die na aber weißt du was ich gedacht hab als ich das Ding da gesehen habe Air Race wär das geil? das wär na kannst du fliegen Helicopter ja Flugzeug noch nicht kann sich ja noch ändern lass mal zur Musik gehen hören was da so läuft zum Musik gehen hören wir müssen erstmal was essen hier ne wegen Salz und so Salz und so ja ok dröhnt noch ein bisschen mal Mund mehr aufhören hier ist Joida was geht ab? ja auch nicht viel selbst ja auch nicht so viel hast du schon hier ja auch nicht so viel hast du schon hier auf jeden irgendwie ja gut dann eben doch Musik wieso ich hab ja noch was ich hab ja noch was ich hab ja noch was ok das geht denk du kannst nicht in der RP sagen jo alle können jetzt ein Flugzeug fliegen ne ich bin einer der sich im Flugzeug fliegen lässt und Helikopter fliegen kann weil ja weil ich mal gelernt habe im RP beziehungsweise in seiner Form geschickt ja aber das ist doch keiner hä? oder stehen hier alle Schlangen davor? ja oh fuck man scheiße ok ja hier liegt ja auch dein Arm an der Sprache und so oh my god die gehen aber mit Absicht nicht rum ja warte ich glaube es war so ich bin sauer das war Becker das war nicht der Becker Leute ist hier die Stange von Foodstand oder was ist hier los? ich stell mich da das Fan vor gibt's hier was zu futtern oder wo gibt's das? ne leider nicht hier gibt's was zu rauchen ok ja grad nicht man aber danke fürs Angebot Hessen kannst du bei der Frauenpinkenstadt bestellen naja warum glaub ich denn nicht? frag doch jo frag doch einfach nochmal he he alles klar he 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 ich habe übrigens naja lady naja wo ist Chris hin? hey Svenny du hast Grundschaft ich komme äh ist der abzappeln gegangen oder was? äh keine Ahnung bitte? oh Gott werden wir sehen so viele Stimmen ja ja wir haben wir haben Geschwund irgendwie haben wir unseren Kumpel verloren hi Diego bist du das? ganz genau hallo Diego na wie geht's? was treibt dich hier? der Hunger oder der Durst? hierhin der Hunger ja gestern was gezächt und so ich brauche irgendwas wo ein bisschen mehr Salz drauf kann was habt ihr denn angeboten? wo ein bisschen mehr Salz drauf kann? ja ja also ich kann dir Hotdogs Hamburger oder Tacos anbieten mhm boah wenn dir ja Burger kannst du dann nochmal eine extra Scheibe Käse drauf hauen und bacon? auf den Burger? ja äh warte und halt nochmal äh jo noch einen Schuss mehr Salz dann ne das wäre ganz gut mach mal zwei daraus Kumpel von mir braucht auch was jo mach ich ähm genau Joko so judi dann mach das einmal 20 Dollar bitte ja 10 15 20 ach was solls würdeschön der Rest ist für dich vielen herzlichen Dank Diego gerne so und dann zwei Burger mit extra Bacon und Kiesel und nochmal Salz und extra Salz perfekt bitteschön vielen Dank ganz vielen Tag guten Hunger und viel Spaß noch dank dir auch ebenso ne komischen Weihnachtsmänner sind hier rumgelaufen und haben geschossen im Krankenhaus waren maskierte da gab es dann noch ne Schießerei also bitte was davon habe ich nichts mitbekommen das ist völlig an mir vorbeigegangen ja seid froh also wirklich was ist noch passiert außer das Krankenhaus jetzt das habe ich nicht ganz mitgekriegt ja wie gesagt drive-by im Krankenhaus ja okay ja also äh ich war gerade zur Toilette in der Zeit ist sonst passiert also ich war schockiert ja wär ich auch ähm ähm dann war später nachdem das alles sich einigermaßen gelegt hat war halt Roxy allein im Dienst im Medical Center und dann ich wollte sie halt nicht alleine fahren lassen bin mitgefahren ja da war da halt einer im Weihnachtsmannkostüm der hat dann rumgeschossen ähm waren zwei Officer verletzt äh dann waren die im Krankenhaus ich war dann halt mit Roxy mit dann kamen zwei Maskierte ja ins Krankenhaus äh dann kamen die anderen zwei Officer die noch nicht verletzt waren die waren nach dem Vorfall mit denen dann auch verletzt und da waren wir erst haben wir uns im Krankenhaus verbarrikadiert äh dann sind wir ins PD und äh ja das ist Chaos pur gewesen ach scheiße ja das ist auf jeden Fall nicht gut und der Jäger ist die ganze Zeit mit ner Waffe rumgehauen warum bist du ein Idiot glaub der hat sich dann besser gefühlt jaa der fühlt sich jetzt besser glaub ich ja äh äh ob das ihm hilft da bin ich noch nicht überzeugt aber naja mhm ok 4500 weißt du ich treib ihn das halt eher in sein Ende ja gut in erinnerst du jetzt einen Wagen ja es ist ich verstehe nicht warum man nicht immer so brüllen muss ja naja ja ich freue mich ob das jetzt echt ein Abzappeln ist oder der ist scheißen ja doch den Gebräu was wir uns gedenkt haben ne den Hangover auskotzen wahrscheinlich oder den Hangover Drink auskotzen ja das kann gut sein oder ausscheißen nach dem wenn man es nicht so richtig vertreibt ne ja ja uff ich sag doch ich ich setz euch lieber ne Infusion nein nee das war gut wir vertrauen auf das was wir schon kennen ja das war auch gut jetzt kommt gleich das Salz noch dazu ich hab ja schon zwei geile Burger hier mit Käse, Bacon und extra Salz ja lecker lecker extra Salz? ja für den Organismus gegen die Mineralien und so hallo Anweisung von Carlson wer war das jetzt? äh das war Seg ok hm ne aber das war gestern wie gesagt Horror ja hallo Colin ja es gibt doch Arschloch Tage ne hm ja was treibt dich denn her der Hunger oder du? Alter was ist denn hier heut los? das freut mich auch ach im Moment hat dein Magen eher Lust auf Hot Dogs, Hamburger oder auf Tacos? guck mal was ich Chris erreiche ey die ne ich hab den gesagt pack die pack die Waffen äh habt ihr ihr habt bestimmt keine Waffen nein wir haben keine Waffen mit zack umgedreht und oh scheiße hey Ila bist du schwanger? oh Gott wie siehst du hier rum? ich bin jetzt kriminell ich muss meine Tattoos flexen ist er wo ist er? ich hab's gehört wo ist er? was das für eine Wortwahl Junge ey das ist ja nie in meinem Bau was? ja ich war bis heute im Bau dein scheiß ernst? wo ist dein fucking Hemd geblieben? hab ich eingetauscht ich hab ein bisschen Seifen ja sag ja wo ist er? die bring ich sehr gern mit auch Herr Jäger so einer das wusste ich ja gar nicht mhm was hast du denn angesprochen? bei der nächsten Führung bei der nächsten Führung müssen sie mir das sagen mhm bring ich jemand mit ich hab nen Freund mhm ja sie haben ja sehr viele Freunde oh ich hab verdammt viele Freunde Herr Jäger mhm Herr Jäger wollen sie die großen Männer reden lassen und äh platzieren gehen? ja sie können reden ich höre zu wolltest du nicht einen Jäger anrufen und warum hattest du dann auf einmal meine Antworten das ist nicht mein Gespräch hier bin ich raus Jäger ey also ja die die großen Leute bleiben halt ach dies und jenes Digo dies und jenes aha wieder beruhigt? Diggi willst du auch was sagen? kann man dir helfen? gut Typ die ist grad am Telefon die ist grad am Telefon das ist ne Kumpel von mir also ähm hier der ist vielleicht ein bisschen sauer ich hab ihn entführt achso mhm nein gibt es da einen Grund für? ja ja ich merke dass er hier zumfällig vorbeiläuft hast du deswegen gesessen? ja ja klar hast du mitbekommen was ich gesagt hast du weggegangen bist Carlsen? nein die großen Männer bleiben mhm pfff ich glaub der mag dich irgendwie nicht mehr ja das ist kein Problem ne ich nicht nein ich bin da raus eieieieiei aber auf so ein Mimimi hab ich keinen Bock der soll sich ficken der soll sich ficken was ist denn jetzt mit dem Unicorn eigentlich? was sind das für Töne ey? was ist los bei dir? ist da raus oder alles gut noch? ne ich bin noch drin alles cool ach bisschen illegaler Waffenhandel bisschen in Führung und bisschen Körperfalle zu ach was du hast das verteilt in der Straße das ist ne ganz an nein was denn los mit dir? so hab ich dich nicht kennengelernt mich kommt mir auch ein bisschen komisch vor du meinst doch alles hier so ne rock solid sag ich nur immer schön hinten rum und so weiter das beste Unternehmen überhaupt und ich möchte das hab ich verdient dabei also arm bin ich jetzt nicht ne ich möchte ja aber klang am Anfang immer anders ich möchte Industriemagnat werden oder weißt du was weißt du wenn du Industriemagnat investieren ja du kannst nicht Industriemagnat werden wenn die Cops dich von Anfang an ficken wollen wieso wollten die dich von Anfang an ficken? ach bei der nach der zweiten komischen Überfall auf Ammonation haut mit der Böhm an Kopf ja selber schuld sie haben ja keine Security ja gut das war glaub ich eher gegen Murgericht als gegen Digger ach das war das ach da war so viel alter mit den Cops weißt du wir haben versucht denen zu helfen so gut wie konnten alter also wirklich ne ich hab Geld fließen lassen in Richtungen und so scheiß aber ey am Ende keine Ahnung alter dann immer nur da und da mit den Schultern gezuckt so aber wenn sie was braucht im Unicorn ey da waren sie sofort da alter direkt mit 5 Streifenwagen kennst du doch das übliche da ist er guter Bullshit tja so ist das halt und sie? sie haben nicht den Eindruck zu zahlen oder wie es sieht es aus aus wir waren doch schon drin wir waren doch schon drin wir waren doch schon drin wir waren doch mal deine Meier und die sorry Hallo Kiara wir waren doch mal woanders in der Ecke gehen das ist grad hier ein bisschen laut naja lass mal da hinten zu nach vorne genug Tattoos hier geflext hab so ein Pater in dem Knast gelernt weißt du ach man man ich glaub hier ist das ein bisschen mehr Ruhe aber ihr müsst gucken ob ihr mit mir gesehen werden wollt vom Jäger ne illegaler Waffenhandel steht aus ich rede ja noch mit jemandem also was soll der scheiß was du gehörter ist deinem das ist mehr als genug Grund für die Alter ich hab's grad nicht mal gewusst dass du ihn entführt hast das wusste ich auch noch nicht hab ich nur so Orge gekriegt so waaat ach was heißt entführt der ist nur mein Wagen gestiegen danach ist jemand dazu gestiegen hat ihm vielleicht die Pistole an den Hinterkopf gehalten musst du machen als vergangenes Brot Verhandlung steht ja noch aus oh man ey ich dachte du wolltest sauber bleiben hat ja gut funktioniert ich kann dir sagen der will an deinen der will da an deinen Laden ran und dir den wegnehmen hundertprozentig ach soll er doch darauf wird er jetzt hinaus tja Pech gehabt ne aber dass du so abstürzend so rumläufst hätte ich nicht von dir gedacht du den kenn ich nur im Anzug und so'n Scheiß ach es ist alles gut alter es ist warm nur noch die Alkoholflasche in der Hand ich hab nur gelernt die Stadt hat mir beigebracht Dinge härter anzupacken weißt was ich meine ja aber das kann man auch aus dem Händ raus oder nein kannst du nicht scheinbar ja du kannst es halt sonst nur kurz mal weggucken und Hand aufhalten ne es ist halt auf der Straße anders naja das stimmt tja blöd gelaufen ja das stimmt wohl das stimmt wohl na was willst du machen hm und sonst ich bin grad echt doch immer what the fuck da steht ein anderer Mensch vor mir ja ist ne Zeit vergangen ne seitdem wir hier angefangen haben ja komm die paar Wochen ey ja die paar Wochen die paar Wochen ist ganz schön viel passiert ja gut da kann ich nicht mitreden da hab ich nicht wirklich was mitbekommen von du hast du halt dann sehe ich Probleme hattest wohl ne ne alles gut mhm das hört sich nicht so an ne was du mir erzählst ach ich bin freier Mann du erzählst oh die Polizisten dies und das und deswegen hab ich den entführt und mhm alles gut ja ja ist klar wie gesagt das war was ganz anderes gut ich bin mein freier Mann was willst du mehr weißt was ich meine ja aber auch erst seit paar Stunden das stimmt ja und wie ist es im Knast hier hart ja musst du mir 7 Tattoos stechen lassen ne und äh Jungfeuchigkeit auch verloren ne alle in deiner Arschfalt ne ich hab dreimal angefangen Crack zu nehmen und wieder aufgehört ne ich verarsch dich doch im Knast Crack ja wird schwierig glaub ich ranzukommen aber weißt du das denn ich weiß wie's Chromium ist da ging's einfach aber hier stell ich mir vor dass das schwierig ist ja ne ne man der Jäger ist ein Arschloch und der ist ja das ist ein ganz ganz komischer Typ naja ach der ist ein naiver Typ der Jäger steigen sie in meinen Wagen wir fahren eine Runde ich möchte jemand vorstellen ja ja Herr Duchov ich steig in den Wagen kein Problem der ist einfach der Colton hat sogar versucht ihn daran zu hindern ne boah der ist einfach gestiegen boah der hat mich an die Stirn doch er ist doch nicht mal der Führung Alter er ist ja freiwillig mitgekommen richtig deswegen bin ich auch frei ey ihr hättet nicht mal die Waffe benutzen müssen richtig hat er wahrscheinlich noch nicht mal das ist ein klubbisch schwieriger sowas wisst ihr auf jeden Fall mit wem ihr Geschäfte machen müsst ja auch wenn die Polizei so gucken was für Geschäfte mach ich mit deinem Oberstadtanwalt ja ich weiß doch dass ihr mit ihm auch zu tun habt er hat auch eine Waffe bei uns gekauft Punkt und der schaltet halt die Leute guckt ja mal ne dass alles sauber ist wir treten dem auf die Füße damit die Waffenscheine durchgehen mehr machen wir mit ihnen das lustige ist er hat eine Waffe am Tag danach gekauft wenn man nämlich währenddessen erzählt so ja er wollte sich morgen eine Waffe kaufen und der Jäger ist ein bisschen zu spät und selbst wenn die Waffe hätte ihm auch nichts gebracht vor allem der schießt sich hüpfen selber ins irgendwas anderes ja 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 aber ne naja ok ok du bist allein hier oder was ist los naja ich bin bin aus dem Bau hab ein bisschen rum telefoniert aber keiner war irgendwie da also dachte ich mir ja dann geh ich hier auf die komische Scheiß-Party ok ich mach's im Bau naja lass mal gucken wann noch so geht das das was heißt wie siehst du aus der Diego sieht auch nicht viel besser aus was ich weiß nicht unter den Häcksler gekommen und möchte gern Pullover also Diego sieht nicht viel anders aus als sonst eben scheiße aber dich hab ich anders kennengelernt im Anzug und sonst was ich trage ja immer noch Anzug aber heute bin ich privat und bin ich unterwegs und das ist recht warm geworden ich hab dich privat auch im Anzug erlebt das war nicht privat das war geschäft ich war das privat früher hatte ich kein Privatleben früher hatte ich kein Privatleben als wir zusammen äh als wir zusammen äh als wir zusammen äh und auch nicht na bitte na wie geht's dir Diego hier äh soweit ganz in Ordnung wir haben nur grad ein bisschen Stress so äh ok in wirtscher Hinsicht ja Helikopter und Autos ja ja habt ihr das angestellt oder ne die drehen hier grad momentan bisschen durch keine Ahnung was los ist ok sonst hätte ich gesagt komm doch mal auf die Party welche Party hier beim Stadion hier bei Pferderennbahn mitten drin ach ok da laufen interessante Leute rum wenn du verstehst so naja die Hälfte ist ja schon wieder draußen was meinst du naja Besitzer wenn wir die Unicorn ne ach was mhm der hat mir grad auch erzählt dass er im Knast war na siehst du mhm nur Diego ich möchte nicht unhöflich sein ne nö alles gut klar ich komme an dass ich die Hand gleich brauchen werde ja alles gut pass auf dich auch ok ja du auch bis gleich ciao ja wirst du mir dein Freund nicht vorstellen ja was meinst du ihn denn er steht hier rum hört mit ganz komischer Typen sind aber ich hab ich hab was gedacht na was kann man tun man na brauche ich mal vor euch was zum rauchen ne grad nicht man Herr keiner ne tut mir leid bin grad erst aus dem Bau raus ha scheiße bisschen riskant würde ich sagen ist das Knastbruder der weiß was abgeht ja scheint so aber hier naja ich weiß ja nicht ja was für Idioten das ist mein Kumpel Chris Chris Butterfeld so äh ich bin gleich mal wieder da Diego dann mach mal jo ja ne wir können dann schon verdammt lange also ja 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 der Chris mhm und der arbeitet bei euch der arbeitet nicht bei uns nah einfach nur ein Kumpel muss ein bisschen lauter gewesen glaube ich Chris ein bisschen leise was wär ja bist du ein schüchterner Chris hm gelegentlich warte du bist ein schüchterter hm gelegentlich hm wie kann man gelegentlich schüchtern sein mir hätt's auch interessieren ja hm Diego weiß wie ich bin bei Fremden da bin ich immer ein bisschen ach das meinst du ja ja also ich bin kein Fremder ich bin ein Freund von nem Freund ja das erfahre ich ja jetzt grade also da der Bierspawner grade da war ja ach ja ach scheiße so erstmal schönes Bierchen Prost die Party ist aber auch todlangweilig ey mal sehen so viel hab ich noch nicht gesehen bis jetzt er sieht sehr viel grün und sehr viel oberkörperfrei scheiße ja ich weiß auch nicht ist das irgendwie jetzt so naja suchen die nen Partner irgendwie oder so nen Typ mit andern oder ey sag mal kennst du nen Milo nen Milo naja hm sagt mir nix hängt häufig am Stadtpark rum hat auch nen Waffenschein weil er ne Knarre hat hm fällt mir jetzt auf jeden Fall nicht ein ja ja genau meine Freundin hm wenn der irgendwie mal die Tage bei dir auftaucht um ne Waffe zu kaufen weil er keine mehr hat ja aha verkauft immer lieber keine weil er steht auf ein paar Listen hm ich bin ganz ober hm paar Leute sind sehr sehr sauer auf ihn haben ihm vielleicht die Knarre abgenommen aber der ist irgendwie abgehauen was hat er denn getrieben? ach das hat dies und das und die Cops geredet aha kleine 31er ja das kriegt ihr nicht allein geregelt? ne ne doch klar nur könnte er sich vielleicht ne Waffe kaufen wollen nachdem er jetzt keine mehr hat aha also Milo heißt er ja? hm Milo ok ganz komischer Typ ja wenn du das sagst oh die Stadt ist voll von 31ern scheiße tja nix machen und dass die Cops wirklich was mitbekommen ey furchtbar hm wie soll ich gestern war der Juli kam noch auf ne? warst du im Knast oder was? ja ja ach haben die Jungs halt alleine gemacht ok naja aber da muss ich auch wieder mal die Zügel anpacken irgendwie lief's gestern wohl nicht so tja war nicht so doll wieso? weiss ich nicht hab nur mitbekommen dass es wohl nicht ich hab noch nicht mit ihnen geredet hm nur mitbekommen dass es nicht so doll war ne gut ich muss mal mit jemandem quatschen ja was hast du denn noch vorholt? ähhhh Falk genießen ich möchte nen Burger essen opo opo ich hab uns nen Burger holt Chris ne wir müssen gleich was fressen mhm mit Salz mit Burger? ja auf jeden Fall super ok tch ja ja gestern genau ein bisschen gegen Saufen arbeiten genau eiii macht man doch nicht ach klar macht man das und zwar in großen Mengen na gut dann will ich dich auch nicht länger aufhalten ne? schönen Abendessen ja das ist nicht so wie ich viel geplant hab ne? oh da gibt's bestimmt irgendwas naja 100 pro tanzen sie da mit Taschenlampen oder machen sie das? ich wollte dass sie hier mit Taschenlampen reingelassen haben kann sein auch niederschlagen ok aber naja ich mein wenn die hier Drogen drin verkaufen dann ich will ja nix sagen das ist halt echt hart dumm richtig gut die Security ey ja wenn dann würde ich das gucken dass die Security das verkauft das wäre viel schlauer zahlst ein bisschen und ist gut naja richtig naja komm rum Chris du kriegst nen Burger ja wo mach's gut mit ja bis dann ja ciao den brauch ich auch ey ah ok dann ein Whisky für den Herrn kommt sofort bitteschön ja danke da ist doppelt Käse und fett Bacon drauf und Salz oh du weißt wie es mag oh ja so warte mal es war ein bisschen kalt schon geworden aber bitteschön boah ach der ist gut war ein bisschen salzig halt aber ach geil gerade für dich ein Whisky bestellt hat und bezahlt hat das riecht wie Croster Bacon mhm ach das ist gut der Käse der ist auch gut zerlaufen ey boah ja auf jeden ja geil ist auch gut dass der ein bisschen abgekühlt ist ich mag das nicht wenn der Käse noch so verläuft ja auf jeden Fall boah geil was gibt's nicht du der Burger ach fuck bin ich ertäuscht ja ich hoffe dass der Jäger uns nicht jetzt auf den Sack geht weil wir mit dem gequatscht haben ach quatsch hallo der hat den Immunation äh Nord ne Immunation geleitet das ist äh Vertriebskollege gewesen mhm aber ich werde dem Jäger mir nochmal vorknöpfen und sagen wenn er hier Party machen kann ne kann auch arbeiten warum hab da die Kreuze noch nicht gesetzt ach ist es auch nicht wille wo ist er denn Wollen wir nicht mehr direkt mit dem quatschen, das ist doch... Ja komm, wir suchen uns den jetzt. Genau. So krank kann er ja nicht sein, ne? Wer fragen kann, der kann auch arbeiten. Ich glaube, da vorne ist er, oder? Da vorne ist er doch. Jetzt, wo ich hier... Ab. Vollinvalide bin. Äh, also ich denke mal... Bin ausgeschlaft, nach dem ganzen Nachtaktion... Schon ein Geschäftspartner. Ja, 13 Uhr, 14 Uhr vielleicht. Aber Konkurrenz wohl eher. Äh, wollen wir mal kommen, ich hab' beiseite gehen. Ja, wollte ich grad sagen. So, was für'n Partner haben wir da? Schon besser. Ganze Zeit, seit ich hier bin, unbekannte Anrufe, toll. Äh, nein, nur frage, ob sie noch einen Geschäftspartner bekommen haben. Ach, blöd. Ja, der hat doch schon das Alienation am Stadtpark da. Mhm. Der ist der Teilhaber. Und deswegen müssen wir mit dem halt auch mal kommunizieren. Aber aktuell ist es natürlich für uns sehr angenehm, dass er da geschlossen ist. Ja. Was? Wo ist der? Also die Frage, wie lange das so bleibt. Deswegen hab' ich abgeworfen. Irland geschlossen, oder? Ne, ne, der... Äh, Norti, ne? Ich hab' nichts von da anschließend gesagt. Ich sagte das. Sein Name ist ja gerade geschlossen, das ist von uns natürlich sehr angenehm. Nein, 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 der ist nicht mehr geschlossen. Bitte was? Magst du mal ein bisschen lauter sprechen? Der ist nicht mehr geschlossen? Mhm. Seit wann? Ja. Hallo, mir teilt die auch. Man verbraucht, Mann. Ffff. Du hast bloß keine Kippenbar. Glaub ich. Mhm. Ist ja interessant. Sondern ja auch unbekannte Anrufe sollen, der Scheiß. Wie kommt's? Sie auch? Sondern es sind nicht mehr. Karlsson, Emination Süd. Nicht so eine räuschliche Gewalt. Hi. Ne, 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 ne. Ja, bis später. Jo. Ja, ich auch nicht mehr. So, wo waren wir? Ja, dass sie unbekannte Anrufe bekommen, äh, die, ja, die sind, äh, sozusagen angenehm, im Gegensatz, äh, zu meinen Anrufen. Wieso? Oh, äh, Kopf ab, Absteche, äh, Langspotze, äh, seit ich hier bin. Dann machen Sie doch einfach das Telefon mal aus. Hab ich schon. Was sagen Sie davon? Ja, aber ich muss noch, das Problem ist, ich war, äh, ich muss noch mal für einen anderen Anruf warten. Nein, müsst ihr hören, Sie. Na, was geht? Ja, dann hat der Anruf halt vielleicht mal Pech. Genau, man muss halt manchmal im Leben warten, ne? Mhm. Naja, äh, um jetzt nochmal drauf zurückzukommen, äh, wir haben nur geschäftlich über den Ammunation mit dem Herrn zu tun. Wir haben gerade eben erst erfahren, dass sie entführt wurden von ihm. Ja, weil er ein bisschen den Knast von innen sehen durfte. Wie bitte? Was? Durfte ich sehen? Er durfte wohl den Knast von innen mal ein bisschen begutachten. Ja, also, ich könnte Ihnen jetzt ganz, ganz viel erzählen, aber es ist ja ein laufendes Ermittlungsverfahren. Ja, verstehe mir natürlich. Also, ich habe ihn kennengelernt im Anzug und da hat er mir was von Geschäften hier und da und blablabla erzählt. Ja. Äh, ich war gerade eben sowieso total geschockt von wie er hier so rumrennt, äh, auf jeden Fall abgestürzt. Ja, tierisch. Sagt Ihnen was, äh, Plex Solid oder Stone Solid? Ja, Rock Solid. Rock Solid. Rock, ja. Rock Solid. Pass gut. Ja, Stone passt, ja. Ja, Rock Solid sagt mir was. Natürlich. Moment, Jäger. Ja, wo sind Sie? Sein Ernst? Hm. Naja, wir machen eine Rauchen. Oder auch nicht, ich hätte Kippen kaufen sollen, scheiße. Was, keine? Soll ich ja nicht, muss mich entschuldigen, wieder in den Dienst. Ja. Aber wir müssen ja noch sowieso ein Gespräch führen, das war ja letztes ein bisschen schlecht. Genau, aber Sie werden sich wahrscheinlich melden, wenn Sie mal Zeit haben. Ja, okay. Dann vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hier, warte, ich gebe dir eine. Warte. Guck mal. Ah, danke dir. Wollen wir mal kurz bei den Rockern? Hallo sagen. Ihnen gerade wurde ich weggeschickt, weil die irgendwelche Interne hatten. Dann hat er mich angerufen, ob einem was Wichtiges war. Entschuldigung. Ja, Vorsitz. Das ist mein Ding. Hm, der Burger schmeckt immer noch. Habt ihr jetzt Zeit? Ja. 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 Hallo erstmal. Nochmal. Hallo. Habt ihr, ihr seid mich wirklich umgedreht und habt erstmal die Waffen in die Karre gestechen? Nein, nein, Sina hat gedacht, sie hat den Motorrad nicht abgeschlossen. Ja, okay. Müssen wir natürlich nochmal gucken gehen. Und ich hab nur aufgepasst, dass die zwei wieder zurückkommen und ich die gegen die Lies auch habe. Was für eine Unterstellung. Echt? Ja, ich wollte mit Fachkinesisch wieder hochgehen. So abwegig ist das gar nicht. Was? Was ist los mit euch so? Ehrlich. Also wenn wir ständig nur mit der einen Sache beschäftigt sind. Naja, ne? Na, bei dir wäre ich das auch immer. Wow. Okay. Oh, ja gut, ne? Nö, würde ich so jetzt nicht gesagt. In welchem Moment haben wir diese Bindung zueinander aufgebaut von Dechnitz? Zeit, wir die gleiche Hose tragen. Achso. Ach, an der Hose liegt das. Na natürlich. Wir haben jetzt beide so richtig schöne, so schöne rasierte Unterschenkel. Oh, okay. Sina mir immer. Bitte? Okay, entweder setzt ihr mich unter Drohnen, dass ich davon nichts weiß. Lass sie nur mal wachsen, bis sie aussehen wie ein Wookiee und dann geht's los. Mach doch mal der Kettensänger, wäre bestimmt lustig. Ne, mit so einer Schermaschine wie so ein Schaf, weißt du? Alter, wie viel ist das, was du sonst Haar anbeinern hast, man? Richtig. So richtig voll scharf war. Genau. Das wird natürlich wiederverwertet, ne? Darf man ja nichts wegschmeißen. Erzählt mir irgendwas für ein ägyptisches. Das freut mich auch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oder Autos. Die sind selber ohne Informationen, wo die stecken beide. Okay. War das mit, äh, Lin? Auch keine Ahnung. Die wird wahrscheinlich mit Mo unterwegs sein. Er hätte das gedacht. Naja. Ja. Wir wissen es nicht. Wir rätseln auch schon die ganze Zeit, wo die stecken können. Weil wir hätten ganz gern mal mit euch gequatscht und vielleicht auch mal Hilfe in Anspruch genommen. Ja. Ich meine, man wird ja nicht jeden Tag überfallen. Eben. Nicht jeden. Also bis dato. Toi, toi, toi. Ich wollte gerade sagen, wurdet ihr jetzt schon überfallen? Ein Versuch war da. Echt? Ja. Hat mir richtig so ganz gekloppt. Aber mit sieben Mann sind sie da eingeritten. Erstmal gut, dass kein Schaden entstanden ist. Ja, das ist auch der Schaden. Da haben wir echt Schreien gehabt. Gut auch, dass euch nichts passiert ist. Das ist schon mal eigentlich wichtiger als die Kohle, würde ich mal behaupten. Ja, aber... Kommt auf dich wieder cooler. Ja. Ja, man kann ganz schnell mal in die Zehntausender gehen. Beides wäre schöner, wenn das nicht weg ist, ne, sagen wir mal. Also ich meine, das Leben meines Bruders wäre mir auf jeden Fall wichtiger als irgendein Batzen Kohle. Ja, das ist wohl richtig. Ja, stimmt. Wie ist sie, wie das war? Ja, wir gehen davon aus, die zwei, die uns da hingelockt haben, waren schon hart dumm. Also können wir es halt uns denken, ne, wer es war. Ich gehe fest davon aus, dass die waren, ja. Wollt ihr das noch für euch behalten oder teilen? Ich weiß nicht, wie diese Truppe da heißt. Irgendwie, äh, 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 Grove? Grün rum? Die rennen grün rum, ja, durchaus, genau. Hier sind auch ein paar Leute unterwegs, oder? Ja, klar. Weißt du, ob das die von denen sind? Ja, ich weiß es nicht, aber... ...gepachtet ist von denen, ne? Ja, ja, aber die... Wir haben das gegen gecheckt, Diego. Ich meine hier jetzt gerade auf der Party. Ach so. Die rennen auch wieder rum. Die hier, ja. Weiß ja nichts. Die interessieren mich ja nicht. Ja. Wobei, wenn ich mir das Mädel da hinten angucke, das ist, glaube ich, die... ...die Bäcker, die da im Auto gesessen hatte. Okay. Die auch ihr Namen mir gesagt hat. Ah, das kann schon sein. Also, ich meine, der eine hatte von irgendwie ein Bandana im Gesicht oder sowas, ein grünes. Muss nichts heißen, aber ich meine, ich gehe nicht mit Bandana im Gesicht auf Party. Ja, die sind mit eingezogenem Schwanz da, das hat sich verpisst, also von daher. Hat auf jeden Fall nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Die haben auf jeden Fall drauf geguckt. Ja. Ja, also, sobald einer von euren, wenn euer Press da ist, oder je nachdem, irgendeiner von den dreien, sagt bitte Bescheid, dass die sich mal bei uns melden sollen. Ja. Richtig. An sich wäre auch mal schön, wenn man mal wieder ein bisschen mehr von euch sieht. So an sich in der Stadt halt, ne? Ja, wir hatten alle ziemlich viel zu tun zur Zeit. Wenn der Scheiß mit Mo und so, dass er nicht da ist, auffindbar ist, man macht sich halt auch ein bisschen Sorgen, ne? Ja, wie ist es eigentlich, wenn der nicht da ist? Gibt es da irgendeinen, der was Ansagen macht bei euch, oder? Eigentlich Otis. Wenn Otis nicht da ist, dann Lin. Und wenn Lin nicht da ist, eigentlich Erik. Der mit dem roten Jero. Und wenn der nicht da ist? Ja, dann haben wir eine Arschkarte. Dann müssen wir eigentlich durchplanen, ne? Wer, wann, wie, was zu wann. Tatsächlich habe ich auch versucht, Erik anzurufen. Ja, Erik wäre quasi jetzt, im jetzigen, momentanen Zustand, so wie es ist, im MC eigentlich, der einzige Offizier. Okay. Schon mal gut zu wissen. Mit Befehlsgewalt. Wie lange ist er eigentlich krassig? Kalz in der Brille ist schief. Wer ist bei uns? Wie lange der bei uns ist, Erik? Der ist schon eine ganze Weile bei uns. Okay. Bisschen guter Mann. Gerade? Jetzt habe ich auch nichts Schlechtes zu berichten. Ja, besser. Wunderbar. Bello, ja. Zielstrebig auf jeden Fall. Kann durchgreifen. Loyalität ist alles, ne? Das ist richtig. Ja, wir schwimmen zur Zeit auch irgendwie. Wir hatten auf jeden Fall Power. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Ja, tatsächlich ist das auch, ne? Das kommt eurem Club echt nicht zugute, weil... Ihr lebt an der Welt vorbei gerade. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Sag uns was Neues. Ja, ich weiß. Mir ist das schon bewusst, dass euch das auch bewusst ist. Ja. Ja, da muss wieder ein bisschen Disziplin her. Wenn wo auftaucht, kriegt ihr auf jeden Fall erstmal schöne eine auf die Nase. Ach das. Also, hey Chris, ich weiß, was wir noch machen wollen. Wir müssen noch Fleisch holen. Mhm. Wollt ihr grillen, oder was ist alles? Haben wir vor, ja. Ich meine, wir können ja einfach mal rüber gehen. Ist ja... Einmal über die Straße rüber. Schlachterei. Ja, ja. Wir machen uns bestimmt einen guten Preis. Müssen wir halt noch ein, zwei Stunden marinieren, halt. Also, dass euch schön reinzieht, das Ganze. Also, ich werde jetzt tatsächlich auch wieder öfter erreichbar sein. Ähm, falls irgendwas ist, ihr könnt jederzeit durchrufen, ne? Jo. Falls ihr Hilfe braucht oder sowas, ich bin auf jeden Fall da dann. Mhm. Also, wenn ich kann, helfe ich. Naja. Und ich denke mal... Aber wir haben auch schon den ganzen Menschen, die mal wieder zu sehen. Und nur kurz auf. Und dann auch nur auf Zuruf versuchen wir dann die Kunden ranzurufen. Genau. Dann haben wir kurz auf, irgendwie eineinhalb Stunden oder so. Und dann sind wir wieder weg. Mhm, verstehe. Um die Gefahr zu minimieren. Wohin ist auch schon wieder einer mit einer Enduro um uns drum herum gefahren. Er hat da gesehen, dass wir ihn gesehen haben, hat er sich verpisst. Komisch. Mhm. Naja. Ich glaube, da hat euch einer echt auf den Kieker. Na, allgemein rennen die da halt bei uns. Ist immer Theaterabends irgendwie. In den letzten Tagen, äh, war da zweimal Sperrgebiet oder so. Da hat uns die Polizei mit in Peace quasi begrüßt. Ja, war nicht so cool. Ja, moin. Ja, ja, moin. Das ist vollkommen richtig. Ja. Naja. Schau mal, was draus wird. Wenn du besser wirst. Hoffentlich. Ja, ja. Ja. Wann macht das Siki Lala wieder auf? Äh, ich hatte gestern ganz spontan auf. Also in Erfnungszeiten oder immer noch auf? Ja. Wenn du Bock hast. Das hat nämlich irgendjemand irgendwie moralisch mal gesagt gehabt, so ein Vorbeigehen. Ja, gestern ganz spontan, äh, haben wir hier, äh, der Simon und, äh, Rhys mehr oder weniger, äh, dazu überredet, mal ganz kurz aufzumachen. Die meinten irgendwie, ja, Sina, heute geht irgendwie nix und, ja, Unicorn ist irgendwie scheiße. Mach mal auf. Ach komm, machen wir einfach mal, ja. War ja noch ganz gut gestern. Ja, das war wirklich super spontan. Weil auf Unicorn hätte ich auch keinen Bock gehabt. Nee, auf jeden Fall. Ja, ich hör das tatsächlich echt sehr häufig. War da schon mal einer von euch in den komischen Schuppen drinne? Ja. Sind nur vor. Naja, morgen helf ich auf jeden Fall erstmal bei diesem Monster Truck Renn-Dings da aus. Wo findet das eigentlich statt? Äh, an diesem, äh, Flughafenplatz da oben unter dem Wiesensee. Na Sandy Shores meinst du? Ja, genau. Ah, okay. Das ist voll dicht an mir vorbeigegangen. Was? Ja, ich hab gerade keinen Plan. Truck Event, Gedönse, kannst dich anmelden als Fahrer oder so auch. Ich hab's vorhin auch zum ersten Mal gehört. Ja, da wurde ich gestern angerufen von dieser Event-Managerin, die hätte wohl irgendwie auf meiner Tiki-Lala-Webseite meine Nummer irgendwie her, glaub ich. Und, äh, ja, hat dann gefragt, dass sie dringend irgendwie eine Barkeeperin braucht, ob ich da mit dem Tiki-Lala nicht mehr oder weniger kooperieren möchte. Äh, ja, und da hab ich dann einfach mal zugesagt. Okay. Gehst du auch auf dem Flyer mit drauf? Ähm, nee. Das war tatsächlich wohl auch sehr spontan gestern. Ah, okay. Ja, gut. Also, ja. Wann um wieviel Uhr morgen? Äh, um 20 Uhr geht das Event, glaub ich, los. Okay. Warum nicht, kann man's mal geben, ne? Vielleicht kann man ja mal ne Runde mitfahren auch. Ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber... Warum machst du das Tiki-Lala heute nicht auf? Warum? Hast mal auf die Uhr geguckt. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Ja, und? Ja, eben. Das ist ne Mass... Ja, aber das ist ne massive Konkurrenz und mach ich den Laden wahrscheinlich nur für uns auf. Ist auch in Ordnung. Wieso habt ihr denn noch Durst? Du hast mich mit Pistin gelohnt. Oh, ich hab eigentlich gestern genug gehabt. Was heute eigentlich nieder? Hata ist gerade im Abfliegen. Weil Kata abklingt. Na, ich hab gestern auf jeden Fall so einen Typen kennengelernt, der kann sich so ein bisschen mit der Technik im Tiki-Lala aus. Der hat auch gestern echt Musik gespielt, das war ganz cool. Ah, okay. Gieß der. Was wieder hieß? Hm. Warte. DJ Rename. Äh, John Löwenstein. Ja, ich hab den Namen schöner vergessen. Ach, das Gesicht auch gern andauert. Äh, ja ey, weißt du wie viele Leute bei mir vor der Theke stehen? Ich merk mir doch nicht jedes einzelne Gesicht. Hallo, doch, tüll ich. Ja, ich weiß, dass ich stand da auch. Das nächste Mal stehe ich da mit meiner Polaroid-Kamera und knipse alles und dann schreibe ich mir das in mein Kassenbuch. So, derjenige hat, äh, angeschrieben, wobei sowas gibt's bei mir nicht. Ja, schön, da war man wie Spugel. Hm. Was machst du da schon wieder? Nichts, ich bin mal durch den Arm. Wenn du schlagen willst, ne, sagst du gleich. Sagst du mir jetzt, sagst du mir, hast du mir jetzt einen Penis auf den Arm gemalt? Jep. Schau dir das an, das ist ein Pracht-Exemplar. Ja, ich bin klein, ne, also, aber gut. Wow. Wollen wir das ausdiskutieren gehen? Ich kann dir das Ding gerne mal zeigen. Oh, ich hab mein Würfel nicht dabei, wird schwierig. So lange geh ich mal pinkeln. Mach das mal. Warten die Toilette nicht da hinten? Da ist das Toilettenhäuschen. Ich glaube, er ignoriert die Toilette und fiss da einfach hin. Ich glaube, das ist ihm egal. Ja, ja. Mit Anstand wird man halt nicht geboren. Richtig, vor allem nicht der Mängel hier. Nicht jeder hat goldene Klopapier wie du, ne? Was? Ich hatte kein goldenes Klopapier, möchte ich mal kurz erwähnen. Ja, ja, alles klar. Ey, das war ganz schön gemein gerade von dir. Du musst doch gerade stehen drauf, wenn ich dich beleidige. Ja, ja. Die leben gerade in ihrer ganz eigenen Welt. Glaube ich auch, ja. Was? Ich hab, nein, was für eine Unterstellung. Ist das eventuell eigentlich schon zu Ende, oder wo ist der DJ und alle hin? Ach, der DJ ist weg? Wenn er da oben steht, kann er nur. Ach, tatsächlich. Ja, aber da tanzen sie ja jetzt auf der Seite da irgendwie rum. Da hinten tanzen sie sie. Ja. Ja. Pressekonferenz oder so mit dieser komischen Wand. Ach, da können wir uns jetzt so einen Schabern auftreiben mit denen. Hm, was schwebt der vor? Naja, wenn die eine Pressekonferenz machen, könnte man doch Journalistin. Hallo, was sagen sie zu der jetzigen Situation? Ich geh mir an Burger-Mann. Ich wollte gerade sagen, ich stürze mich da hinten auch nochmal kurz rein. Ich komm mit. Ja. Ach so, okay. Burger-Mann bin ich auch nochmal dabei. Okay. Okay. Warte, wo, warte, wo? Übel gekriegt und ist weggeflogen. Wie? Warte, äh? Hat der einen Höhenflug? Nein. Hallo? Na, Diego? Na? Wie sieht's aus? Hunger oder Durst? Ja, da macht der Burger-Mann gar nicht. Und war der nicht auch noch eine Frau? Ähm. Unversprung. Der Herr, sie sind auch gleich dran, ja? Das ist mein Kumpel. Wien ist ein oder andere Burger. Unversprung am besten. Ich brauche gleich dazu. Äh, die Burger, äh, ein Hamburger, so wie sie sind oder noch irgendwas extra? Ich hab, kann noch extra... Ja, Double-Case mit Bacon, meinst du? Zwiebeln noch drauf. Zwiebeln wäre geil. Mhm. Alles klar. Und Bacon, bitte. Ohne Gurken. Ohne? Okay. Äh, okay, also. Also, wenn möglich. Ansonsten keine extra Arbeit. Stopp, jetzt nochmal. Also, ein, ein Burger mit extra Käse und Bacon, aber ohne Gurken. Und einen Burger mit extra Bacon und Käse. Und Zwiebeln. Und Zwiebeln. Jo. Ah, alles klar. Äh, äh, achso. Auf den zweiten auch Zwiebeln drauf? Ja, bitte. Okay. Nee, äh, das ist, äh, erst, äh, die zweite Größe. Oh, das war gut. Die erste Hände in der Schießerei. So, zack. Dann, die Gurken kommen dann nicht rauf. Zwiebeln, Bacon. Und, äh, aber die, das, die wollen das öfters machen, ja. So. Dann, ähm, so, also, es waren zwei Hamburger und was war das zu trinken? Bitte mal Vorsprung. Wir stehen am Stadtpark. Weiß Brunk. Alles klar. Äh, äh, das ist, äh, voll super am Stadtpark. Da sind immer alle, sind da alle und dann bleiben wir einfach da stehen und dann gehen wir wieder ins Bett. Tegi. Äh. Gesundheit. Bitteschön. Prost. Oh, äh, danke. Ist für dich, alles cool. So, dann einmal die zwei Hamburger. Ansonsten machen wir Paden oder Arbeiten. Mit extra allem, was da wollte. Jo. Und dann kommt es krank. Einen Moment. Ja. Wo hab ich sie? Da. Äh, kalt oder, äh? Ja, kalt, kalt. Einen Taschenlampe angemacht. Alles klar. Moment, dann geh ich ans Eisfach. Ich, äh, ab, ne, ja. Aber der leuchtet mir voll in die Augen. Das ist, wenn du Sonnenbrille auf hast bei dem, warum hab ich eigentlich ne Sonnenbrille auf? Und dann zwei kaltes Prang. Danke. Ich wünsche einen guten Hunger und guten Durst und viel Spaß noch. Ebenso, danke. Bis dann. Tschüss. Komm mal mit. Äh. Wohin? Einfach mal hinten. Ich dachte, wir schmeißen uns da ein bisschen an die Musik. Ja, erstmal, ne, hier Burger und so. Aber nicht an die Musik da, die ist schlecht. Was? Ja, keine Ahnung, Mann. Äh, wo warm? Da, so. Oh, der Burger, Mann? Boah, geil. Der ohne Gurken, warum auch immer. Was ist mit dir verkehrt, Mann? Ich mag die Gurken nicht, wenn die warm sind. Ja, stell nicht so an, Mann. So. Was schmack, schmuck, schmuck. So, und deine eiskalte Sprache. Super, danke. Na, dann mal guten Appetit, würde ich sagen. Ja, danke, dir auch. Danke. Oh, geil, Alter. Boah, warm ist der, ist doch geil. Deutlich, ja. Man will ja nicht viel voll gut sprechen, ne, aber... Fuck, Mann, egal. Boah, geil, Alter. Boah, Alter. Boah. So. Und, runter damit. Ich mag's, wenn der zweimal schmeckt. Ja. Boah, genau. Boah. Boah, Zucker-Schock, Alter. Mhm, aber irgendwo muss das ja runtergespült werden. Jo. Boah, Pertus. Boah, boah, ei, ei, ei. Ja. Scheiß auf die Kohlensäure, sagen wir mal. Boah, das macht nix. Solange sie aus dem Hals kommt. Schon geht's eigentlich auch gleich besser, oder? Mhm. Was ist ein Kahlchen? Ach, keine Ahnung, wollen wir suchen? Hm. Putt, 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 putt. Kleiner Kahlchen. Oh, bist du? Kalli ist gut. Kalli. Kalli. Kalli mäßig aus, ne? Siehst du denn irgendwo? Wo ist er denn? Kallchen? Kalli chiiiin. Kalli chiiiin. Komm, putt, putt, putt. Kalli chiiin. Kalli chiiin. Kalli chiiin. Baudi. Scheiße, wo ist der? Wo ist der? Kalli chiiin. Ich liebe es euch mal. Kalli chiiin. Sieht wenig nachdem aus, ne? Wo ist er? Ja, gute Frage. Rufen wir an. Ist aber schön da rauchen jetzt. Kalli chiiin. Wir suchen. Wo ist er denn? Wo ist er? Machst du jetzt nicht ernsthaft. Aber du machst am Ausgang. Ja, dann komm doch mal hier rein wieder. Oh, wie raus? Mir egal. Ja, hier stehen auch nette Damen. Ja. Ja, wir stehen auch am großen Pylonen. Ne, gar nicht wahr. Wir stehen an den DJs. Der Pylone ist so groß, ich dachte, wir stehen davor. Hier in diesem Hotdog-Stand sind wir. Nein, wir stehen hinterm Hotdog-Stand. Du bist auch hart verpeilt heute, oder? Nette Tänzerin. Hä? Wo? Ja, auf dem Wagen. Oh, ja. Was war denn? Nein, wir sind jetzt hier. Lecker. Warum? Okay. Ich bin sofort wieder da. Ich soll mal kurz zu dem kommen. Warum du, oder was? Ja, nur ich. Keine Ahnung. Was? Ich schlepp den mit. Ja, mach das. Ich renne noch ein bisschen rum. Okay. Okay. Das ist nicht so meine Musik. Guck mal, was die Biker machen. Willst du mir eine Gefallen tun? Ja. Geh mal hin, zieh den rechten Hosenbein in die Höhe und stell dich vor Sack hin. Nein, Mann. Das wird witzig. Ach komm, das wird witzig. Nein. Ach, er hätte dich abgeleckt. Was willst du? Er hätte dich abgeleckt. Ich bin da in die Fresse gehauen, Mann. Wo ist das Problem bei dir? Was hat er für einen Schaden? Ach, nix. Einfach komisch drauf. Alles okay. Sorry. Die Musik geht schon. Also die kann man sich mal geben. Gibt Schlimmeres. Aber ja, die Lautstärke ist schon ein bisschen. Wieso? Hast du jetzt wirklich gefragt? Was? Ich frag doch nix. Ich hab gehört, ihr wollt mich jemand ablecken. Oder würde es? Der hier, der da. Okay, das hat meine Frage beantwortet. Der leckt gerne an Besen, hat er gesagt. Und an Eichhörnchen. Alter, was geht mit dir verkehrt? Trag dich los, Bruder. Tresen. Immer noch. Könnt's ja gerne versuchen, danach. Schlupfst du deine Suppe aber aus der Schnabeltasse? Zack, wir haben verstanden, dass du gerne an Besen leckst. Lecken kann ich dann noch, oder? Schau mal, ne? Oh. Oh. Ja. Weißt du, aber gerade bei Tyler bin ich bei dieser Entsetzung. Ja? Was geht? Wo bist du? Ich bin hier bei den Rockern. Achso, da hinten. Ja. Ja, okay. Ja, ich stehe hier vorne, wie du siehst. Wo vorne? Ja, da, wo wir gerade gestanden haben. Ach ja? Genau, hier. Das seh ich nicht. Egal, ich komm mal rum. Da, wo die nette Dame neben mir winkt. Ach, da hinten. Ja, ich komm mal rum. Alles klar. Sex, sag mal, ist das Cassandra, die du tanzt? Der? So, ich geh nochmal kurz zu den anderen, ne? Jo, ich bin später. Ach, du meinst oben? Oben, ne? So. Ich hätte voll nicht gesehen, ich dachte, da liegt dahinter, ey. Ja, gut. Geschmäcker, Musik gehen halt auseinander, ne, Mackie. So ist das halt. Du warst Ilaria. Na? Ilaria. Oder Ila, bitte sag nur Ila. Okay, Ila. Ja, ich bin... Hi. Hi, Ila. Hi. Ich weiß nur Esteban. Von dem weiß ich leider nicht. Diego heiße ich. Diego, okay. Obwohl, ob es aber turken stimmt, hat's gesagt, ne? Ja, glaub schon. Ach, der Ampfer... Und den Klippen brav ferngeblieben, ja. Ja, natürlich. Das ist sehr gut. Hm, Klippen? Mhm. Da hab ich auch Erfahrung mit. Ja. Wir haben sie am Observatorium oben kennengelernt, aber unterhalb, an so einer Klippe. Okay. Ja, wir dachten halt, ob sie jetzt da springen will oder sowas. Haben zugerufen, kam nix. Gut, da dachten wir, wir holen mal Krankenwagen und Polizei, ne? Sicher ist sicher. Was hat's im Endeffekt vor? Ich hab da einfach... Also, ich stand da halt einfach und hab mir die Stadt angeguckt, weil den Tag ist halt viel passiert, aber ich hab auch nichts wahrgenommen, dass gerufen wurde. Und ich hab einen Anruf bekommen, hab dich dann umgedreht und hab mich erst mal verjagt, weil da zwei Männer standen und ich dachte mir, oha, was ist jetzt los? Ähm, ich war da einfach nicht zu machen. Ja, der eine war ein bisschen gruselig halt, ne, der Carlsen, das kann ich schon verstehen. Ja, genau. Ah, da gibt's aber echt cool, also als Observatorin, ich meine. Ja, das ist die Aussicht. Was meinst du, was meinst du für Orsche? Vom Häusper, wenn wir mal ein Filial da haben, wenn wir mal ein Sprayfallz-Täckchen sind von mir, du Pisser. Was? Oh, das ist ein Insider. Ich weck das schon. Ah. Vielleicht hatte ich mal so eine kleine Begegnung mit dem Mount Gilead, also so wirklich mit dem Mount Gilead. Ja, stimmt schon. Okay. Vielleicht, naja. Es könnten sein, dass da oben noch so ein paar Kiesel liegen, die so aussehen wie meine Zähne. Zumindest ein paar davon. Zum paar, ja. So fünf oder sechs. Ich glaub, ich warst einmal oben. Ja, ist schon ganz cool, da. Nur sehr rutschig, da muss man aufpassen, ist echt steil. Ja, die Schleichwege, also diese Trampelfahrt da, die sind echt schmal und widerlich. Ich wurde auf einer Enduro mitgenommen und ich hatte echt Angst. Das ist mutig. Mit dem schwachen Motor würde ich da nicht hochfahren. Ja, ich hatte auch wirklich Angst. Fünf Meter vorwärts, zehn wieder zurück. Wahrscheinlich, ja. Jetzt soll ich mit dem Rumpuller hochfahren. Kommt aufs selbe raus. Ja, gut, ne. Der ist wenigstens gelindegängig, wenn du den Custom meinst, zumindest, ne. Okay, ist aber gerippt. Gut, wie ist Butterfield regelt, meinst du? Da sind wir alle ins Koma gesegelt. Boah, geht so. Waaat? Klein wenig vielleicht. Müdigkeit wird weggetanzt. Oder bevögelt. So eine Leinen wäre jetzt auf jeden Fall brauchbar, ne. Keine Ahnung. Ich hab damit keine Erfahrung. Ja, ich hab noch was zu Hause im Hotelzimmer, wenn du willst. Können wir das mal ändern. Das macht halt eher wach, ne. Wahrscheinlich. Schick die Schuhe, hast du an. Ja, danke. Ja, Marki, da war ich dabei. Da hab ich auch mit versucht. Vorteilhaft. Aber nein. Dazu helfen. Okay. Ich darf her. Ich führe eine ehrliche Meinung. Ich glaube, das rutschig gerade. Oh. Das wird gerade ein bisschen rutschig. Nur weil du es nicht weißt, wie man Gentleman ist? Wie werden wir mit deinen Zähnen? Wie werden wir mit den Zähnen? Ich geh auch in Deckung. Die liegen am Chiliad um. Ja. Soll die Leute da auch bald landen? Von Suchengewege? Nee. Von Suchengewege? Nee. Ich glaube, die kann man nicht mehr. Ich bin da nicht mehr dahin. Die sind, glaube ich, jetzt wie Glas zerplatzt eher. Ich sag mal, kennst du das Gefühl, wenn du im Freibad von einem Brett springst? Das war das letzte, was ich gefühlt habe, bevor ich dann im Krankenhaus wieder wach geworden bin. Wow. Ja. Hört sich spannend an. Mhm. Vor allem, wenn man so Freunde hat, die dann auch noch damit aufziehen. Mit Verwägung? Das ist richtig. Naja, ich bin da auch aufgewacht. Also war auch nicht so schön. Ja, der Mount Chiliad und wir, wir werden keine Freunde. Schon gar nicht in Verbindung mit einer Manchester. Nee, aber trotzdem werden wir es nicht lassen. Nee, das ist richtig. Aber diesmal haben wir auf jeden Fall keinen Spinner dabei, den wir retten müssen. Nee, diesmal zum Glück nicht. Wobei ich eigentlich weniger wegen ihm in der Druchgefahr bin, sondern, ne? Ja, aber wir sind da unweich gelandet, weil wir den retten wollten. Ja, unweich ist... Nix, mal lassen wir ihn einfach liegen. Unweich ist echt noch... Er tritt sich schon fest. Ja, aber unweich ist echt noch milder ausgedrückt. Hola. Tag. Hallo. Stärk? Nee. Immer. Okay. Wow. Der Arme. Wusstest du, dass der Jego gerne angeleckt wird? Was? Kannst du ja versuchen. Wenn du aber das letzte Sammacht in deinem Leben tust. Ist schon mal in Deckung. Nö, nö, alles gut. So schnell geht das nicht. Nö, wenn ich mich nicht anleckte, ist alles gut. Da muss mehr passieren, bevor Jego richtig ausholt. Genau. Also ich dachte, das geht jetzt gleich los mit den Anlecken, deswegen bin ich nicht in Deckung. Oh gut. Dann geht's Knie ins Gesicht und dann leckt er gar nicht mehr. Nö, ich muss erst mal... Nö. Ich glaub, dass... Wenn die Schulter wieder in Ordnung ist, können wir vielleicht darüber nochmal reden, aber ansonsten... Dann schieße ich auf dich, wenn du mich anleckst. Ja, schon wieder auch nicht. Das heißt schon wieder? Ja, ich hab nie auf dich geschossen, bist bekloppt. Nein, du nicht. Achso. Von anderen kenne ich mich, weiß ich nix. Gestern wurde Pi geschossen. Ja, hab ich auch gehört. Ich hab's gelesen. Ich hab manche Sachen live mitbekommen, war nicht schön. Oh. Nee. Ich auch. War sogar mittendrin, sozusagen. Ja, ich zum Schluss auch. Alter Gangster. Ja, aber das ist doch mal schnell am Pier gewesen. Ja. Ja, aber das rufst du mich auch an, also... Oh, ich grüße dich, ich hör's schleifen. Kat muss in der Nähe sein. Oh. Stimmt. Ich hör's auch. Schleifen? Auch nicht so wichtig. Wer will sie haben? Hä? Ja, ist gut? Stimmt. Warte, ich schluck's. Runter, so. Was denn? Nix, nix. Kiara weg, oder? Ja, Schießereiporn. Pity. Oh, ernsthaft. Oh, scheiße, ey. Warte mal. Nicht schon wieder. Weißt du genaueres, oder? Nö. Weiß ich vielleicht was. Wurde bei dir gerade geschossen? Ist ja wieder klasse. Okay. Ich glaub, ich möchte bald wieder in Palito wohnen. Aber so schön ruhig. Genau. Ja, aber nur Ruhe ist auch langweilig. Okay. Ja, aber das, was hier gestern die ganze Zeit los war, Mh. Wollt ich nicht nochmal. Na. Alles gut, Zach? Ja, ja, also. Der war nicht mehr da. Warum läuft sie hier so rum? Wen sucht sie? Puh, was? Wer? Nix. Sie wird jetzt abgeholt. Sie ist halt im Dienst. Schießerei wird wahrscheinlich Schutzwunden gegeben haben. Nee, nee, weil sie hier gerade nochmal aufs Gelände gelaufen war. Ganz schnell, nur wieder runter und... Vielleicht hat sie ihren Rucksack vergessen. Das kann sein. Aber ich höre, du hast dich wieder beruhigt. Du hast wieder... Oh nein. Jetzt war ich nicht rüber. Bin so... Da ging ja schnell wieder los. Ja. Ich hab wieder Bilder am Kopf. Ich möcht sie loswerden. Ich frag besser nicht, was für Bilder. Weißes Pferd auf grüner Wiese. Weißes Pferd auf grüner Wiese. Wir können aber auch ganz andere Bilder machen. Katzenbabys, Katzenbabys, Katzenbabys. Solange du keine Furchen ziehst. So wie du mit mir zusammenpatschen hast. Jetzt kann ich mich nicht verkneifen, Mann. Wow. Jetzt, wenn ich das nicht gewusst hätte. Die Vorlage selbst bewegt. Sehr schön. Das ist doch genau das, was du gesagt hast. Ja, ich merk, hier sind Menge Installer. Dagegen kann man auch was unternehmen, ne? Ach ja. Echt? Ist das so? Ja, tatsächlich. Ach was. Nein, erzähl mir mehr davon. Du musst dich nur mit den richtigen Jungs abgeben. Und wer sagt, wer die richtigen sind? Okay. Wir freuen uns die Waffenverkäufer von nebenan. Weg. Ja. 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 Irgendwie ist halt nicht so. Zack, musst du noch irgendwo hin? Zu viel los. Aber mal schauen. Hier gibt es ja noch ein Schicksal. Irgendwann, wenn ich den Insider verstanden habe, können wir gehen. Okay. Okay, ciao. Kann auch ein bisschen dauern. Ich glaube auch. Welchen der vielen Insider? Ja. Kritisch. Kritisch? Kritisch. Ja. Warum kritisch? Warum sind hier auf einmal alle Leute weg? Ne, die sind nur tanzend hinter dem, hinter dem, äh, Essens-Trecker, da hätte ich was gesagt. Äh, Essens-Trecker. Gulaschkanone oder was? Ja, ja, ja. Ne, so, irgendwie so ein Traktor, mann, wo der auf den... Boah, wobei, so eine Gulaschkanone wäre jetzt doch. Also, Inkrad haben sie da noch voll abgezappelt, als ich auf dem Weg hierher war. Äh, gut. Man muss mal auf den Weg machen, das Fleisch kommt nicht von alleine zu uns, ne? Ja, viele sind irgendwie unzufrieden mit der Musik, weiß ich nicht. Da haben 20 Leute Inkrad vorgezappelt. Okay. Jetzt sind es nur noch... Weniger. Außer gibt es Schlimmeres als Musik, ne? Jetzt sind es nur noch weniger. Ich habe durchgezählt, aber weiß nicht mehr, wie viele. Weniger. Hi, Chris. Ja. Ich kann so ein ordentlicher Truck und ganz viele coole Autos sehr geil zusammenpassen würden. Ja. Das Video selbst habe ich nicht gesehen, aber mir wurden Sachen aus dem Video gezeigt. Ich sage mal, es ist richtig, wenn ich dann hinter dem Tresen stehe da und Musik mache und ja, Tänzerin sowieso. Also, dann ist das perfekt. Oder wir gucken uns lieber coole Wagen an und hören dabei einfach fett Musik. Ist eigentlich noch geil. Ist eigentlich noch geil. Ist eigentlich noch geil. Ist eigentlich noch geil. Brauch jemand vernünftig, der Lust hat, einen Club mitzuführen? Oh, bin gerade eigentlich bedient. Der Waffenladen macht schon Arbeit. Ja. Ich habe irgendwie... Vielleicht unterhalten wir uns dann irgendwann mal noch mal. Was für ein Club, worum geht es denn? Er kann mal so eine Idee und würde ich schon gerne umsetzen, aber nicht alleine. Okay. Was ist mit dir, Chris? Bist doch gerade frei. Eigentlich. Als Besitzer oder Leiter? Du bist frei. Als DJ kannst du mich gerne engagieren, aber alles andere muss ich mir erst hart durch den Kopf gehen lassen. Aha. Okay. Vielleicht erst mal drüber sprechen, ihr beiden. Wäre gut, ja. Und dann durch den Kopf gehen lassen. Ja, die Sache ist halt einfach, wir haben das Unicorn, die Tiki-Lala-Bar, aber es fehlt halt so ein ganz normaler Nachtclub. Na, stimmt schon. Ja. Und ich weiß halt ja von dem Bahama Mama. Ist ja noch nicht geöffnet. Ja. Und irgendwie habe ich da Bock drauf. Aber halt nicht alleine. Weil das ist echt viel Arbeit. Na, stimmt. Ist das nicht der Schuppen nordwestlich in der Stadt? Äh, irgendwo näher vom Pia war das. Irgendwo da auf die Ecke, ja. Bist ich, ja. Ja, doch, ja. Kommt geht. Musst du gerade nochmal überlegen. Ich bin jedes Mal nur durch Zufall immer vorbei. War doch da in der Nähe von dieser komischen Einkaufsmeile oder was das da ist, ne? Ja, das stimmt. Beim Kino da und so, ne? Ja, 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 ja. Da musste ich einkaufen, ne? Gegenüber von der U-Bahn. Warte, da ist doch die U-Bahn. Das ist doch eine U-Bahn-Haltestelle, glaube ich, oder? Äh, warte mal. Ich weiß nur, dass da ein Suburban war. Weiß ich gar nicht. Ja, in der Nähe, genau. Da ist so eine Fußgängerzone. Ja, 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 ja. Ich weiß eh nicht, wo das Ding ist. Und er so, nur Bahnhof. Ich glaube, durch die Zone bin ich damals mal durchgetorkelt. Ich glaube, ich habe halbe Stunde gebraucht bis zum ATM. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, einer von... Oder ich war zu Hacker, kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall aus der alten Firma, also. Wir waren auf jeden Fall zusammen, sage ich. Keine Ahnung mehr. Kann das sein, dass Diero viel raucht? Ja, warum? Langeweile und dann raucht er viel. Richtig. Ja, das merke ich. Was dagegen? Nee. Da draußen ist ein Gesellschaftssportmann. Telefon. Ja. So anmerkend. Hallo. Auch viel ist immer Ansichtssachen, ne? Ich kenne da Kettenraucher, die, ne? Ist noch schlimmer. Gebt denen eine Aufgabe und die rauchen den ganzen Tag nicht. Das stimmt schon. Habe ich Besseres zu tun. Das sind Altgewohnheiten. Ja, und Chris raucht immer mit, wenn Diego einen raucht. Das stimmt eigentlich, ne? Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Gruppzwang. Du hast auf jeden Fall ein richtiges Vorbild gewählt, ne? Joa, ja. Joa, ja, ja. Ja gut. Aber ich sehe da tatsächlich noch Leute zappeln. Zappeln. Okay. Du kannst doch mitzappeln. Nee, danke. Oh, ja, was? Tja, mach das doch mal einfach. Ja, Attacke. Du kannst doch noch mal mitzappeln. Einfach auffordern, die Dame und los geht's. Was? Wie, was? Noch hopfen? Was guckt ihr mich jetzt alle so an? Ich war nicht gemeint. Ja, Zac, geh mal. Mit Chris. Mit die Dame. Ja, 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 Attacke. Los, Zac. Ladies first. Dein Befehl? Ja. Abflug. Wir können auch alle gehen. Was, ich bin nicht mit die Dame gemeint. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Sicher? Ja. Das ist die Frage, ne? Bisschen feminin, ne? Kommt schon. Los, mit Kopf. Alle mitkommen. So, die Frau hat gesprochen. Alle mitkommen. Ja, okay, gut. Na ja. Oh Gott. Das ist wahre Musik. Komm mal bitte mal. Hallo Diego hier ist der Gustafa. Ja, es geht. Wie geht es dir Bruder? Na gut, gut und wie? Ein bisschen stressig, ja wie immer. Ich habe gehört, bei euch brennt es ein bisschen. Ja, sagen wir brennen. Ja. Sagen wir, wir hätten vielleicht den Wald ausrechnen sollen, bevor er anfängt zu brennen, wenn du verstehst. Warum liegt jetzt noch so viel Feuer? Was ist da los? Ja, Bruder, wir legen kein Feuer so. Wir wollen eigentlich Schaden begrenzen so, aber andere Leute, sie haben anscheinend irgendwie einen anderen Plan. Was ist denn los, erzähl mal. Bruder, wenn ich dir sage, dass Duschkopf gerade versucht, alle Schuld auf wen anders zu schieben. Das hast du da erwartet. Ja, Bruder, wir müssen das jetzt aber ausbaden. Inwiefern? Na ja, ich sage, wenn Leute da stehen und auf einmal irgendwie sagen, sie wollen Selbstjustiz begehen so, um rauszufinden, wer was gemacht hat, oder das ist ein bisschen komisch. Das ist halt auf der Straße normal, ne? Ja, normal, aber die sind alle sehr enthusiastisch. Ja, dann zeig dir doch mal eine schöne Stelle, wo sie schwimmen können. Ja, ich glaube, der einzige Person, die bald schwimmen geht, ist Duchov. Ja, der war halt ganz gemütlich hier. Ich hatte eigentlich auch mal so einen kleinen Tipp an die mal gegeben, dass es sich vielleicht lohnen würde, auf die Party zu kommen. Aber man war leider zu beschäftigt. Der war ja sogar komplett alleine, ne? Es ist halt, Bruder, wenn alles rum ist, ich erzähle dir alles, ja? Ja, ja, nö, am Telefon sowieso nicht, ne? Ja, eine andere Frage. Ich habe von einem gemeinsamen Freund, ja, einen Anruf bekommen. Ja. Ja, der mit dem Beinschmuck. Beinschmuck? Ja, egal. So, der gehört auf jeden Fall zu uns, so. Und der fragt, ich weiß nicht, will ich eigentlich nicht an deinem Telefon reden? Kann man sich irgendwo mit dir ein bisschen anladen? Ja, gerade bin ich auf der Party hier bei der Rennbahn. Ah, scheiße. Ja, weiß nicht so, kannst du vielleicht Besteck besorgen? Ja, du meinst so, ja, beschleunigendes Besteck? Ne, 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 normales Besteck. Ah, oder meinst Messergabel? Mhm. Prinzipiell habe ich da was, ja? Ja, könnte sein, dass so zwei, zwei Stück, ja? Wir haben, äh, Interesse an zwei Stück. Aha. So, ist aber... So, schneide oder Brot oder sowas sägenmäßiges? Äh, puf. Oder normal, so. Ja, normal, normale Besteck. Auch zum Rasieren geeignet am besten, meinst du so? So richtig gut. Ja, nicht zum Holzhacken so. Normal so, wenn du mal irgendwie unterwegs bist, so Survival-Kid-mäßig. Ah, ja, gut, gut, gut. Genau. Äh, ich würde mich, ich würde mich dann, weiß nicht so, wenn du Zeit hast, du kannst dich ja mal melden. Ja. Ähm, ist, gehören aber, äh, auch entfernt zu uns, also geht nicht an Fremde. Ist das irgendwas, äh, ja, da soll ich am besten auch nicht erkennbar sein, ne? Äh, erstmal nicht, ja. Ja, kann man auf jeden Fall später mal drüber reden. Ja, alles klar. Ne, ich, ich sag dem, ich sag dem Bescheid so und dann, äh, du meldest dich dann, wenn du Zeit hast. Genau, bei dir dann aber, ne? Ja, genau, stabil. Aber ich hab deine Nummer, glaube ich, nicht. Ich ruf an, einfach an, 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 an. Okay, 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 hatte. Bis dann. Ja, immer wollen sie was von einem, ne? Was da los? Boah, der, mh, ich hab die auch... Ehe. Der richtige muss es sein. Der richtige Schlamm, okay. Mit was? Was, Schlamm-Catchen, geil. Was? Schlamm-Catchen, was? Schlamm-Gürden, da dachte ich, ein Schlamm-Catchen. Ja, viel Spaß. Ich guck zu. Ich dachte eher an Frauen und so. Wow. Also mehr zum, zu schauen für mich. Wow. Wieso? Tja, so schnell wäre es wie bei mir. Also ich hätte jetzt nichts zu gehen. Zack, du wolltest zu Fuß heute laufen, oder? Keiner hat gesagt, dass wir dich meinten, ne? Also, was du verstehst und was ich sage, sind unterschiedliche Dinge. Ja, ich weiß. Guck schon nach Frauen, aber... Ich frag's Sveni gleich. Du siehst keine. Also... Wow. Wow. Oh. Also irgendwie... Ich sag nur Tiefen-Yoga. Okay. Aber manche wollen mal weg, oder? Ich sag ja, wenn du Tiefen-Yoga noch nicht so gesehen hast, wie ich es gesehen habe, dann... Ähm... Ich sag ja noch mal... Hörst du nicht so anhalten, ob ich das wollen würde, ne? Ähm... Ich... Nein. Glau ich... Nein. Nein? Nein, einfach... Grundsätzlich... Witzig mal ausprobieren, Tiefen-Yoga. Macht bestimmt Spaß. Nee. Kriss, hol mal zu. Wollen wir mal Abzug machen? Okay. Das war das. Zwei Wochen mal wieder. Na gut, ne? Hat diesmal lang gehalten, muss man sagen. Und tschüss. So. Und wieder rein. Nicht da oder so, aber man mag die Party nicht. Ui, ui, ui. Meinst du, Chris? Wie viele Leute können da mitfahren? Oh, mal langsam ablaufen, oder? Maximal? Ach, schade. Weiß nicht, woanders ist auch nichts los. Oh, da gibt vielleicht ein bisschen was zu tun. Echt? Hi, was geht ab? Guten Tag. Ha, ist alles gut bei euch. Na? Joa. Hi, braucht ihr jetzt was zu rauchen? Der hier, der im blauen Hemd auf jeden Fall dringendst. Nein. Und ein bisschen Tiefen-Yoga. Ha, was? Tiefen-Yoga? Was ist Tiefen-Yoga? Ich weiß es auch nicht. Will ich das wissen? Nein. Aber jetzt frag ich mich auch. Was? Ich hab ihn nicht so ganz verstanden. Hat mich auch nicht wirklich interessiert, was er wollte. Drogen verkaufen. Wir wollten gleich los zur Garage, irgendwie, ne? Da wäre ich auch für, ja. Na gut. Ja, dann gehe ich nochmal kurz zum Toiletten. Ich bin gleich wieder da. Ja, Paul, Chris, kommt mal kurz. Höflich er ist, ey. Was? Wie unhöflich er ist. Ne, was sagen kann, das ist wirklich was richtig. Er hat sich schon richtig aufgefasst. So ist ja nichts. Hier, Gustavo hat gerade nochmal angerufen gehabt. Wer? Gustavo von Juri. Ja. Die Jungs wollen gerne ein bisschen, äh, zwei Messer halten die gerne. Ich gesagt, können wir uns nachher mal treffen, dann können wir das machen, aber mit Maske und so, weil, ne, ohne eine B-Lizenz oder sowas schwierig. Äh, wollen die das selber haben oder weiterverkaufen? Für einen guten Bekannten. Wird nicht weiterverkauft, sondern einfach nur so, wie ich das verstanden habe. Okay, Gustavo hat sich wieder gefickt. Okay. Ja, läuft ja heute richtig. Ich glaube, der braucht ein bisschen Zeit, um sich ein bisschen wieder zu fangen. Das ist immer so, etappenweise heute, ne? Oh, ne, weiterverkaufen geht's nicht. So. Es geht halt nur drum, äh, dass die gerne Messer hätten. Oh, das ist so schnell, die Dame da. Welche? Du sprichst nicht von dem LKV, oder? Nein, von der Dame, die gerade in den LKV eingestiegen ist. Oh, nicht gesehen. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie komisch. War das eigentlich die, die, die getanzt hat da oben drauf mit den Stöckelschuhen und fährt dann ein LKV? Boah, du hast auch Probleme, Carlsen, ne? Ja, gut. Okay. Klappt ja scheinbar. Jetzt drauf. Na ja, auf zehn Meter sind jetzt auch kein Kampf. Gibt's schon einen Treffpunkt? Wo, wie, was? Nö, nö. Das wollte ich jetzt halt auch mal, dass wir halt mal langsam, ne? Dann entsprechend dann mal abziehen. Na, kriegst du die Zähne heute nochmal auseinander, Kollege? Meinst du mich, oder was? Ja. Ich dachte, ich lass dich mal ein bisschen reden, so. Weißt du? Ja. Ne, gibt's noch nicht. Komm, dann klar. Wir müssen halt erstmal hier weg, ne? Ja, ja, erstmal, erstmal Messer holen. Gut. Richtig. Lass mich jetzt einfach mal hier stehen, den Typen, oder? Kindesstinken. Naja. Ich glaube, noch urinieren. Noch urinieren, die Dame, okay. Dauert ja immer. Ja. Naja, da ist sie alleine gegangen, das wird's nicht ganz so lange dauern. Okay, Chris, ich stehe hier, aber ich glaube, ein bisschen jung, oder? Ich weiß es nicht. Och, alt genug, sag ich mal, ne? So, so vom, vom, vom Weiten weg. Alt genug. Wenn du tanzt, ist es auf jeden Fall alt genug. Ja. Ja, für dich auf jeden Fall zu jung, ne? Du bist halt ein alter Sack, ne? Gelächter. Ich dachte mir jetzt schon auf. Bitte? Boah, du bist locker, lass mich vier Jahre älter? Ja, und wer wirkt älter von uns beiden? Mhm. Ich nicht. Pfff. Das war doch saugeil, Mann. Äh, hallo, ja. Oh, wenn du meinst. Okay. Die wird nicht mal reingelassen. Ach so, okay. Alles klar. So. Tatsächlich wartet sie vor der... Schlepphut, ne? Abflug. Trotzdem gerne wissen, wer das Mädel dahinten war, aber okay. Ja, dann geh hin. Eben. Nö. Ja, dann halt die Klappe und heu ihn. Wichtig auch ist. Schönen Abend noch. Ebenfalls, schönen Abend noch. Danke. So, ein Weg ohne Klettern, ne? Ja, bitte. Mhm. Uff. Was? Das wird ein weiter Weg. Ja, das Leben ist... Ist halt so. Der Weg hier hin war, glaube ich, weiter. Oh, geht. Im Auto geht das. Ach, scheiße. Okay. Sechs, sag bitte nicht. Also, bishers war es... So, Hauser, Startpark. Oh Gott. Die, glaube ich, auch... Hat sie die Stimme... Irgendwie doch noch den Hals gab, ne? Hat sie die Nasen-OP? Genau. Ey, so... Was war mit ihrer Stimme? Jetzt mal auf Schnauze, kriegt er irgendwann mal ordentlich, wer weiß. Eieiei. Äh, ja. Gut. Genau. Ja? Das Spazierengegen kenn ich irgendwoher. Und diesmal ist ein anderer Weg. Hm. Ne, andere Richtung. Ne, ich hatte... Ja, das eine Mal... Das war Genügen, vom Observatorium runterzulaufen. Ah, jetzt habe ich noch verstanden, wen du meintest. Ja, aber der Spaziergang voll mit Sekt, der war auch witzig. Wie? Wieder an der Klippe? Nein. Nein, wir hatten voll den romantischen Spaziergang, voll mit romantischer Beleuchtung und so. Ja, rund um Pferderennbahn. Einmal rum. Ja, das hatten wir auch quasi. War schön. Ne, wir sind einmal ums Casino rum. Das haben wir noch zusätzlich geschafft. Wenn mir niemand sagt, dass man hier auch langfangen kann und da auch ein Parkplatz ist. Tja, das ist das Problem, ne? Ja, es hieß einfach nur so, ja, Casino, Pferderennbahn, ja. Ne, es hieß, ähm, Innenhof Casino. Also laut Flyer, den ich mal gesehen hatte. Egal. Egal, okay. Wir sind halt schön spazieren gegangen. Ja, war schön. Mhm. So lange an seine Schulter schon. Deswegen muss er auch einmal rumlaufen, weil er nicht klettern kann und ich kletter nicht mit Rock. Ja, und klettern über so einen Zaun. Hallo? Habe ich ja elegant drüber fallen lassen können. Einmal drauf. Ich wollte mich tatsächlich eigentlich mit dem Oberkörper rüber beugen und dann fallen lassen. Ja, und dann schreist du, weil du auf deine Schulter fällst. Ja. Ich dachte jetzt eher auf den Kopf, aber... Dann liegst du da wie ein Maikäfer und kannst nicht aufstehen. Boah, dann hätte ich aber gelacht. Ohne Arme keine Kekse. Das ist ein echt toller Arzt. Ja. Ich bin kein Arzt mehr. Also kein Praktizierender. Ja, bist aber auch noch ein Arzt, ne? Ja, ist auch wieder wahr. Siehst du? Der Gun-Doktor. Wow. Ja, das hättest du gerne. Nee, das ist eigentlich Diego, oder nicht? Eigentlich nicht. Eigentlich ja. Er hat den Doktortitel. Wollte ich mal nach dem Auto gucken? Nee, ich würde gerade sagen. Also... Ja gut, ne? Wir sind eigentlich ja am... Ich glaube, da wurden doch ein bisschen abgeschleppt. Doof. Ja, ne? Mirropark. Mirropark? Warte mal, wer hat der Nächste? Boah, ich weiß nicht. Naja, die Strecke kenne ich. Ja, aber Wimropark ist am angenehmsten, glaube ich. Lass mal hin. Okay. Na. Infern startet ne Fahrgemeinschaft, ne Lauf- ...Menschaft. Ja, ist ja ganz toll. Ja. Sei mal hin, freut sich hier. Das ist doch schön. Ja, der... Bis dann haben wir noch gesprochen, dass wir mehr Cardio machen wollen. Radfahren und Laufen und so. Ich nicht. Ich wollte eher weniger, sondern eher Gewicht und so. Ja, aber das gehört doch dazu. Du musst doch die Muskeln auch mit Sauerstoff versorgen. Kannst mich ja tragen. Ja, dafür hab ich Bier. Richtig? Ja, auch Training. Sie hat gesagt, du kannst mich ja tragen. Ja. Ja, wen meinte sie? Am besten so wie so ein Schal. Dich? Diego hat doch gerade... Ne, Diego meinte doch gerade was mit... ...Gesagt, dafür hat er doch Bier. Ne, das meine ich mit zum Sauerstoff. Achso, okay. Wieso Federboah einfach tragen, meinst du? Ach, gibt's nicht hier Taxi? Ach, ne, doch gut. Kannst du versuchen? Ich weiß noch nicht, wie gelängig du bist. Ich bin halt nur nicht so florschig. Na gut. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Genau, was ich gerade gepasst hab da. Uff. 1 zu 0 für sie. Ja, auf jeden Fall. Dachte so zuerst... Nein, ich halt die Klappe. Ich will sie gerne hören. Komm, sprich die aus. Nee, nee. Kommt nur auf die Stelle am Kopfhörer. Ja, genau. Das hab ich mir auch... ...wann wir klassen das Nächste. Und dann sagt sie, ich bin nur nicht so florschig. Alter, Lust bei euch. Was? Das hat nichts mit Lust bei euch zu tun. Ja, ja. Äh, okay. Du hast gerade gegen die Laterne geklappt. Chris? Ja. Alles gut? Alles steht noch drin? Ja, ja. Ich war vor allem mal weg, nachdem die Laterne auch weg war. Ich hab mich gewundert. Ich sollte dieses Bild aus meinem Kopf löschen. Was? Flauschige Bilder? Unter anderem. Boah, gibt Schlimmeres, ne? Also ich hab schon... Ich steckte aber noch ans Tragen. Also ich hab schon echt flauschige Frauen gesehen. Bei der Arbeit. Das hört sich gerade absolut nicht so an, wie ich mir das denke. Möchte das gar nicht. Also ich geh hier lang. Ja, viel Spaß, ne? Ich bin assi, ich mag keine Zebrastreifen. Zu Fuß ist... Wie immer ist die Luft hier dran, ist ganz angenehm, ne? Wie lange darfst du eigentlich dein Bike fahren? Keine Ahnung. Mir wurde nichts verboten. Okay. Naja. Jetzt können wir hier Moralpredigt. Pass auf. War klar. Ich war heute bei der Nachuntersuchung. Und was haben sie gesagt? Ja, nichts. Achtung, Achtung. Ernsthaft? Ist er wieder RIP oder... Ja, ist er wieder. War ja klar. Das geht mir auf den Sack heute irgendwie, ne? Das passt jetzt schon echt häufig. Und wieder rein. Sind wir ja weit gekommen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Yoga betreiben. Tiefen-Yoga. Achso. Ja, ihr habt immer noch nicht erklärt. Da wären wir wieder beim Tiefen-Yoga. Was ist das jetzt? Komm raus. Ich will es jetzt hören. Das ist nicht mein Part. Das darf Chiara machen. Wollt's nochmal von dir hören? Das kann man nicht erklären. Das muss man zeigen. Und das tue ich nicht. Ob man das sehen will? Okay. Ich weiß ja nicht, ne? Also, schlecht sieht's nicht aus. Also, ich glaube, ich möchte nicht zusehen. Nicht? Nein. Nein. Ich glaube nicht. Hier. Rüber. Sonst. Ja. Macht man das in so knappen Outfits? Oder hat man da gar nichts an? Also, das mit den Zebra... Völlig überbewertet. Na, was? Ja, ich weiß nicht, wo ich kann. Jetzt lauf doch nicht. Oder macht mich fertig. Wie so'n Rudel, Alter. Bitte biegen Sie links. Ja, ich merk's auch schon. Und gehen Sie über den Zebrastreifen. Er dient zu Ihrer eigenen Sicherheit. Hm. Nee, wir gehen einfach quer über die Kreuzung. Das ist vollkommen okay. Ja, und mitten auf dem Zebrastreifen... Seit wann bist du denn so ein Helikopter, Mutti? Das ist ein Helikopter, Mutti. Das ist Karls'n Helikopter, Mutti. Was ist ein Helikopter, Mutti? Der Helikopter kann nicht spielen, ja, aber... Wow, hier ist ganz schön tief, du. Puh. Geht ganz schön runter hier. Das ist richtig. Solange du hier oben bleibst. Das ist schon lustig, wenn du unten einer aufklatscht. Nee. Wie so'n Bonbon. Puff. Ja, für ihn dann. Puff, sagst du das. Was hast denn du für Bonbons? Ja, so mit Füllung halt so, ne? Wenn da Feuchtigkeit rankommen, dann machen sie Puff. Oh. Okay. Nee, Puff. Nicht Puff. Ja, eben Puff. Kennst nicht, ist voll geil. 1-0 für mich. Jaa, richtig. Jaa, gut. Machen wir jetzt Strichliste? Wieso? Mhm. Ich weiß nicht, einfach nur so. Mach thematiefen Yoga. Ja. Bitte über die Straße. Was trägt man jetzt dabei? Nein. Ich glaube nix. Nix? Dann würde ich doch dabei zugucken. Ich habe immer gehört, weniger ist mehr. Geht es genau lang, Mann. Das ist richtig. Manchmal ist mehr auch mehr. Find ich auch. Worum geht's? Manchmal ist mehr aber auch zu viel. Worum es dabei geht, aber ich schätze es einfach. Wir reden von Klamotten. Ja, komm an. Nee, um Busch geht's nicht. Was? Also, hoffe ich. Oh. Ähm. Dann sind wir wieder beim Flauschig sein. Oh. Oh. Dann ist aber definitiv nicht weniger als mehr. Nee. Dann ist, dann ist gar nichts als mehr. Nee. Karls mag's gerne haarig. Nein. Hi. Busch. Wassensuppe. Wieso? Was? Für mich. Boah, so langsam laufe ich mich müde. Wow. Ich kann mich gerne wach klatschen, wenn du das willst. Hättest du auch mal lieber so'n, 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 Eiersmoothie getrunken? Ja. Das hilft dir. So'n Eier, Bacon, Chili-Smoothie. Also, ich bin so'n bisschen früher aus dem Zett gekrochen. Eier, Bacon, Chili-Smoothie? Ja, mit Kaffee und Ohrlauch. Wir wollten halt so'n Katerfrühstück, äh, im Mixer zusammen gemixt und, ja. Wie die aufgescheuchten Hühner laufen sie hier kreuz und quer. Wo gehen wir... Jetzt auf einmal ist er hier über korrekt, ne? Über Zebra-Streifen, grünfläche rennen. Ja, das ist ja grünfläche. Das ist ja keine Straße. Das da jemand mit dem Auto langfährt, ist schon unwahrscheinlicher. Ja, aber wir haben eh gerade gemeckert, dass wir dreckige Füße gekriegt haben und jetzt willst du da durch die... durch das Gras rennen, ja? Wo du gerade langläufst, triffst du da eh den Hundescheiße. Ja. Alles gut? Ich fahr ja, ich fahr ja, ich fahr ja bei Ilhamert, also von daher ist das nicht so wild. Ach so ist das. Okay. Okay. Maki, ernsthaft, habe ich geschleppt worden, alter. Iiiiiiii. Eigentlich ist das Auto echt gar nicht so schlecht, wenn es mal wenigstens einen ordentlichen Sound hätte. Oh. Willst du von einem Gebrauchtwagen so ein Mistdinger erwarten bitte? Hey, hey, nichts gegen Izzy, der ist voll toll. Das ist Ansichtssache und zwar ganz schwer. Hm, Ida fährt ein Izzy, das Fortspiel. Wow. Richtig toll. Vor allem jetzt sind die Temperaturen, dass man sogar mal offen fahren kann. Aha. Ist ein Cabrio? Super. Ja. Ist immer noch ein Izzy, das ist das Problem halt, ne? Ey. Naja, Zopf regelt, oder? Der ist toll. Besser als ein Panto. Richtig. Das auf jeden Fall. Alles ist besser als ein Panto. Also Izzy ist mehr Auto als ein Panto, richtig. Ja. Dann biss ich mir halt irgendwann mal so ein richtiges Auto. Also wenn du prüfst, dann ist mehr Auto als ein Panto. Richtig ein Buffalo. Das ist richtig. Selbst ein BMX ist mehr Auto. Was? Ja. Ist das überhaupt ein Auto? Ich sag mal selbst, selbst Carlsen und mein Nasenfahrrad sind mehr Auto. Wow. Okay, seid ihr jetzt so vernünftig, dass er nicht über die Rasenfläche läuft? Wow. Anarchie. Leute, ich kann... Was kann er nicht? Kann er nicht lang. Was kann er nicht? Ist mir egal, komm. Ausgesetzt. Wow. Wenn ich kann, hat Pech. Der Sack kriegt keinen Behindertenbonus. Was ist dein Problem, Chris? Was ist dein Problem, Chris? Gar nichts. Ich wollte Gentleman sein und der Dame über die Mauer helfen. Willst du da mal ran, meinste? Gibt's schlechteres, ne? Gibt's schlechteres, ne? Hm? Das ist schon leckerchen, ne? Joa. Oh, das Taxi ist auch endlich da. Hat ja auch gedauert. Komm ran. Und? Was ist mit dem Bein jetzt? Kann die auch mit oder? Keine Ahnung. Geht's bald? Ne. Wir müssen eh was klären. Dann sagen wir nicht mal tschüss. Guck mal, das reicht. Wir wollen ja... Chris, deine Chancen da nicht von... Ja, ja. Ich zeig euch wie das geht. Das war auch meine Intention. War mir klar. Ist auch ne hübsche, ne? Also von daher. Ich meine, direkter konnte ich es ja nicht machen, ne? Ja. Ich hab ihm per Telefon her angerufen. Gesang. Ila, Chris, Chris, Ila. So, jetzt geht mal. Alter Verköppler. Aha. Die hängt gerade mit den irgendwie so grob Jungs, glaube ich, ab. Dein Ernst? Die muss man ein bisschen mehr Anstand abbekommen. Mhm. So. Und dann lass mal kurz den Laden. Hab offiziell die Erlaubnis mir die Nummer von dir geben zu lassen, Paul. Aha. Was? So geht das. Dann hat's ja geklappt bei der Vorhinein. Hab gesagt, vielleicht... Hab gesagt... Vielleicht sieht man sich ja wieder. Ich würd mich freuen. Hat sie gesagt. Ja, vielleicht. Ansonsten hat Paul auch meine Nummer. Und dann kannst du das nochmal durchbütteln. Schon traurig, dass er dir den nicht direkt gegeben hat, ne? Also so'n Erfolg würd ich dann nicht werden. Ja, ne, doch. Geh mal zu Papa Paul und hol dir das. Ja, das ist schon irgendwie neuer. Nein, 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 nein. Ey, Jungs, ihr müsst das so sehen. Ihr müsst das so sehen. Sie gibt mir die Möglichkeit, aber... Ja, sie lässt mich den Schritt machen. So seh ich das jetzt. Ja, seh das wie du willst. So. Das war meine Intention. Was? Das. Das. Genau das. Wow. Und du hast es genauso getan wie Papa Karlsson das gerne möchte. Sowas nennt man Freunde. Sowas nennt man Freunde. Echt jetzt. Ja, hier im Zweck hier so quasi, ne? Ich hab dich vorgestellt, ne? Ich hab dich vorgestellt, Mann. Jetzt weiß ich auch. Und hab da gesagt so, jetzt geht da mal rüber. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Ich hab's genau gemacht. Ja. Ja. Ich hab dir auch das ein oder andere Kompliment da gelassen. So ganz vorsichtig. Siehste. So. Das gute Mädchen muss von der... Von... Ähm. Ich glaub hier wird schwierig. Doch. Hier sind wir schon. Ja, aber... Das wird eng. Oh. Das geht. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Ja. Das passt. Ja. Cool. Ich mein, mach ne Frau die Mente über ihre Schuhe und du hast Pluspunkt. Ja. Okay, holst du raus? Fahr mal vor. Ich bin zu faul zum Laufen. Wä? Messer hab ich im Laden. Die sind hier nicht. Oh. Stimmt. Die haben ja auch keine... Ach ja. Ja, richtig. Aber ich muss mir, ich muss mir dann noch andere Klamotten anziehen, ne? Oh. Dunkler ist aber. Am besten. Also tatsächlich... So, dann schauen wir mal. Zwei Messer hier. So. So. Da können wir doch mit dienen. Sich zwölf. Einfache Nummer. Wie heißt es mit Nachnamen? Biore. Herr Karlsson, hier deine Knarre. Schöner Name. Kann man machen, ja? Also 8, 4, 5, 3, 1, 2, 1. Herr Karlsson. Hä? Hier deine Knarre. Ach so, ja. Ja. Gut. Ja. Danke. Oh, beide liegt auch noch hinten drin. Ja, ich bring die. Ich hab die dabei. Hier. Ok, super. Dank dir. Puh. Ja, besser ist, ne? Ja. Ich klingel mal durch. Denk dran, wir müssen uns noch umziehen. Ja, ja. Ich will da jetzt nicht wie so ein weißes Männchen durch die Gegend trennen. Ich will die graue Jacke auch ein bisschen loswerden, ja. Na bitte. Ich mag's nicht mit dir. Na, ich bin's. Die Sachen mit denen ich mich gerade erwähnt habe. Na, schöne bitte. Du bist da, wo meint ihr, ihr bräuchtet zwei Messer. Ja, wir bräuchten zwei. Das ist richtig, ja. Wollen wir mal fragen, wo wir uns dann treffen wollen? Oh. Oh. Boah, ja. Da fragst du mich immer Sachen, denn? Ja. Äh, beide sind, wie teuer, zusammen? Zusammen sind das, äh, 1100. 1100, ok. Ja. Uh. Was schlägst du denn vor, oder? Ich schau mal kurz. Wir müssen eh mal ein bisschen umkleiden, weil ich hab gesagt, ich hab gehört, dass wir da nicht unbedingt dabei gesehen werden sollen, ne? Hm. Achso, ansonsten, ansonsten wir treffen uns bei Pier. Meinst du unten drunter einfach? Ja, genau. Achso, ich glaub. Ja, da war eine Unterführung oder sowas, ne? Ja, richtig, richtig, so. Habt euch schon in der Langenwurz. Ganz gut, dann kommen wir da einfach so. Alles klar. Machen wir da einfach so. Alles klar. Dann, äh, sag ich mal Bescheid und dann habt ihr noch ein bisschen Zeit da. Achso, äh, kannst du vielleicht noch ein bisschen was mitbringen? Äh, was? Drago wurde vielleicht eventuell gefilzt. Was genau? Äh, hast du noch so eine kleine, äh, warte kurz, so eine kleine Peng Peng auflagert? Müsst du dich noch mal zum Laden? Ja, musst du mir jetzt sagen, ja oder nein? Ja, ja, dann kann ich mitbringen, kostet aber ein bisschen, ne? Ja, musst du mir sagen, wie teuer und dann sag ich ihm Bescheid. Ah, sagen wir mal drei glatt. Drei, okay, alles klar. Zusammen dann vierer eins, ja? Genau. Alles klar. Gut, dann fahr da mal hin. Ja. Und, äh, sag ich mir einfach Bescheid, wenn ihr da seid, so. Und dann, ne, kommen wir vorbei. Gut, dann bis gleich. Super, danke schön, dann bis gleich, ja? Ja, ciao. Ciao. Mhm, jaa. 1000, was, 200? Hä? Für zwei Messer, 1200? 1100. 1100. Also. Dazu kommt noch was anderes, aber halt, ne? nicht hier ich bin fertig wir müssen nochmal kurz zum laden oh war gut dass wir so weit weg sind Drago hat was verloren deswegen na und dann gehen wir zur Pier unter Führung dahinten weißt du wo ich meine mit dem Motorrad aber oder? ja 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 jetzt werde ich angerufen Karten ja ja okay weiß ich bescheid hat ja hat ja äh kannst fahren und telefonieren gleichzeitig ne nur so hat ja Jake auch gesagt ne ne äh Tyler brrr ja ja okay war das vorhin dieser Duch auf mit dem ihr da geredet habt? ja hm okay weiß ich bescheid ganz genau kriegen wir hin ich wünsch dir einen schönen Abend noch okay tschau gut zu wissen mhm das war der Sek der hat gesagt unabhängig davon ob die ob Mo oder so da ist können wir immer anrufen okay gut bringt aber nicht wenn dann nur so wenige dann sind ne genau das habe ich mir auch gedacht ja gut schön aber ich sag mal ihr dürft nicht vergessen uns muss man auch noch mit dazu zählen ja ja aber ich will den Kopf nicht gerne erklären warum die mit illegalen Waffen bei uns rumschießen und uns beschützen das ist irgendwie ein bisschen scheißen wenn du verstehst ey Zeck hat glaube ich eine legale Waffe es haben einige von denen eine legale Waffe ja das ist schon mal sehr angenehm ich hatte halt nur so zwei vielleicht von denen haben ne es sind so drei vier glaube ich okay bis jetzt wusste ich von äh Ben und Lynn oder? äh Erik Lynn Zeck Ben auch Wer? Anruf Ben Esteban hallo Schönen guten Tag hier spricht Herr Rasenhoff ja äh am besten sie setzen sich so mal Sonnenbrille auf ja ja ok warum was gibt es denn sonst noch äh ne nur so nur so Stress ist nicht zu rechnen oder? weil ne ne alles alles gut wir nehmen die nur mit ich weiß nicht ob du dein Gesicht zu zeigen willst ne werde ich nicht alles gut ok alles gut dann müssen wir gleich ja auch bis gleich ja ciao wir stellen noch Motorrad um ne? ja so viel bin ich in meinem Leben nicht gefahren mit Motorrad das siehste mal ne? geht solange gut bis es schief geht ach was das ist ja ne ganz tolle Zeit ja du bist echt ein Genie naja fast wie fast 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 ein Genie? ach ja alles gut ja der sink ist auf jeden Fall wieder toll so richtig toll abend wie immer weißt das doch schon genau ja 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 ich hab aber der vergessen man die zieht so sehr hoch halt das war knapp man wichser kleine verdragung na gut findet der Butterfinger hier auch mal hin oder? ich weiß auch nicht wo bist du hin? wo genau seid ihr? hinten Mitarbeiterparkplatz alles klar wo jetzt hin ist besser die Frage wie gesagt zum Pier und dann da unten in die Unterführung welcher Pier? der Pierro also der große ja ja und da unten drunter da unten drunter genau ja ok gut geht mal ein bisschen auf Seite hier ist eng geht mal ein bisschen auf Seite hier ist eng ja 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 mit dann ne sind ja Das war's. Da sind die erstmal fetter falsch abgebogen. Juhu! Juhu! Ja, richtig. Motorräder. Schön im Gelände. Nur leider keine Manches. Das haben nur so Kostmaschinen. Die haben nicht viel Power. Klein wenig schade. Ah, wieder mich gesehen. Sehr gut. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Mr. Der Kiste. Der Kiste. Mr. Der Kiste. Lass mich auf den Maschinen warten, sonst müssen wir es hier in der Nähe. Warten wir raus? Ne, ne. Ganz friedlich. Na. Ach, das ist alles cool, ja? Ja, ja. Okay. 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 50 pro Messer, genau. Deine Freundin zahlt für sich selbst. Hey, natürlich. Okay. Okay. Sir, super. Danke. Bitte. Ja. Für mich nicht mehr so nackt damit. Richtig. Aber es ist verdammt scharf. Hey, was will ich mit einem Messer, das nicht scharf ist? Tja, das ist die Frage, ne? So, und jetzt zu dir. Ja. Danke. ebenfalls ein messer ja genau 550 auch für dich hier muss man nachzählen sind viele kleine scheine keine ahnung bank hat mir eine scheiße rausgegeben na gut na ja stimmt aber pass bitte danke was gesagt untersucht worden ohne dass ich irgendwie widerstand geleistet ich behandelte als wenn du irgendwie verdächtig bist oder so ich hätte es mal überhaupt nicht kommst du mal oder raucht du musst mir dann nachher mal deins geben damit ich bei mir war schon wieder schießerei heute der kohle fehlt noch für das argo ja holen die gerade kommt gerade angerannt ok weil die beiden damit ihren kram bezahlt ja richtig erst mal gleich abwarten ich fühle mich nicht so wohl nur zwei vertreten ja ihr könnt ihr kriegt den mula ja der kollege hier neben normal 4 1 war sehr jetzt insgesamt sind es nur noch drei die beiden haben ihre messer bezahlt beziehungsweise 35 50 35 50 auch noch ein messer bekommen hat normal so muss noch durchzählen ja ich vertraue einfach mal dass du mir keine scheiße gibt wenn ich mir ja riech am bündel das sagt mir normalerweise ob genug ist aber ich lieber nicht daran mann ich weiß nicht wo das vorher war in meiner ohne tasche aber ich lasse das lieber aber davor weiß ja auch nicht eine schon seit 100 jahren in verschiedenen arschritzen gesteckt haben so mann im unter den hose habe ich auch ja die ist gemütlich aber was ich eben gesagt ja guck dir mal fuß oberarme an ja manches kommt bald bestimmt ja ja pythons meinst du ja wie der trainiert bruder auch wieder ja schon richtig hart schwuler moment gerade aber okay bruder ich kann doch ich kann doch plops für dicke muskeln geben ach wenn du meinst na gut dann halt nicht ja vorher finde ich heiß das wollte er gerade damit zu haben ich weiß ich will gleich mal mein t-shirt habe ich bitte nicht bruder ja scheiße die haben gerade verfolgungsjagd auf uns gemacht wegen befragung ja suchen die immer noch weil dann ist das hier ein bisschen uncool was sagst du solange die es immer noch machen ist es hier ziemlich uncool ne ne das war keine ahnung die wollten mich eine frage fragen so deswegen kommen die damit helikopter landen auf der auf dem highway und so ein scheiß sag ich ich will nicht mit dir reden mit zum zum chief da so und dann so ich rede nur mit dir mit anwalt da kommt anwalt sagt ja ist der verhaftet so die sagen so nö ja ok dann gehe ich völlig behindert ich will nicht wissen was dieser einsatz jetzt mit helikopter gekostet hat und so ja also ich glaube da habt ihr auf jeden fall ein bisschen was schaden und dann gerichtet ja kostet der gar nicht mehr ich glaube schon ich glaube wir wissen durch neue wollte solche verpässt du ja wir sind soweit durch alles klar der gute besinnlichste mehr klar was soll er aufnehmen wo wir machen gut das wäre jetzt scheißegal genzieht und dann bin ich halt einfach gekommen ja wir ziehen ab wir auch kommt gut tschüss kollega da hast du euch auch dankeschön nochmal ja bis dann man was jetzt ich vielleicht später genau gang passt auf wohin äh ja gute frage lass mal runter bei seeker sonnen ok Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das haben die mir ja gesteckt. Nee, 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 ich meine das mit den anderen. Ach so, das. Ja, eben, genau das. Also definitiv war das die Bäcker, die da mit dabei stand und die war ja die, die da im Cabrio da mitgefahren ist. Also es war die Grove. Ja. Vielleicht geht der Hausieren so in alle Richtungen irgendwie, wer weiß. Ja. Also ich fühle mich nicht, sagen wir es mal so, ich fühle mich bestätigt in meinem Gefühl, was ich zu diesen Menschen hatte. Ich kriege immer ein schlechteres Gefühl, wenn ich an diesen Tuch aufdenke. Ja, gefällt mir auch nicht. Ich hätte auch hier und uns auch einen kleinen Tipp gegeben, dass es sich lohnen würde, da einmal hinzukommen. Aber irgendwie hatten die halt zu tun. Boah, ich flex hier mit meinen Armen. Guck mal, Gang-Tattoos an, ja. War schon ein Lach nochmal, oder? Alter. Ich habe am liebsten eine Nadel genommen und einmal reingestohlen. Weißt du, man war echt eine Woche im Knaster, wie lange er war und macht schon Dicken. Also weil er das auf die Straße kennen würde, weiß man. Das ist halt echt lächerlich. Ja, ja. Ah, Kiara ruft da. Ein Moment. Juhu. Der ist jetzt das mal beschäftigt. Da hilft nur eine Kippe. Oh, was sagst du da? Interesse an einem Nachtclub? Ich weiß noch nicht. Wollte du eher so eine Schrauberrichtung einschlagen, ne? Oder Musik halt. Irgendwas liken oder so, was nichts mit Autos zu tun hat, ist eigentlich nicht so meins. Das ist halt anstrengender Papierscheiß, auch vor allem, wenn es liken muss, ne? Richtig, richtig. Personalverwaltung und so. Das fragt, ob du Bock drauf hast, ne? Ja. Wie gesagt, wenn die mal einen DJ brauchen oder so, teils Tagelöhner, mache ich das gerne. Ja, kein Problem. Mhm. Ja, warum nicht, ne? Sag mal, es gibt den Laden hier, den würde ich vielleicht nochmal aufmachen. Da würde ich drüber nachdenken. Ja, verstehe ich. Als Geschäftsführer. Weil, das kann ich. Also, ich sag mal, ich übernehme Aufgaben oder ich würde Verantwortung für Aufgaben übernehmen, die ich kann. Du meinst, äh, Gummireste von der Straße kratzen, oder? Verkaufen. Du brauchst euch ein bisschen mehr damit Ärger. Verkaufen, reparieren. Ja, ja. Entertainen, sowas. Aber seht, ne? Hast du eine Kohle für sowas am Start? Nö, aber Geld. Es gibt genug Leute hier in der Stadt, denen man es aus der Tasche ziehen kann. Ja, aber sowas aufmachen halt, ne? Du brauchst halt ein bisschen Geld, ne? Ich leide ja was, wenn du das brauchst. Wir gucken, wenn es soweit ist. Aber danke auf jeden Fall schon mal. Klar, aber... Klar, aber... Wir stoßen mal davon ab, also. Ja, stimmt schon. Ja, diese Tänzerin, die hatte irgendwie eine ganz besondere Ausstrahlung. Ich weiß auch nicht. Ja, nennt sich Frau. Ja, aber es gibt Frau und es gibt Frau. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Wie lange wollen die nach telefonieren, also sollen wir ihn einfach hier stehen lassen? Ich hab keine Ahnung, vielleicht machen die ja da Telefonspielchen oder so. Ah. Können wir lassen ihn einfach mal hier stehen holen, Fleisch? Ja, ich glaub, das lohnt sich nicht mehr. Oder doch? Ich frag dich, du sagst ja, also. Ja. Ich dachte, der alte Sack wollte pennen gehen. Ich hab ihn befohlen, einzustellen. Okay. Was heißt befohlen? Du hast gesagt, steck da hin. Okay, gut. Jetzt erst, toll. Wunderbar. Sprich, sprich mal mit ihr. Ja. Ja, wolltest du doch. Ja, und dann bring das mal so ein bisschen in trockenere Tücher. Nein. Hä? Ist das nicht schon in trockeneren Tüchern? Ja, siehst du, also. Du bist... Ich glaub, die Operationen haben dich ein bisschen fertig gemacht. Du solltest vielleicht mal... Ich hab nix los, Mann. ...bisschen drüber schlafen. Gar nichts. Na dann... Wir müssen jetzt noch mal Gespräche führen. Oder weiß ich nicht so genau, was jetzt gerade passiert. Ich wurde ins Auto eingepackt und ich musste mitfahren. Dein Liebchen, frag mal, ob die auch ein bisschen besonderes Fleisch möchte. Ja. 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 Gut. Tschüss. Die nimmt auch ein RIP-Buy. Fertig, der Lack. Alles klar. Bestimmtes? Der Vorschlag wäre RIP-Buy. Oder BW für die Grau. Kannst du was aussuchen? Also wir gehen gleich quasi ein halbes Rind kaufen. In Einzelteilen. Das hat sie doch schon entschieden, wenn sie den Bund geäußert hat. Ach. Wo seid'n ihr? Kannst das schon mal klar machen, da. Okay. Krieg's nicht auf? Ich dachte, wir haben Tiefen-Yoga gerade. Ach. Sorry, Mann. Hat's da ne Fliege? Da sind viele Leute da. Also viele. Wir sind glaube ich auf dem falschen Ort, ne? Komm mal gucken. Vielleicht kommen wir nochmal. Also ich hab gesehen, wie die da hinten an der Rampe was verkauft hatten. Na, nass mal da rüber. Kannst du dir meine Nummer aber gerne einspeichern, wenn du möchtest. Ich glaube jetzt rückwärts an der Rampe. So. Okay. Alles. Ne gut, wir gehen dann mal... Leg auf, wir brauchen Fleisch. Komm. Du hast die Liste. Wie gesagt, vielleicht kommen wir gleich nochmal hoch. Müssen nochmal eben einkaufen. Okay. Bis später. Tui. Eins zu null. Dann wird wieder das Problem mit dem Sabber. Ladet ihr das... Ladet ihr das mal kurz ein? Ich muss mal kurz was... Die sind alle oben am Alienplatz. Was? Ja, viele Leute. Warum? Weiß ich nicht. Können wir gleich mal gucken. Erstmal Kuh besorgen. Dann will ich aber nochmal kurz ein anderen Oberteil anziehen. Ja, ich auch. ich bin ja ja du bist bla 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 okay so sie hat sich gefreut ist das ein gutes zeichen nötig gut an abend abend was wollten wir noch mal gleich hier so die liste wir bräuchten also ich habe aufgeschrieben so was meinst du wie viel brauchen quasi eine halbe kuh aber in einzelteilen wir haben keinen bock jetzt selber zu schneiden ein halbes black angus rind am besten in einzelteilen genau was war das hier was es genau ribeis steaks ribeis hätten wir gerne vorrangig nehmen wir mal zehn kommt zehn stück ein paar filets dazu so ja was auch so eine halbe kuh rausfällt ne ja pack mal ruhig ordentlich ein also an geld soll es nicht machen richtig also also ein paar ganz normale steaks würde ich sagen ja geht immer für die frauen einen halben hunger vielleicht ein paar würstchen und rippchen rippchen auf jeden fall habt ihr marinade habt ihr sowas wo es wäre echt premium so einen ganzen eimer am besten wenn ihr das habt oder zumindest zwei sicher sicher ja 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 zwei das muss triefen muss das genau boah schweinge läuft ja schon das wasser in uns zusammen ist das denn gut von dir sagt ihr best in der stadt ok hat sich gut an habt ihr noch ein paar tomahawks also ein paar tomahawk steaks können wir dann auch acht von mir nehmen würde ich sagen hört sich gut an acht hört sich gut an wenn ihr habt dann noch so ein bisschen so gemischtes zeug so ich sag nenn es mal grillteller grillteller im effekt ja würst hier ein bauchfleisch so was halt so ja und das alles halt ne mach mal große tüte fertig oder besser zwei ich glaube das passt nicht in eine da kannst du einen karton packen also einen tüten und den karton so kann man es besser transportieren genau und macht also 850 ja gut ne gutes gleich kostet ne ja aber ich zähme alle erwarte ich für die hälfte dazu ach passt schon hier nimm die 200 weg damit top hop 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 okay so hier bitteschön ich nehme schon mal einen karton und trag den ins auto ne mach das mach das mach das reit ich warte bis zum nächsten bringst ja alter ist das schwer ja was glaubst du denn das ist er perfekt so dank dir scheiß hat echt recht das wiegt echt ne menge ich bin froh ich lasset rutschen so wieder so fleisch kann ganz schön was wiegen ey was glaubst du denn machen sie gerade party kriegen wir oben abstellen ja dann sehen wir uns gleich ich mach auf ich geh mal auf die andere kriegen wir überhaupt da rein oder musst du einen auf dem rücksitz stellen ne das passt schon obwohl eins auf dem rücksitz ok sorry baul aber ich muss einen karton ja komm kipp hier haben alles geholt ja rippei filet also halbe kuh im karton ja kenn ich auf jeden fall genug und wo grälen wir dann das müssen wir noch klären sind wir erstmal bei uns in abonation die truhe oder ja hört sich gut an ich weiß nicht vielleicht können wir es ja auch oben am alien platz machen ich weiß nicht ob man da warum eigentlich nicht ne aber mal gucken feuerchen war da also kämpfen style grillen ja muss ich scheiße aber erstmal marinieren ohja das machen wir dann da haut keinen bock mehr zu ne weißt du wir machen einfach die tüten auf und kippen die einmal da rein fertig mariniert warte mal wir haben da Leute noch so Bottiche hier boah ok ich nehme jetzt erstmal mit hier vorsicht schwer ja krieg hilf mir mal das nochmal ein bisschen ohja du hast ja den Schatzschmerkarton gericht oh Bruder oioioi ja wie hält der das denn ey da musst du aufpassen aha oi hui da bring das auch mal ins Büro ja oi 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 das wird so gut das wird geil ja ja ah wir machen dir das morgen komm ich hab keinen bock ja krieg mal hin kann auch sein dass ich noch ein bisschen magic dust zuhause habe was für ein Ding ach nee zuhause ah toll zuhause hatte ich das ja stimmt hört sich an wie Drogen das hört sich wirklich an wie Drogen das ist ne ne Marinadel wie heißt magic dust okay wir haben uns das mitgebracht soll die beste Stadt sein ach so cool vielleicht ist das ja auch irgendwie sowas in der Art auf Reise keine Ahnung wir werden sehen Geheimnis da drin ist geräucherter Paprika ja geräuch? ja geräucherte Paprika wow das geil hatte ich schon mal richtig geil richtig geil ja ja oder räuchersalz ist auch richtig geil ich hab richtig Hunger eine richtig scheiße ich höre verdammter Arschle ich hatte ja erst zwei geile Burger oder so das ist richtig geil oder so wir hätten Black Angus Hack besorgen sollen für Burger ja pass auf wir müssen da ja egal wir haben ja da ne halbe Kuh ja da entsteht auch äh wir haben auch noch ein Mixer ja ne 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 das ist nicht dein Ernst wir können auch ein Fleischwoll für sowas nehmen ja wo kriegen wir den her ja ich kauf das lieber direkt wieder bei den Metzgerern ein gutes wie geil wir ziehen uns direkt vor den Bullen noch ja warum ist es doch vollkommen legitim sich mal umzuziehen ja ist doch vollkommen okay ja eben ich hab da nicht genölt da klang eher so ein bisschen so ach ach ja ey wie glücklich er gerade ist meine Fresse ja das Fleisch und Frauen und sowas Frauenfleisch und vielleicht noch mehr ja joint wenn auch ganz gut dann schmeiß ich mich mal in einen ganz adretten Fummel rein ganz hart ja ich bitte dich so wie die junge Dame vorhin da war ach ich nehme das wieder das ist gut er hat nicht ernsthaft ein Polohemd angezogen ne ich weiß nicht womit er gerade in die Umkleide verschwunden ist das sah nach dem Polohemd aus boah bitte nicht ach nee wir beraten ihn nicht wir fangen erst an zu lachen ja 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 auf jeden Fall ne wir lachen erst wenn sie dabei ist oh uff ne das wäre ja auch das wäre zu hart du warte falls der Polo einen Tannen hat dann setzen wir uns ins Auto fangen an zu lachen und dann wenn er dann nochmal aussteigt um sich umzuziehen ok ansonsten fahren wir dann erst los ja auf jeden Fall jetzt hab ich wieder Hunger Alter wo ich gerade eben erst einen Burger gegessen habe schrecklich sowas na was ist los findest du nix? für meine grüne Lieblingshose danke endlich hm und wichtig ach jetzt fühle ich mich wieder wie Paul Carlsen und vorher hast du dich wie gefühlt? wie Carlsen auf dem Dach oder? mein Propeller ist aber nicht auf dem Hut sondern in der Hose ja gerade ein bisschen dumm vorn weil sofort raus ui wuuu 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 will er gerne nackt durch die Gegend ach scheiße wuuu du bist ein Helikopter ja genau so meine Damen sind doch bestimmt stil-sicher alter deine Haare blenden mich was... schickes das solltest du ihr vielleicht auch unbedingt sagen unbedingt unbedingt was das? ich dachte schick Nicht Penner Schicker? Schicker? Na gut, das könnte vielleicht noch gehen, aber zu hell Ich werde blind Ich muss mir meine Muskeln stapeln Nee, Diego hat das selber Vielleicht so ein ligeres Hemd? Ein Hemd? Eigentlich Da ich ja so der Hemdtyp bin So ein Polohemd würde die doch bestimmt stehen Nicht Damit bist du aber gerade eben kurz in die Umstände verschwunden Tatsächlich Da haben wir schon Angst gekriegt Ich habe gleich so Goldschläger dazu Das ist halt nur beim Spiegel gucken Dass auch wirklich gut aussieht Was haltet ihr von dem? Ja, kann man machen Kann man oder ist okay Wenn eine Party, wo man eine Frau Klar machen möchte Ist ja jetzt nichts Ja, nicht Hast du gesehen, wie sie aussah? Ja, du hast ja recht Hallo? Ja Besser Nein Das ist wieder zu viel Das bist nicht du Das wollte ich schon meinen Hämnd raushängen lassen Vielleicht Langärmlich Ach ja Langärmliches Sowas Das wird gehen Hast du gesehen, was sie anhatte? Ich wäre eigentlich hierfür Weiter War es ja gerade oder habe ich mich Da Sowas Ja, zum Beispiel Ja Okay Okay Also das Bist zwar du nicht immer Aber es ist ja auch gerade nicht immer Sondern Party Das ist richtig Und so kannst du doch da hingehen So ist das in Ordnung? Ja, kann man machen Okay 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 Gut Dann machst du jetzt nicht hundertprozentig den Carlsen Aber Ich bleib einfach ich Genau Abflug Okay Christoph, fährst Danke Okay Schlüssel Stecken Super Lass mal beim LTM nochmal vorbeifahren Ich hab noch ein bisschen Geld einzuzahlen Wie wir immer Geld einzahlen müssen Ja Das wird so ein Dauerbrenner, glaube ich Ja, möglich Ja Okay Also aufhören in den Norden Wie willst du am Norden? Äh, Leute im Norden Na dann Hi Wir wollen die Tage grillen Ich hab dich da jetzt mal einfach mit eingeplant, ne? Gut Wir wollen uns Tschüss Oh, so mach ich das gleich auch Hast du aber schon Sino so Okay, ciao Das wird ein fettes, fettes Barbecue Sollen wir die Jungs, haben wir die Jungs auch Bescheid, oder? Klar Weiß nicht Weiß nicht Welchen Jungs? Einen Kollegen? Äh, Drago und so Nee, die werden gerade so hart von der Polizei gesucht Das ist gerade ein bisschen knifflig, ja? Von den Gangs Nee, lass mal bitte Okay Und das ist bis jetzt auch eher so Ja, aber dann tun wir denen ein bisschen was weg Wir haben denen davon erzählt Ja, aber Können wir mal ein anderer machen mit denen dann, aber Ja, aber nicht mit den Frauen dabei Ja, und dann mal Genau Das wär nicht cool Das wär ganz schlecht, ja Ja, 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 ja Jetzt, jetzt, ja, ja Ja, Argument zählt Ganz genau Wenn jetzt noch Basti und Dings noch kommen Brauna, meinst du Ja, die könnte man, genau, Brauna Die könnte man jetzt nur dazuholen, aber nee Aber dann bleibt kein Fleisch mehr für uns Meinst du? Ja, weil Brauna zuschlägt, ne? Aber das wär, das wär was anderes, ne? Er ist heute, er ist heute geldlos, ja Das ist quasi Familie Das ist richtig Die quasi Familie, das ist Familie, Mann Ja Familie geb ich sogar das letzte Hemd ab Oder das letzte Essen, also Bleib erstmal in dem Hemd, was du jetzt überhaupt besitzt Na, gucken, wie lange Gute Einstellung Oh, ist das eine Ansage gewesen Gute Einstellung Mach's mal mal, mein Freund Boah, wo sind dir die Eier gewachsen auf einmal? Ja, freu mich auf Leck und fett Die waren schon immer da Eier? Ja Das waren nicht so Frisch verpackt Frisch verpackt in der Hodentasche In der Hodentasche In dem Portemonnaie Was du meinst? Ja, genau Ja Wessen Portemonnaie war denn das eigentlich, wo du deine Eier abgegeben hast? Das, 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 das Krankenhauses Das war ein Bleiportemonnaie Ich kann mir vorstellen, dass das gezwickt hat Hier, passt doch Ja, ich, ich nehme auch einen Hey Geht der jetzt nochmal für die Lady einkaufen? Sieht's fast so aus Ich hab noch ein bisschen Whisky und Bier auf dem Koffer oben Ja, wer möchte die Zigarette haben? Ich Gib ihm Danke Kann nie genug haben Wo geht's jetzt nochmal dahin zu diesem Platz? Erstmal wieder zurück hier Richtung Autobahn Bin ich da das letzte Mal hingefahren? Ich glaub schon, ne? Ja, ja, ich glaub auch Apropos hingefahren Ja Wir haben doch gestern nach den Rockern gesucht, ne Paul? Ja Und wir haben doch vielleicht am Yellowjack Inn nach denen gesucht, ne? Ja Warum erfahre ich dann von Diego, dass die sowas wie ein Hauptquartier haben? Und warum haben wir da nicht nachgeguckt? Die haben ein Hauptquartier? Ja Okay, er weiß es halt auch nicht Die haben ein Clubhouse Wann? Wo? Hier links, ja Weil die eins haben Okay, gut Wusste ich nicht Ja, jetzt schon Unter der Rennbahn direkt Gegenüber des Taxi-Unternehmens da Okay Hatte ich denn nicht gesagt? Okay Nö Jetzt weiß es ja Ne, ich dachte nur, dass die da immer am Yellowjack chillen Meistens ja Aber hier weiß ich wieder, wo es hingeht Aber da sind sie auch immer mal wieder Weißt du, wo lang ist? Ah ja, hier irgendwo gleich rechts Ja, aber weiter Weiter, weiter so eine Unterführung Ja, da war noch so eine Brücke oder so Ja, ja War das nicht hier? Ne, eine weiter Ja, doch, doch, doch Hier Ne, ein weiter Hier, hier, hier Ich glaube, man konnte Ne, noch weiter Ne, noch weiter Stimmt, ja Ich glaube, man hätte beide fahren können Hier jetzt Hier, hier, hier Ja, da am Unterführung Ja, und dann links Erstmal fertig die Frau stehen lassen, okay? Warte mal, bleib stehen Wat will der? Wat is? Lichter Was? Meine Lichter, alle gefangen Oh Gott Verpiss dich, sonst verpasse ich hier eine Ich geb Gas Das war klar Passt Wow Jetzt packen wir die Karre irgendwo, genau Okay, sie hat sich umgezogen Ja, jetzt bist du overdressed Nee Ja, dein Schlüssel Jo, werf rüber Ja Perfekt geworfen Du bist ja nicht overdressed Ich weiß Hi, Mann Na, guten Abend Was geht? Oh Gott Einen Haufen Kinder Die muss man irgendwie aufpassen Alkohol oder Oh, ein anderes Ich hab keine Ahnung Drogen? Ich hab keinen Plan Lichter fangen ist schon ganz schön, ne? Ganz schön abgespaced, ich weiß Grenzwertig Der Anwalt Vielleicht haben sie sich auch einfach von den Spirit dieses Ortes einfach über Einnehmen lassen Das kann natürlich auch sein Dann sind wir voll drauf aufgegangen Und demnächst haben sie Alu-Hüte auf und denken die Regierung konnte die Gedanken, ne? Wahrscheinlich Hat Jack sich vielleicht einfach nur Schmerzmittel reingeballert, weil er eine Schusswunde hat? Weiß ich nicht, auf jeden Fall waren die Mediziner vorne hier gewesen Okay Hm Was wollten die? Gut, das war das Server wieder Zum Glück ist nicht Bis zur nächsten Garage nicht allzu weit Also alles noch Erträglich Ja Genau Meine Rede Ich hab ja wie Hunger Weiß ich auch nicht Wie heißt, wenn du einfach mal was isst? Hab ich schon, zwei Burger Aber das reicht irgendwie nicht Tu mal was dagegen Was ging was? Was? Nein, setz mal deinen Cap gerade auf da Oder Ne, du hast ja immer so leicht Ich hab nix gesagt Ja Setz die zu gerade, ja? Ja Ja Gut So Liko, du hast irgendwie ein bisschen Dreck an der Hand oder so Habe ich das? Hilaria? Ja, gleich in der rechten So Besser, oder? Nicht weglaufen, Gabe Ilaria Ja Ähm Ich weiß nicht Gut Oh Gott, oh Gott Da, da oben Da oben Hast du dir die schon mal angeguckt Die was? Da, die Bilder Da, die machen auch Tiefen-Yoga Hast du dir schon mal angeguckt? Genau Ja, ja Ja, ich weiß Okay, das ist richtig Das hat sich auch gemacht, das Tiefen-Yoga Au Ja, wir hatten vorhin ne Idee So zu einfach, weil mich schlägt im rechten Arm Danke, ciao Hallo, der hat ne Schusswunde Vorsichtig mit dem Umgehen Aber interessiert's Mein Schilder So, wir kann's nicht tun, wenn er so ne Faxen macht Hey, John Alles gut bei dir Hast du gute Haare? Er hat dir jetzt gerade auf den Hinterkopf gebrauen Vorübergehend Er hat dir jetzt gerade auf den Hinterkopf gebrauen, ja? Nur vorübergehend Aber warum hast du dann nicht den Bart auch gefärbt? Das war nicht ganz freiwillig vielleicht Ja, vielleicht hat das mit einer verlorenen Wette zu tun Kannst du mal die Mütze abschauen? Willst du's wirklich? Nein, ich bin wirklich geblendet Okay, aber nur für dich Ausnahmsweise Okay Es sorgt meine Seele an Sehr schlimm Warte mal, wir müssen ihn aufziehen Ich will mal nicht meinen Hut absetzen Oh, noch mehr Oh, ich stirb Oh Ich setz mal die Mütze wieder auf Ich lache mir zu viel da, die beiden alten Männer da Bitte was? Was sagst du zu uns, ja? Bin ich jetzt eigentlich der Antichrist, weil ich rote Haare habe und Anwalt bin? Ja Ja, du bist durch Nee, das war eine verlorene Wette, Ina Okay Das wächst wieder raus Normalerweise ist die dunkelbraun Hä, das ist schon? Ich hab gesagt, das ist gelogen Was ist gelogen? Er frisst unsere Seelen Bei dir ist das Natur? Ja Okay, gut Meine sind auch Natur Ist das schön für dich? Ich hab gerade gedacht, ich hab keiner gefragt gerade eben Ach, ihr seid doch scheiße Ja, so sind die beiden Aber Diego, wir haben uns das gleiche gedacht Man merkt es Eine Wellenlänge Auf jeden Fall Oh, Zack Ich hab das in so ein stinkendes altes Zelt gelegt, wer weiß Wozu? Solange er nicht da hinten in den Wohnwagen liegt Mit so irgendeiner haarigen Hippie-Ollen, Alter Hast du mal das nicht wohl in den Flauschen? Ey, 6 bist du schon mit dem Ufo abgehoben? Kannst du ja um den Hals hängen Ja, aber vorne steht ein Ufo Ich dachte, vielleicht bist du eingestiegen und schon losgeflogen Ja Lass mich raten Ich stehe aber noch auf der bösen Liste Keine Ahnung Aber ja Komm, sei ehrlich Du hast es wahrscheinlich seit Wochen nicht mal nachgeguckt Du sagst einfach nur, ich stehe auf der bösen Liste Das stimmt nicht Aber wir mögen dich einfach nicht Deswegen hast du halt Pech Ja, genau deswegen Aber diese Aussage pauschal zu sagen, ist glaube ich nicht schlecht Weil da tut sich halt einfach nichts Er telefoniert gerade mit Colin Wo ist er? Oben auf dem Berg Ila Ernsthaft? Weißt du, was du gleich machst? Das nächste Mal irgendwas sag von wegen Ja, wie so ein Schal umhängen Da schnappst du die und hängst dir die um Wie, was, wie meinst du? Ja, weil das nächste Mal sowas anspielt Wegen ja, wie letztens mit dem Schal umhängen So Da schnappst du die halt und hängst dir mal ein bisschen hoch So Mit dem Schal umhängen? Du musst mir ja kurz auf die Sprüche helfen Ja, sie meinte doch Irgendwie wegen Flauschig und sowas Weißt du nicht mehr eben Als wir weggegangen sind So ne, um den Hals hängen Dann schnappst du die einfach mal Gucken, wie sie reagiert Okay Scheinbar wild ist Sonst hätt's nicht nochmal so gesagt, oder? Hast du doch gesehen, wie nah sie gekommen ist So beim Stehen Ja, ja Immer ran So, mal hinterher Die Ausblicke da oben ist schön Was macht sie da gerade? Der Anwalt, der jetzt neben ihnen ist Ne, der sitzt da oben drauf und malt die Wand an Oh Gott Was wird das da oben? Das will ich mir mal angucken, glaube ich Mag ich Ich wundch euch aber dann noch einen schönen Abend Ich verzieh mich dann Oh, ebenso Komm gut nach Haus John, pass auf dich auf Ja, falls Was macht die da oben? Ich glaube wir haben dasselbe Lied im Tiefen Yoga Ah, ok. Gut. Das war der Server mal wieder. Okay. Heute ist aber echt ein Absturzrad und das ist nicht mehr normal. Aber cool, wenn die einfach mal denken, fuck, scheiß auf Schwerkraft. Einfach mal in die Luft laufen. Kann man ja mal machen, ne? So. Es gibt ja nix schöneres, als sich ständig einzulocken, ne? Ist doch auch mal was für eines. Immer diese Aliens, ne? Ja. Aus seinem... Was? Was? Das verstört mich dann doch ein bisschen, dieses Bild. Ne, die stecken nur ineinander. Oder Mutanten. Was wird das? Was treibst du da, Mann? Das ist eine Figur. Sie macht tiefen Entspannungs-Yoga. Ah ja? Ja, so wie die Figuren da unten. Alter, das ist der Dauerrenner für heute. Ist die Yoga eigentlich eine Gruppenaktivität, oder kann man das auch alleine machen? Das darf der Arbeiten in den Ergarten nicht erzählen. Das darf der Arbeiten in den Ergarten nicht erzählen. Ja, glaub ich auch. Hi. Klassen. Oha. Ja. Guck mal. Das war schon schlapp. Hallo. Oh, das kommt ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht. Ja. Ja, und Sam. Oh, ich muss das Fleisch denken. Ja, muss ja. Ähm. Ja, Mann. Wir müssen morgen vorbeilangen machen. Ja, wir müssen malen und tanzen. Und wollen vielleicht noch was essen und... Oh, essen. Lichter fangen. Ja, und Lichter fangen. Ja. Oh, essen. Äh, was ist morgen? Ähm. Ist da nichts hier... Äh. Mit diesen... Luft. Von dir ist der Ausblick nicht so cool wie von ganz oben, ne? Ja, das hab ich von... Ja. Hab ich jetzt schon gesehen. Letztens. Also von daher... Das weiß ich mal nicht. Uninteressant. Ich plan nie so weit, weißt du? Aber wie hab ich's im Nacken... Oh, je, je, je. Ich fahre ja da. Ich bin weinig. Ja, lieber nicht. Ja, sogar relativ... Ich fahre lange, oder? Zack, wann sind wir gefahren? Äh, gegangen? Zack? Warte mal, mein Nacken ist... Okay, Zack kann ich... Oh! Oh! Das hört sich ungesund an. Ja, es tut aber immer gut, wenn es einmal geklackt hat. Okay. Ja, meinst du? Mhm. Oh! Geht die Verspannung raus. Okay. Ja. Nee, irgendwie nicht. Okay. Jo, bis später. Tschüss! Hm. Hat einer grad was von Essen erwähnt? Ja, das wurde mir so ins Ohr geflüstert. Okay. Aber erst muss ich... Ich hab auch Hunger. ...jahre an. Was machen wir jetzt hier? Auf Essen warten. Also wird geliefert, oder? Weiß ich nicht. Alter, hast du irgendwas gegeben, oder was ist mit dir verkehrt, Mann? Was denn? Ja. Warten auf Essen, aber wir... Ich weiß nicht, ob was geliefert wird. Was ist los? Was... Wer beliefert Essen? Ach, ich... Vergiss es, Mann. Hä? K следigen. Du hast doch irgendwas von Essen gesagt. Ja. Ja, wir wollen Grennen demnächst. Ja. Hast du gewisse einen Hunger? Was ist mit mir? Ich hab keinen Hunger. Da, da, da. Sag mal, Sek. Na? Was hast du genommen? Wenn du was essen möchtest, können wir's gerne machen. Gar nichts. Das glaub ich dir nicht. Sag mal, Sek. Wie ist denn die Schulter so? Alles cool? Ja. Sehr cool gerade, ne? Ja. Ich hab doch gesagt, das ist cool. Guck. Ja, gut. Bisschen rot, aber... Mag. Das ist grünig. Grün ist auch okay. Was ist mit Gelb? Gelb ist scheiße. Gelb ist scheiße. Nee, Gelb ist nicht scheiße, Gelb ist Gelb. Nee. Nee, Gelb ist scheiße. Richtig. Das stimmt. Was ist mit Schwarz? Das ist cool. Das ist ein Kontrast, ne? Das ist richtig. Und was ist mit Weiß? Auch. Und was ist mit Grau? Ja. Das ist ein Mix. Das ist gerade stumpf, ey. Das ist ein Baby. Alles klar. Das ist, wenn Weiß und Schwarz das machen, was hier unten die Aliens machen. Irgendwie ist das, glaub ich, schon ein bisschen spät. Tiefen Yoga. Ja. Ja. Hat sich nicht. Ja. Es ist schon ziemlich sehr spät. Aber ich glaube, Ila will noch ein bisschen Tiefen-Yoga machen. Mhm. Okay. Hab's schon. Hab's schon, ne? Er hat's geschickt. Zweimal. Was? Was? Ja, gut. Ich bin raus. Ja. Langweiler. Ich auch. Meinen zu pennen? Ja. Oh Gott. Hallöchen. Schönen Abend euch noch, ne? Nehmt ihr Chris mit? Ja. 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 Dann haben wir schon Spaß, ne? Also ihr macht euch weg, oder was? Jo. Ja. Na gut. Na dann, fahrt vorsichtig. Das ist ne Lüge. Was? Alleine essen? Hä? Was? Na komm. Abi. Ist mir grade echt was zu langweilig. Schade, dass heute keine Action ging. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Bock gehabt drauf. Abi. Ah, paar Tage hätte ich auf jeden Fall streamen sollen. Da ging einiges. Schade eigentlich. Abflug. Jo. Wir haben ja wieder ein bisschen Weg. Den kennen wir ja schon. Ja, ja. Abi. Bei. Und werden noch coolere Sachen kommen. Hm? Was ist? Irgendwie habe ich noch so ein Tschüss vernommen. Ja, so ein Piepen. So was Lautes. Piepsiges hatte ich im Ohr, ja. Piep. Ah. Ah. Ja. Du hattest die Chance mitzukommen? Ja. Gerade sind so ein bisschen drauf. Also einer von denen. Off. Wir sind groß. Wir schaffen das schon. Tschüss. Ach. Hm? So. Sorry, ich muss noch mal telefonieren. Aha. Musst du das? So. Ich mache mich jetzt fort. Ich schmeiß mich ins Hotel. Wir hören uns. Ja. Bestimmt. Gute Nacht. So. Ach Diego. Hm. Also das war ja irgendwie nicht so von Erfolg gekrönt gerade eben. Was meinst du? Ja. Mit, 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 mit der Fiore hier. Mit der Ilaria. Wer weiß, ne. Was da noch kommt. Ja, 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 ja. Er muss erstmal einen Fuß in die Tür kriegen, ne. Oh, ich habe schon gesagt. Wenn nächstes Mal irgendwas sagt die von Schal und äh. Tragen und hochnehmen und soll sie sich schnappen erstmal. Naja. 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 Ich habe, äh, nochmal ein anderes Stellrad, äh, angefangen zu drehen. Ich höre. In der Richtung. Ich meine, die ist ja mit Chiara befreundet. Ach was. Hahaha. Da habe ich mal Instruktionen dagelassen. Okay. Da soll man so ein bisschen Geflüster ins Ohr wandern. Alter Verkuppler, Alter. Hahaha. Scheißen Dreck, Mann. Warte drauf, bis sie mir irgendeine Frau anschwatzt. Hahaha. Willste? Weiß ich nicht. Na. Muss nur die richtige vorbeikommen, ne. Ja. Also ich bezahle ich halt lieber und dann habe ich meine Ruhe, weißt du. Und danach. Du wei-, ne. Du musst es halt nur schätzen lernen. Ja, ich habe gerne meine Freiheit, ne. Ah, schon wieder verreckt. Hä? Oder auch nicht. Alles gut? Ja, 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 ja. Alles gut. Na wohl. Na wohl. Wie ich schon sagte, ich habe es lieber ein bisschen einfacher, weißt du. Ja, aber das kann aber auch trotzdem was Schönes sein, ne. Ja, kann aber genauso gut nervig sein. Ja, ist richtig. Und anstrengend. Und in deinem Fall teuer. Und in deinem Fall teuer. Wenn du die richtige findest, dann bezahlt sie für dich. Mhm. Geht dir nicht auf den Sack. Und sie versteht das, was du tust. Und hinterfragt das auch nicht großartig oder so, ne. Ja, das funktioniert nicht, Alter. Ja. Abwarten, also gerade. Lass alles zusammen, schwierig. Erzählt ja besser nichts von dem, was so abgeht bei uns, ne. Ja, klar. Hallo? Ne. Kannst du dich an meine letzte Beziehung erinnern? Ja. Ich dachte, das ist alles cool und dann am Ende kommt raus, ja, die ist nur verirrtet in Deutschland. Tja. Und dann war ja im Endeffekt Tschüss. Das wirst du nie erfahren, ob das wieder passiert. Ja, das ist richtig. Zumindest im Vorfeld nicht. Aber genau aus so einem Grund, äh, werde ich dir bestimmt nicht erzählen, was wir treiben. An sich solltest du's nicht tun. Ich würde dir ungern die Beine brechen deswegen. Und sie verschwinden lassen. Ja, noch lachst du. Und... Ja, ich lach da drüber, weil das nicht passiert. Würde ich mir auch wünschen. Also sprünglich war das Ziel, oder... Ich weiß auch noch nicht so genau. Irgendwie... Es ist... Mein Ziel war ja, äh, Informationen übers Krankenhaus abzufischen. Ja. Vielleicht doch noch mal ne Notfalltasche hier, und dies, das, jenes da, und weißt du? Boah. Ja. Dann kommt das eine zum anderen, weißt du? Ja, ja. Bis jetzt läuft das schon mal nicht schlecht. Boah. Aber bei der Party eben, ne? Mhm. Die Jäger direkt ankamen, ne? Neugierig. Ich weiß, nein, die, 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 der Geier, Alter. Ja, ja. Gleich einen auf'n Kopf, ey. Voll Spacko. Ich glaub, wir haben ihm ja dann nochmal einen erzählt. Ich denke, dass es hat gefruchtet. Äh. Aber nur, weil er mal mit jemandem redet, als ob da direkt irgendwas hinterstecken muss. Ja, ja. Vollkommener Blödsinn. Aber scheinbar kann er uns ganz gut riechen. Tja. Interessiert mich eigentlich scheiß. Naja. Er ist ein schmieriger Pisser. Ja, schon richtig. Aber politisch gesehen ist es nicht unbedingt schlecht. Ja, das find ich gut. Politisch. Persönlich. Soll er mir bloß fernbleiben, der Idiot. Natürlich. Ich hab jetzt auch keinen Bock auf den, aber... Ein Stück weit sind wir politisch auf den angewiesen. Naja, ja, ist mir klar. Aber läuft. Mhm. Ja, und sie hat das jetzt eben grad, das Grillen, falsch verstanden. Sie dachte, dass wir das jetzt mitbringen. Blöd gelaufen. Ja. Sollte man besser zuhören, ne? Naja. Wird sie trotzdem noch für verhaftet. Gut, du fährst? Nee. Du bist hierher gefahren. Ja, und du fährst zurück. Hast du richtig erkannt? Nee, nee. Ja doch. Dein Auto ist hier, nicht meins. Was denn deins stehen gehabt? Am Hotel. Oh, ja, das ist schlecht. Ach, scheiße. Ey, Hautständer. Ja. Ja, genau. Einmal ne Tula. Fick dich? Ja, dumm ich auch. Oh, ich hab keinen Bock diese lahme scheiß Krücke weiterzufahren, man. Das ist ne Zumutung. Ja. Die Zeit wird's richten. Was? Ja. Mal mehr Geld, dann geilere Karre. Ach, das meinst du? Ja. Alles ist toll. Ah, stimmt schon. Oh, ja, okay. Oh, das macht schon einigermaßen Spaß hier. Sowas sind Schrottkamen genau das Richtige. Oh, okay. Meinst du nicht? Ja, klar. Aber es geht tatsächlich schlimmer als ein Ventura. Das ist mir klar. Aber es geht auch besser. Ach, nee, Alter. Nee, warum? Boah, hab ich jetzt nen Bock da langzulatschen, ne? Oh, geil, Alter. Hat der richtig geklappt. Ich wollte euch nur nochmal eben Gute Nacht sagen. Kommt gut nach Hause. Jo, ebenso. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. kommen auf einer straße runter ja ja schissenspritpumpe alter recht muesli chris jo ja gute nacht jota ich habe ich keinen bock ja wie läuft läuft gut ich mach mal viel spaß ja 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 ich bin dabei ich habe kein bock jetzt schon wieder ich habe kein auto mehr hier das ist jetzt erstmal hier im arsch so wo ist das jello überhaupt direkt davon das ist ja auch noch mal ein halber marsch das siehst du doch schon da und wenn wir morgen taxi rufen fälligste luck ach so ein taxi noch mal internet hilft ansonsten wir haben noch eine liste irgendwann ist davon noch taxifahrer oder ja ja stimmt da sind taxifahrer drin ansonsten rufe ich einfach mal meine jaja ist gut für sowas funktioniert das auch ganz gut ja hat geld löst das problem aber auch ja ist richtig aber da sie ja mehr geld verdient als ich will das ich ja bestimmt aushalten mein ernst warum nicht hallo meinst du sie mehr verdient also ich hoffe doch auch so was ist diesmal zukünftige leiterin achten ernst ja okay alter ist das ein tiefer sand hier leck mich fett so nachher noch stand aus den schuhen machen und das wo ich heute mal die scheiß turnschuhe angezogen habe auf zu meckern ist nur sand was geld angeht hat eine freundin natürlich schon vorteile nicht alles alleine zahlen muss ja richtig normal kosten frauen eher geld als etwas einbringen also von daher ja aber wenn du eine besser verdienende frau angelst ja find die mal gefunden ihr klafft geld hier ärzte geld karte weißt du und diesmal muss ich nicht selber im krankenhaus davon abwarten ja auch damit ich glaube ich werde eher zum straßen doch mittlerweile ja kann man auch gut geld verdienen dass ich einfach mal ein bisschen bezahlen dafür ja ja ich habe jetzt ein paar gefallen auf jeden fall in der tasche glaube ich auch haben wir allgemein mittlerweile haben sie schon gesagt das ist auch schon einiges wert ja gefallen sind mehr wert als geld schön in den ranzigen bootwagen da hinten rein supi ich freue mich drüber ist auch noch zimmer ne ich habe schon an schlimmeren orten gepennt außerdem von daher geht das schon Alter hier bist du auch echt irgendwie im nirgendwo ne das ist eine verkackte dreckswüste was erwartest du das ist redneck town und vor allem um die uhrzeit man schon mal nachgucken was ich ins blackbook geschrieben hab ne guck mal guck mal ich gleich zum einschlafen wie aus ach die haben da oben auch noch zimmer drin ja ah gut dann nehmen wir die mal kannst du doch gerne einen dreckigen kranz wohnwagen ich hab da keine brauche drauf ne ne danke nein so auf auf noch ein bisschen wasser haben in der bar und auf jeden fall ach quatsch so das war der richtige ja da haust du euch mal zum guten ace nochmal rüber und ja dann schauen wir mal was morgen so geht so grüßt mal schön und lass mal ein follow da falls noch nicht ne schönen abend euch noch ciao ja gut man sollte es vielleicht richtig schreiben ne das könnte helfen Cheng du du auch du 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 Vielen Dank.